Jules Verne, Die Stadt unter der Erde, gesprochen von Thomas Jan. Erstes Kapitel. Zwei sich widersprechende Briefe. Mr. J.R. Starr, Ingenieur. 30, Canongate, Edinburgh. Wenn Mr. James Starr so gütig sein will, sich morgen nach den Kohlenwerken von Aberfoyle die Grube Dotschart, der Yarrow-Schacht, zu begeben, so wird er dort eine für ihn sehr interessante Nachricht erhalten. Mr. James Starr wird im Laufe des Tages am Bahnhofe von Callender von Harry Ford, dem Sohn des früheren Obersteigers Simon Ford, erwartet werden. Man bittet um Diskretion. So lautete ein Brief, den James Starr frühzeitig am 3. Dezember 1800 mit dem Poststempel Aberfoyle, Grafschaft Stirling, Schottland, zugestellt erhielt. Seine Neugierde ward mächtig erregt. Der Gedanke an eine Mystifikation kam ihm erst gar nicht in den Sinn. Seit langen Jahren schon kannte er Simon Ford, einen der alten Werkführer, in den Minen von Aberfoyle, denen er als technischer Direktor oder Viewer, wie die Engländer sagen, während eines Zeitraumes von 20 Jahren selbst vorgestanden hatte. James Starr war ein Mann von guter, kräftiger Konstitution, den man trotz seiner 55 Jahre recht wohl für einen 40er hätte halten können. Er entstammte als eines der hervorragendsten Mitglieder einer alten, angesehenen Familie Edinburghs. Seine Arbeiten gereichten jener ehrenwirten Corporation der Ingenieure zur Ehre, welche das kohlenreiche Unterirdische des Vereinigten Königreiches in Cardiff wie bei Newcastle und in den niederen Grafschaften Schottlands ausbeutete. In der Tiefe der geheimnisvollen Kohlenwerke von Aberfoyle, welche an die Gruben von Allower grenzend einen Teil der Grafschaft Stirling einnehmen, hatte sich James Starr seinen überall mit Achtung genannten Namen erworben und da selbst einen großen Teil seines Lebens verbracht. Außerdem gehörte er als Vorsitzender der Altertumsforschenden Gesellschaft Schottlands an, war eines der tätigsten Mitglieder der Royal Institution und lieferte der Edinburgh Review ziemlich häufig sehr beachtenswerte Beiträge. Mit einem Wort erzählte zu jenen praktischen Gelehrten, denen England seinem Porblühen seinen Reichtum verdankt. Und er nahm auch noch einen hohen Rang ein in der alten Hauptstadt Schottlands, welche in materieller und geistiger Beziehung den ihr beigelegten Namen des nordischen Athens unzweifelhaft verdient. Bekanntlich haben die Engländer für ihre ausgedehnten Kohlendistrikte einen sehr bezeichnenden Namen gefunden. Sie nennen dieselben Schwarzindien. Und sicherlich hat dieses Indien noch weit mehr als Ostindien zu dem überraschenden Reichtume Großbritanniens beigesteuert. Tag und Tag arbeitet dort ein ganzes Volk von Bergleuten daran, aus dem Untergrunde Britanniens die Kohle, die schwarzen Diamanten zu gewinnen, jenen hochwichtigen Brennstoff, der für die Industrie zu unentbehrlichen Lebensbedingungen geworden ist. Damals lag jener Zeitpunkt, der von Sachverständigen für die Erschöpfung der Kohlenlager berechnet war, noch in ferner Zukunft. Und niemand dachte an einen eintretenden Mangel, wo die Kohlenvorräte zweier Welten ihre Ausnutzung harten. Den Fabriken zu verschiedensten Zwecken, den Lokomotiven, Lokomobilen, Dampfschiffen, Gasanstalten und so weiter, drohte kein Mangel an mineralischem Brennmaterial. Der Verbrauch in den letzten Jahren hatte freilich mit solchen Riesenschritten zugenommen, dass einzelne Lagerstätten bis zu ihren schwächsten Adern ausgebeutet waren. Nutzlos durchbohrten und unterminierten jetzt diese aufgelassenen Schächte und verwaisten Stollen den früher ergiebigen Boten. Und ganz so lagen die Verhältnisse bei den Gruben von Ebberfeuli. Zehn Jahre vorher hatte der letzte Hund die letzte Tonne Kohlen aus diesen Lagerstätten zutage gefördert. Das gesamte Material der Täufe, also die Maschinen zur mechanischen Förderung auf den Geleisen der Stollen, die Hunde, die kleinen Wagen der unterirdischen Bahnanlagen, die Förderkästen und Körbe, die Vorrichtungen zur Lufterneuerung, kurz alles, was zur bergmännischen Tätigkeit im Schoße der Erde gedient hatte, war herausgeschafft und außerhalb der Gruben aufgespeichert worden. Das erschöpfte Werk glich dem Kadaver eines Mastodons von ungeheuerlicher Größe, dem man alle lebenswichtigen Organe entnommen und nur das Knochengerüst übrig gelassen hatte. Von jenem Material waren nur noch einige lange Holzleitern, welche den Zugang zur Grube durch den Yarrow-Schacht vermittelten, zurückgeblieben. Durch diesen letzteren gelangte man jetzt, seit Einstellung der Arbeiten ausschließlich, nach den Stollen der Grube Dotschart. Äußerlich verrieten noch die Gebäude, welche ehedem zum Schutze der Tagarbeiten errichtet wurden, die Stellen der Schächte, genannter Grube, welche jetzt völlig öde und ebenso verlassen war, wie die benachbarten Gruben, die zusammen die Kohlenwerke von Ebberfeuli bildeten. Es war ein trauriger Tag, als die Bergleute damals zum letzten Male die Schächte verließen, in welchen sie so viele Jahre gelebt und gearbeitet hatten. Der Ingenieur James Starr hatte die tausenden von Arbeitern, die tätige und mutige Bevölkerung des Kohlenwerkes um sich versammelt. Heuer, Wagentreiber, Steiger, Zufüller, Zimmerer, Wegearbeiter, Schaffner, Sortierer, Schmiede, Schlosser, Männer, Frauen und Greise, Werkleute von oben und von unten, alle traten in dem großen Hofe der Grube Dotschart zusammen, den vormals die Kohlenvorräte des Werkes füllten. Die braven Leute, welche jetzt die Sorge um das tägliche Brot zerstreuen sollte. Sie, welche so lange Jahre ein Geschlecht nach dem anderen in dem alten Ebberfeuli verlebt hatten. Sie warteten, bevor sie den Ort verließen, nur noch auf einige Abschiedsworte ihres Ingenieurs. Die Gesellschaft hatte ihnen als Gratifikation die Erträgnisse des laufenden Jahres zukommen gelassen. Im Grunde war dies nicht viel, denn die Betriebskosten erreichten nahezu den Ertrag der Ausbeute. Es gewährte ihnen aber doch noch die Möglichkeit, sich so lange fortzuhelfen, bis sie entweder an den Kohlewerken der Nachbarschaft, bei der Landwirtschaft oder in den Werkstätten der Grafschaft eine neue Stellung gefunden hatten. James Starr stand vor der Türe des geräumigen Schuppens, unter welchem die mächtigen Fördermaschinen so lange Zeit hindurch gearbeitet hatten. Simon Ford, der Obersteiger der Grube Dotschart, der damals 55 Jahre zählte und noch mehrere andere Werkführer, bildeten einen Halbkreis um ihn. James Starr entblößte das Haupt. Die Bergleute beobachteten, die Mützen in den Händen, das tiefste Schweigen. Diese Abschiedsszene trug einen rührenden und doch gleichzeitig großartigen Charakter. »Meine Freunde«, begann der Ingenieur, »die Stunde der Trennung hat für uns geschlagen. Die Gruben von Aberfeuli, welche uns so lange Zeit zur gemeinschaftlichen Tätigkeit vereinigten, sie sind erschöpft. Die sorgsamsten Nachforschungen haben nicht die kleinste Ader mehr ergeben und das letzte Stückchen Steinkohle ist aus der Grube Dotschart gefördert worden.« Zur Erläuterung seiner Worte zeigte James Starr den Bergleuten ein Stück Kohle, das in einem Förderwagen zurückgelassen worden war. »Dieses Kohlenstück, meine Freunde«, fuhr der Ingenieur fort, »gleicht dem letzten Blutkörperchen, das ehemals in den Adern von Aberfeuli zirkulierte. Wir werden dasselbe aufbewahren, ebenso wie das erste Stück Kohle, welches vor nun 150 Jahren aus den Lagerstätten von Aberfeuli zutage gebracht wurde. Zwischen diesen beiden Stücken Kohle, da hat sich so manche Generation von Arbeitskräften in unseren Gruben abgelöst. Jetzt ist alles zu Ende. Die letzten Worte, welche euer Ingenieur an euch richtet, sie sind die Worte des Abschiedes. Ihr habt euer Leben gefristet von der Grube, die sich unter euren Händen entleert hat. Die Arbeit war wohl hart, aber nicht ohne Vorteil für euch. Unsere große Familie, sie steht im Begriff auseinanderzugehen. Und kaum ist es denkbar, dass sich die zerstreuten Mitglieder derselben jemals wieder zusammenfinden werden wie heute. Vergesst deshalb aber niemals, dass wir so lange Jahre miteinander gelebt haben. Und dass es den Bergleuten von Aberfeuli eine Ehrenpflicht bleiben wird, sich gegenseitig zu unterstützen. Auch eure früheren Vorgesetzten werden sich dieser Pflicht immer erinnern. Die, die miteinander gearbeitet haben, die können einander nie ganz fremd werden. Wir werden auch ferner über euch wachen. Und wohin ihr euch als ehrenhafte Leute wendet, da werden euch unsere Empfehlungen begleiten. So lebt wohl, meine Freunde. Gott sei bei euch. Nach diesen Worten umarmte James Starr den ältersten Arbeiter der Grube, dessen Augen sich mit Tränen gefüllt hatten. Dann traten die Steiger der verschiedenen Gruben herzu, um ihrem Ingenieur noch einmal die Hand zu drücken. Während die Bergleute alle die Hüte schwenkten und ihre Empfindungen in den Worten »Adieu, James Starr«, »unser Chef, unser Freund« noch Luft machten. Tief grub sich dieses letzte Lebewohl in den Herzen der wackeren Leute ein. Und nur nach und nach, als folgten sie ungerne dem eisernen Zwange, verließen sie den weiten Hof. Um James Starr ward es still und stiller. Der schwarze Weg nach der Grube Dotschart erschallte noch einmal von den Schritten der Bergleute. Dann folgte das Schweigen dem geschäftigen Leben, das früher an den Kohlenwerken von Ebberfoyle geherrscht hatte. Nur ein einziger Mann war neben James Starr zurückgeblieben. Es war der Obersteiger Simon Ford. Neben ihm stand ein junger Mensch von 15 Jahren, sein Sohn Harry, der schon seit mehreren Jahren in dem Schachte tätig gewesen war. James Starr und Simon Ford kannten einander und achteten sich gegenseitig ebenso lange. Adieu, Simon, sagte der Ingenieur. Adieu, Mr. James, antwortete der Obersteiger. Oder lassen Sie mich lieber sagen, auf Wiedersehen. Ja? Ja, Simon, wiederholte James Starr. Sie wissen, dass ich stets erfreut sein werde, sie wiederzutreffen und mit ihnen über die schönen alten Zeiten von Ebberfoyle zu plaudern. Ich weiß, Mr. James. Mein Haus in Edinburgh. Es steht Ihnen allzeit offen. Oh, das ist weit, Edinburgh, erwiderte der Obersteiger kopfschüttelnd. Ja, sehr weit von der Grube Dotschart. Ja, weit, Simon. Wo denken Sie denn zu wohnen? Hier auf dieser Stelle, Mr. James. Wir werden das Werk unserer alte Ernährerin nicht verlassen. nur weil dessen Hilfsquellen jetzt versiegt sind. Meine Frau, mein Sohn und ich, wir werden uns einzurichten wissen und der Grube treu bleiben. Leben Sie wohl, Simon, antwortete der Ingenieur, der seiner Erregung nur Schwermeister wurde. Nein, ich sage es noch einmal. Nicht leben Sie wohl, sondern auf Wiedersehen, Mr. James. Auf Simon Fords Wort. Wir werden uns in Aberfoyle wiederfinden. Der Ingenieur wollte dem Obersteiger diese letzte Hoffnung nicht rauben. Er umarmte den jungen Harry, der ihn mit großen, seine Erregung verratenden Augen ansah. Zum letzten Male drückte er Simon Ford die Hand und verließ den Hof des Kohlenwerkes. Das hier erzählte, spielte von nun zehn Jahren. Aber trotz des vom Obersteiger geäußerten Wunsches, ihn noch einmal wieder zu sehen, hatte James da niemals wieder etwas von ihm gehört. Nach sehr langer Trennung also erhielt er jetzt jenen Brief von Simon Ford, der ihn aufforderte, ohne Verzug den Weg nach den alten Kohlenwerken von Aberfoyle einzuschlagen. Eine Mitteilung von besonderem Interesse für ihn? Was konnte diese betreffen? Die Grube Dotschart? Den Yarrow-Schacht? Welche Erinnerungen weckte dieses noch einmal in seinem Geiste? Oh, das war doch eine schöne Zeit gewesen, jene Zeit der Arbeit und des Kampfes. Die schönste Zeit seines Lebens als Ingenieur. James dadurch flog das Schreiben immer und immer wieder. Er bedauerte, dass Simon Ford nicht eine Zeile mehr hinzugefügt habe. Er zürnte ihm fast wegen dieser lakonischen Kürze. War es denn möglich, dass der alte Obersteiger vielleicht doch noch eine abbauwürdige Kohlenader entdeckt hatte? Nein, gewiss nicht. James da entsann sich, wie sorgfältig die ganzen Gruben von Aberfoyle untersucht worden waren, bevor man die Arbeiten definitiv einstellte. Er selbst hatte die letzten Bohrversuche geleitet, ohne eine neue Lagerstätte, in dem durch die intensive Ausbeutung entwerteten Boden zu finden. Man hatte sogar den Anfang gemacht, die Tiefe unter jenen Gesteinsschichten, welche gewöhnlich unter der Steinkohle getroffen werden, wie der rote devonische Sandstein, aufzuschließen. Aber leider ohne Erfolg. James da hatte das Bergwerk also mit fester Überzeugung verlassen, dass es nicht mehr ein Stückchen Brennmaterial enthalten könne. Nein, wiederholte er sich öfters. Nein! Wie wäre anzunehmen, dass Simon Ford das angefunden hätte, was sich damals meinen genauesten Nachforschungen entzog? Doch muss der alte Obersteiger ja wissen, dass mich nur eine Sache interessieren könnte. Und nun diese geheim zu haltende Einladung, nach der Grube Dotschart zu kommen. James da kam immer und immer wieder hierauf zurück. Andererseits kannte der Ingenieur Simon Ford als einen geschickten Bergmann, dem unleugbar ein gewisser Geschäftsinstinkt eigen war. Seit der Zeit, wo Aberfoyley aufgelassen worden war, hatte er ihn nicht wiedergesehen. Und hatte keinerlei Nachricht darüber, was aus dem alten Obersteiger geworden sei. Er hätte nicht zu sagen vermocht, womit jener sich jetzt beschäftige oder wo er mit seiner Frau und seinem Sohne wohne. Alles, was er wusste, beschränkte sich auf diese Einladung, nachdem Jero schachte. Und auf die Mitteilung, dass Harry, Simon Fords Sohn, ihn im Laufe des morgigen Tages am Bahnhofe von Callender erwarten werde. Es handelte sich hier offenbar darum, die Grube Dotschart zu besuchen. Ich gehe, ich gehe, sagte James da, der seine Aufregung mehr und mehr zunehmen fühlte. Der würdige Ingenieur gehörte nämlich zu jener Kategorie leidenschaftlicher Leute, deren Hirn fortwährend ebenso im Sieben ist wie ein Kessel über einer Flamme. Es gibt derlei Köpfe, in welchen die Ideen immer im Heftigsten Aufwein sind, andere, in denen sie nur langsam vor sich hinköcheln. Heute gehörte James da unbestritten zu den ersteren. Da ereignete sich plötzlich ein sehr unerwarteter Zwischenfall. Er glich dem Tropfen kalten Wassers, der für einen Augenblick alle aufsteigenden Dämpfe in seinem Gehirne niederschlug. Gegen sechs Uhr abends überreichte der Diener James Starrs diesem einen zweiten Brief. Derselbe befand sich in einem ziemlich groben Kuvert, an dessen Aufschrift man eine des Schreibens nicht besonders gewohnte Hand erkannte. James Starr zerriss den Umschlag. Er enthielt nur ein einziges Stück durch die Zeit vergilbtes Papier, das einem schon seit langem nicht in Gebrauch gewesenen Notizbuch entnommen schien. Auf diesem Papier stand nur alleine der folgende Satz zu lesen. Es ist unnötig für den Ingenieur Starr sich zu bemühen, da der Brief Simon Forz inzwischen gegenstandslos geworden ist. Eine Unterschrift war nicht vorhanden. Zweites Kapitel Unterwegs Der Gedankengang James Starrs wurde plötzlich unterbrochen, als er diesen zweiten, dem ersten empfangenen widersprechenden Brief gelesen hatte. Was soll das heißen? fragte er sich. James Starr nahm den halbzerrissenen Umschlag wieder auf, der ebenso wie der andere den Poststempel von Aberfoyley zeigte, also jedenfalls aus demselben Teile der Grafschaft Stirling gekommen war. Dass der alte Bergmann ihn nicht geschrieben habe, lag auf der Hand. Dagegen aber kannte der Verfasser dieses zweiten Briefes das Geheimnis des Obersteigers. Da er die dem Ingenieure zugegangene Einladung, nach dem Jorroschachte zu kommen, ausdrücklich wieder aufhob. Sollte es denn wahr sein, dass jene erste Mitteilung gegenstandslos geworden sei? Wollte man nur verhindern, dass James Starr sich mit oder ohne Zweck dahin bemühe? Oder lag hier vielleicht die böse Absicht zugrunde, Simon Ford's Vorhaben zu durchkreuzen? Diese Gedanken stiegen in James Starr, als er sich die Sache überlegte auf. Der Widerspruch zwischen den beiden Briefen aber reizte ihn nur umso mehr, sich nach der Grube Dotschart zu begeben. Selbst wenn die ganze Einladung nur auf eine Mystifikation hinaus liefe, hielt er es für besser, sich darüber Gewissheit zu verschaffen. Dabei war er immer geneigt, dem ersten Schreiben mehr Glauben beizumessen, als dem Nachfolgenden. Das heißt, der Einladung eines Mannes wie Simon Ford mehr als der Absagung seines namenlosen Gegners. Gerade da man meinen Entschluss zu beeinflussen sucht, sagte er sich, muss wohl die Mitteilung Simon Fords von ganz besonderem Interesse sein. Ich werde morgen zu gelegener Zeit an den bestimmten Orten sein. Gegen Abend traf James da die nötigen Vorbereitungen zur Abreise. Da seine Abwesenheit sich leicht auf einige Tage ausdehnen konnte, benachrichtigte er Sir W. Elphiston, den Präsidenten der Royal Institution brieflich, dass er der nächsten Sitzung der Gesellschaft beizuwohnen verhindert sei. Er befreite sich auch von zwei oder drei anderen Geschäften, die ihn noch diese Woche in Anspruch genommen hätten. Nachdem er endlich seinem Diener den Auftrag gegeben, seine Reisetasche in Ordnung zu bringen, legte er sich von der ganzen Angelegenheit vielleicht mehr als nötig aufgeregt zur Ruhe. Am anderen Morgen um fünf Uhr stand James da schon auf, kleidete sich warm an, denn es fiel an kalter Haus in der Canongate um vom Grand Pier aus das Dampfboot zu benutzen, das in drei Stunden den Forth bis nach Stirling hinauffährt. Als James da die Canongate durchschritt, sah er sich vielleicht zum ersten Male nicht nach Holyrood, dem Palaste der früheren Regenten von Schottland um. Er bemerkte vor dessen Toren die Wache nicht, welche davor stand in dem alten schottischen Kostüme, dem grünen kurzen Rock, karierten Schorl und mit dem langhaarigen bis auf die Schenkeln hinabreichenden Ziegenfell. Obwohl ein großer Verehrer von Walter Scott wie ein jeder echte Sohn des alten Kalidoniens, würdigte er heute das Gasthaus doch keines Blickes, in welchem Weberby abgestiegen und wo selbst ihm der Schneider das berühmte Kriegskleid gebracht hatte, das die Witwe Flock so naiv bewunderte. Er begrüßte auch den kleinen Platz nicht, auf dem die Bergschotten nach dem Siege des Prätendenten auf die Gefahr hin, Flora McTever zu erschießen, ihre Gewehre abfeuerten. In der Mitte der Straße zeigte die Uhr des Gefängnisses ihr trauriges Ziffernblatt. Er sah nur kurz danach, um sich zu überzeugen, dass er die Zeit der Abfahrt nicht versäume. Auch in Nellabow richtete er den Blick nicht nach dem Hause des großen Reformators John Knox, des einzigen Mannes, den das Lächeln Maria Stuarts nicht verführt hatte. Durch die High Street, die weithin bekannte Straße, deren genaue Beschreibung man in dem Roman des Abbey findet, wandte er sich nach der gigantischen Brücke der Bridge Street, welche die drei Hügeln Edinburghs miteinander verbindet. Wenige Minuten später langte er bei dem Bahnhof der General Railway an und eine halbe Stunde später erreichte er mit dem Zug New Haven, ein hübsches Fischerdorf, eine Meile von Leith, das den Hafen Edinburghs bildet. Die steigende Flut bedeckte daselbst den schwärzlich steinigen Strand. Die Wellen bespülten einen auf Pfählen errichteten und von Ketten gehaltenen alten Hafendamm. Zur Linken desselben lag eines der Boote, welche den Verkehr auf dem Forth zwischen Edinburgh und Stirling vermitteln, am Grandin Pierpfeiler angekettet. In diesem Augenblicke wirbelten aus dem Schornstein der Prince de Gall schwarze Rauchwolken auf und zischend blies der Kessel den überschüssigen Dampf ab. Bei dem Tone der Glocke, welche nur wenige Male anschlug, beeilten sich die letzten Passagiere, noch das Schiff tummelten sich untereinander eine Menge Kaufleute, Pächter, nebst einer Anzahl von Dienern, welche letztere man den kurzen Kniehosen, langen Überrücken und einem schmalen weißen Streifen rings um den Hals erkannte. James da aber nicht der Letzte, der sich einschiffte. Er sprang leicht auf das Verdeck der Prince de Gall. Obwohl es heftig regnete, dachte doch keiner der Passagiere daran, im Salon des Dampfers Schutz zu suchen. Alle blieben unbeweglich und in Reisedecken und Mänteln eingehüllt sitzen. Einige stärkten sich dann und wann durch einen Schluck Gin oder Whisky aus der Feldflasche, was man dort sich inwendig anziehen zu nennen pflegt. Ein letztes Läuten der Glocke ertönte, die Taue wurden gelöst und die Prinz de Gall wandte sich durch einige vorsichtige Bewegungen aus dem kleinen Bassin heraus, das sie von den Wogen des Meeres schützte. Der Firth of Forth ist der Name des Golfes, der sich zwischen den Grafschaften Fife im Norden und Lillington, Edinburgh und Heddington im Süden ausbreitet. Er bildet den Ausfluss des Forth, eines unbedeutenden Flusses, der ähnlich der Thamese oder der Mercy sehr tief ist und von den westlichen Abhängern des Ben Lomond herabfallend sich in das Meer von Kincardine ergießt. Vom Grand Peer bis zum Ende des Golfes wäre es nur eine geringe Strecke gewesen, wenn nicht die Notwendigkeit, wiederholt an den beiden Ufern anzulegen, große Umwege veranlasst hätte. Städte, Dörfer und einzelne Landsitze schimmerten an den Ufern des Forth aus den üppigen Baumgruppen hervor. James Dörr aber stand geschützt unter der Kapitänsbrücke, welche von dem einen Radkasten zu dem anderen führt, und gab sich offenbar gar keine Mühe, etwas von der Umgebung zu sehen, welche die schrägen Striche des Regens ohnehin halb verhüllten. Er achtete vielmehr darauf, nicht die Aufmerksamkeit irgendeines anderen Passagieres zu erregen. Vielleicht befand sich der Urheber des zweiten Briefes ja jetzt mit auf dem Dampfer. Obgleich der Ingenieur nirgends einen verdächtigen Blick bemerken konnte. Nachdem die Prince de Gall Grand and Peer verlassen hatte, wandte sie sich nach der engen Durchfahrt zwischen den beiden weit hervorspringenden Landspitzen von South und North Queens Ferry, jenseits welcher der Forth eine Art See bildet, die noch Schiffe von Hunderten Tonnen befahren können. Zwischen den Nebeln des Hintergrundes zeigten sich durch einige offene Stellen des Horizontes die Schneegengipfel der Grampienberge. Bald ließ das Dampfboot das Dorf Abadour hinter sich, ebenso wie die von den Ruinen eines Klosters aus dem 12. Jahrhundert gekrönte Insel Korm. Darauf die Überreste des Schlosses von Barnboogie, ferner Dormbristl, wo der Schwiegersohn des Regenten Murray ermordet worden war und das befestigte Eiland Garvin. Es durchschnitt die schmale Wasserstraße bei Queensferry, ließ das Schloss von Roseth, in dem ehemals ein Zweig der Stewards, dem sich die Mutter Cromwells angeschlossen hatte, residierte zur Linken und passierte Blackness Castle, das gemäß einem Artikel der Verfassung in stetem Verteidigungszustand ist, und berührte die Case der kleinen Hafenstadt Charleston, dem Exportplatz für den Kalkstein aus den Brüchen des Lord Elgin. Endlich signalisierte die Glocke der Prince de Gall die Station Crumby Point. Das Wetter war sehr schlecht, der von einem heftigen Wind gepeitschte Regen zerstäubte sich zu nassen Wolken, die trompenähnlich vorüberflogen. James da ward etwas unruhig. Würde der Sohn Simon Forts wie versprochen zur Stelle sein? Er wusste aus Erfahrung, dass die an die gleichmäßige Ruhe der tiefen Kohlengruben gewöhnten Bergleute sich weniger gern der unbilde Atmosphäre aussetzten, so wie die Tagarbeiter und die Landleute. Von Callender bis zur Grube Dodgeart und dem Yarrow Schachte rechnete man eine Entfernung von reichlich vier Meilen. Möglicherweise hatte sich der Sohn des alten Obersteigers doch abhalten lassen und durch die üble Witterung verspätet. Dazu kam noch der Gedanke, dass der zweite Brief ja überhaupt die erste Einladung aufgehoben hatte, ein Umstand, der seine Sorgen noch vermehren musste. Immerhin hielt er an dem Entschluss fest, für den Fall, dass Harry Simon bei der Ankunft des Zuges in Callender nicht da sein sollte, sich alleine nach der Grube Dodgeart und wenn es nötig erschien, selbst bis nach Aberfeule zu begeben. Dort durfte er hoffen, Nachrichten von Simon Ford zu erhalten und auch zu erfahren, wo der alte Obersteiger jetzt wohl hauste. Inzwischen wühlte die Präuse Stegall fortwährend große Wellen unter dem Schlage ihrer Schaufeln auf. Jetzt sah man von den beiden Ufern gar nichts mehr, weder das Dorf Crombie noch Turryborn oder Turry House, weder New Mills noch Caridenhouse, ebenso wie Kirky Range und Salt Pans, den unbedeutenden Hafen von Bonas oder den von Grange Mouth, welcher an der Mündung des Kanales von Clyde liegt. Alles im feuchten Nebel verschwunden. Ganz ebenso blieben Kubros, die alte Burg und die Ruin an seiner Abtei, Sito, Kincardine mit seinen Werften, wo selbst der Stema anlief, Aerith Castle samt seinen viereckigen Türmen aus dem 13. Jahrhundert, Clarkman, nebst seinem von Robert Bowie gebauten Schlosser, wegen des fortdauernden Regens so gut wie unsichtbar. Die Preuse de Gall hielt an dem Hafendamme von Elower an, um einige Passagiere abzusetzen. James Starr empfand einen starken Druck im Herzen, als er nach zehn Jahren wieder an dieser kleinen Stadt vorbeikam, die als Mittelpunkt eines wichtigen Kohlenbergwerk Betriebes noch heute zahlreiche Arbeiterscharen ernährte. Seine Fantasie führte ihn hinab unter die Erde, wo die Spitzhaue der Bergleute noch immer mit bestem Erfolge den Bodenschätzen nachging. Diese Minen von Elower, die nächsten Nachbarn derer von Aber Foley, bereicherten noch immer die Grafschaft, während die angrenzenden, schon seit so vielen Jahren erschöpften Werke keinen einzigen Arbeiter mehr zählten. Als der Dampfer Elower verließ, musste er sich mühsam durch die vielen Bogen winden, welche der Forth in seinem Verlaufe von 19 Meilen macht. Für einen Augenblick erschienen durch eine Lichtung die Ruinen der Abtei von Cambus Kenneth, welche auf das 12. Jahrhundert zurückreichen. Dann kam man nach dem Schlosse von Stirling und der königlichen Burg desselben Namens, von wo aus der von zwei Brücken überspannte Forth für bemastete Schiffe nicht weiter zu befahren ist. Kaum hatte die Preustegall angelegt, als der Ingenieur leichten Fußes auf den Keh hinübersprang. Fünf Minuten später erreichte er den Bahnhof von Stirling und eine Stunde darauf verließ er den Zug in Callender, einem großen Dorf auf dem linken Ufer des Leith. Dort, vor dem Bahnhofe, wartete ein junger Mann, der sogleich auf den Ingenieur zukam. Es war Harry, der Sohn Simon Forth. Drittes Kapitel Der Untergrund des Vereinigten Königreiches Für das Verständnis des Folgenden empfiehlt es sich, die Geschichte der Steinkohleformation hier auszugsweise darzulegen. Während der geologischen Epoche, als das Erzferoid noch in der Bildung begriffen war, umhüllte es eine dichte Atmosphäre, welche neben reichlichen Wasserdünsten vorzüglich auch eine große Menge an Kohlensäure enthielt. Allmählich schlugen sich diese Dunstmassen als diluvianischer Regen nieder und strömten mit einer Gewalt herab, als sprengen sie aus Millionen und Milliarden von Seltas Wasserflaschen hervor. Jedenfalls war es eine sehr kohlensäurereiche Flüssigkeit, die sich damals über den halbweichen Erdboden ergoss, welcher fortwährend noch stürmischer oder langsamer verlaufende Umwälzungen erlitt. Und in diesem kaum konsolidierten Zustande ebenso durch die äußere Sonnenwärme wie durch das Zentralfeuer des Planeten selbst erhalten wurde. Die Wärme des Inneren hatte sich damals noch nicht so entschieden in den Mittelpunkt der Erdkugel aufgespeichert. Die mindere Dicke und unvollkommenen erhärteten Erdkrustenteile ließen sie noch durch die Poren ausströmen. Daher erklärt sich jene riesenmäßig wuchernde Vegetation der Vorzeit, wie sie jetzt noch auf der Venus oder dem Merkur als Folge ihrer geringen Entfernung von der Sonne vorhanden sein mag. Der in jener Zeit noch nicht bestimmt umgrenzte Boden der Kontinente bedeckte sich mit ungeheuren Wäldern, die für die Ernährung der Pflanzenwelt so notwendige Kohlensäure war im Überfluss vorhanden. Alle Gewächse sprossen in Gestalt von Bäumen auf. Kraut- und grasartige Pflanzen gab es noch nicht. Überall drängten sich die ziemlich monotonen Baumriesen ohne Blüten oder Früchte zusammen, welche noch keinem lebenden Wesen hätten Nahrung bieten können. Die Erde musste erst reifer werden, um die Entwicklung des Tierreiches zu ermöglichen. In den antediluvianischen Wäldern herrschte die Klasse der Gefäßkryptogamen bei weitem vor. Kalamiten, Varietäten baumartiger Schachtelhalme, Lepidodendrons, riesenhafte 25 bis 30 Meter hohe und am Grunde des Stammes einen Meter dicke Lykopodien, Farnkräuter, Sigillarien von erstaunlicher Größe, von denen man Musterexemplare in den Gruben von Saint-Étienne auffand. Lauter ungeheure Pflanzen, deren Verwandte nachkommen, wir jetzt nur mehr in den niedrigsten Klassen der Pflanzenwelt unserer bewohnten Erde wiedererkennen. Diese waren zwar armen Arten, aber gewaltig in ihrer Entwicklung. Die Repräsentanten des Pflanzenreiches, welche ausschließlich die Urwälder jener Epoche bildeten. Diese Bäume wurzelten überdies in einer Art grenzenlosen Lagune, einer Mischung aus süßem und salzigem Wasser. Gierig assimilierten sie die Kohlensäure, der noch zur Atmung untauglichen Atmosphäre, sodass man sagen kann, sie waren dazu bestimmt, dieselbe unter der Form der Steinkohle in den Eingeweiden der Erde unschädlich zu machen. Damals war die Zeit der Erdbeben, der furchtbarsten Erschütterungen des Bodens, eine Folge der Revolutionen des Inneren und der plutonischen Arbeit, welche oft plötzlich die noch unsicheren Linien der Erdoberfläche veränderten. Hier wuchsen Bodenerhebungen auf, welche später zu Bergen wurden. Dort öffneten sich Schlünde, Abgründe und Senkungen, die Betten der späteren Meere und Ozeane. Dabei sanken ganze Waldstrecken in den Erdboden ein, bis sie entweder auf dem schon härteren Urgebirgsgranit eine Lagerstätte fanden oder durch ihre Anhäufung sich selbst zu einer schweren beweglichen ganzen Masse verdichteten. Der geologische Bau des Erdinneren zeigt nämlich folgende Anordnung. Zu unterst treffen wir die paleozoische oder primäre Formation mit Kneis, Granit und so weiter. In deren oberen Schichten unter dem sogenannten Rotliegenden die Steinkohle eingebettet ist. Darauf folgt die mesozoische oder sekundäre Formation mit Buntsandstein, Muschelkalk und so weiter. Über dieser lagert die kenozoische oder tertiäre Formation und endlich die Quaternäre das Gebiet der älteren und neueren Alluvien. In jener Kindszeit der Erde stürzte sich das noch von keinem Bette eingedämmte und durch die reichliche Verdunstung überall hingeführte Wasser von den kaum gebildeten Felsen herab und riss dabei abgewaschene Schiefer, Sandstein und Kalkgesteine mit sich fort. Diese lagerten sich über den Torfmoorwäldern ab und bildeten die Elemente, welche die Steinkohleschichten heute überdecken. Mit der Zeit, aber freilich handelt es sich hier stets um Millionen von Jahren, erhärteten diese Schichten und verschlossen die ganze Masse der gesunkenen Wälder mit einem dichten Panzer von Puddingsteinen, Schiefern, festem oder zerbrechlichem Sandstein, Sand und Kies. Was ging nun in jenem Riesenkolben vor, in dem sich das vegetabilische Grundmaterial in verschiedenen Tiefen zusammengehäuft hatte? Es vollzog sich ein wirklich chemischer Prozess, eine Art Destillation. Aller Kohlenstoff jener Pflanzenmassen sammelte sich darin und nach und nach entstand daraus die Steinkohle unter dem zweifachen Einfluss eines enormen Druckes und einer sehr hohen Temperatur, welche von dem in jener Zeit noch so benachbarten Feuer des Erdinneren herrührte. So trat in Folge dieser langsamen, aber unwiderstehlichen Reaktion ein Reich an die Stelle des Anderen. Die Pflanzen bildeten sich zu Mineralien um. Alles, was sein vegetatives Leben dem Nahrungsüberfluss der ersten Tage verdankte, versteinerte jetzt. Verschiedene in jenen ungeheuren, noch unvollkommenen veränderten Pflanzenmassen eingeschlossene Substanzen hinterließen ihren Abdruck auf anderen, schneller erhärteten Produkten, welche sie wie eine hydraulische Presse mit unberechenbar großer Gewalt zusammendrückten. Zur gleichen Zeit entstanden auf der noch weicheren Steinkohle jene zarten und wunderbar fein gezeichneten Abdrücke von Muscheltieren, Zophyten, Seesternen, Polypen, Spiriferen, ja selbst von mit dem Wasser hinabgeführten Fischen und Eidechsen. Bei der Bildung von Kohlenlagern scheint vorzüglich der darauf lastende Druck eine einflussreiche Rolle gespielt zu haben. Höchstwahrscheinlich bestimmte der Grad desselben die Bildung der mannigfachen Steinkohlesorten, die wir jetzt verbrauchen. So erscheint in den tieferen Schichten der Erde der Anthrazit, dem fast jede flüchtige Substanz abgeht und der dafür am reichsten an Kohlenstoff ist. In den höheren Lagern tritt dagegen der Lignit und das fossile Holz auf. Substanzen, welche weit weniger Prozente an Kohlenstoff enthalten. Zwischen diesen beiden äußeren Schichten trifft man je nach dem Grade des Druckes, der auf den Ablagerungen lastete, den Grafit, die fetten und die mageren Steinkohlen. Man ist auch zu der Annahme berechtigt, dass die Torfmoore nur wegen Mangels an Druck sich nicht weiter umbildeten. Der Ursprung der Steinkohlen, an welcher Stelle der Erde man sie auch immer finden mag, dürfte also kurz gesagt folgender sein. Versenkung ausgedehnter Wälder der geologischen Epoche in das Erdinnere. Dann Mineralisation der Pflanzensubstanzen durch die Wirkung des Druckes und der Wärme. Und das unter gleichzeitigem Einfluss der Kohlensäure. Die sonst so freigiebige Natur hat aber nicht genug Wälder untergehen lassen, um einen mehrtausendjährigen Verbrauch zu sichern. Die Steinkohle wird einmal zu Ende gehen. Das unterliegt keinem Zweifel. Die Maschinen der ganzen Welt werden einst zu Feiern gezwungen sein, wenn es nicht gelingen sollte, die Kohle durch ein anderes Heizmaterial zu ersetzen. In mehr oder weniger entfernter Zeit wird es keine weiteren Lager mehr geben als diejenigen, welche vielleicht in Grönland oder in der Nachbarschaft des Basin-Meeres eine ewige Eisdecke begräbt und an deren Ausbeutung selbstverständlich kaum zu denken ist. Das ist das unvermeidliche Los. Die jetzt noch so ergiebigen Kohlenlager Amerikas am großen Salzsee, am Oregon, in Kalifornien, werden dereinst nur eine ungenügende Ausbeute liefern. Dasselbe wird mit den Lagerstätten in Capreton von St. Laurent, Allegheny, Pennsylvania, Virginien, Illinois, Indiana und Missouri der Fall sein. Obwohl der Kohlenreichtum Amerikas, den der gesamten anderen Erde, um das Zehnfache übertrifft. Die Jahrhunderte werden nicht verinnern, ohne dass das tausendschlündige Ungeheuer Industrie auch das letzte Stückchen Steinkohle der Erde verschlungen haben wird. Ein Mangel wird nach dem Vorhergehenden sich also zuerst in der alten Welt fühlbar machen. Wohl existieren in Abyssinien, Natal am Zambesi in Mosambik und auf Madagaskar noch sehr reiche Vorräte des mineralischen Brennstoffes. Ihre geordnete Ausbeutung aber stößt auf die größten Schwierigkeiten. Die von China, Cochinchina, Birmanien, Japan und Zentralasien dürften schnell genug erschöpft werden. Die Engländer werden Australien mit seinem an Kohlenadern so reichen Boden gewiss vollständig ausgeraubt haben, bevor es dem Vereinigten Königreich an Brennmaterial gebricht. Zu dieser Zeit aber werden die bis in ihre feinsten Ausläufer erschöpften Kohlenminen Europas schon längst aufgelassen worden sein. Für die aufgeschlossene Größe der Kohlenlager der Erde geben nachfolgende Zahlen einen Anhaltepunkt. Das kohlenreichste Land ist unzweifelhaft Nordamerika mit 30 Millionen Hektar an Kohlenfeldern. Dann folgen England mit 1.570.000 Hektar, Frankreich mit 350.000, Preußen und Sachsen mit 300.000, Belgien, Spanien und Österreich mit je 150.000. Auch Russland, China und Indien sind reich an Steinkohlen. Die jährliche Produktion betrug durchschnittlich im Laufe der Jahrzehnte in England 1.751.415 Tonnen, in Preußen 22.731.532 Tonnen, in Frankreich 12.804.100 Tonnen, in Belgien 12.755.822 Tonnen, in Österreich-Ungarn 6.081.736, in Sachsen 2.871.553 Tonnen, In ganz Europa insgesamt 167.000.000 und 243.000 Tonnen, in Amerika wurden dazu jährlich 26 Millionen Tonnen hinzugefördert, in Australien 788.000, in Asien 558.000 Tonnen, In einem Gesamtwert von etwas über einer halben Milliarde Gulden oder ein und ein Achtel Milliarde Mark. In Europa ist also Großbritannien unzweifelhaft das kohlenreichste Land. Mit Ausnahme von Irland, das des mineralischen Brennmateriales fast vollständig entbehrt, besitzt es zwar enorme, aber nichtsdestoweniger erschöpfliche Reichtümer an Kohle. Das bedeutendste der einzelnen Bassins, das von Newcastle, welches den ganzen Untergrund der Grafschaft Northumberland einnimmt, produziert jährlich gegen 30 Millionen Tonnen, das heißt nahezu den dritten Teil des englischen Konsumes und zweieinhalbmal so viel als die Gesamtproduktion Frankreichs. Das Basin von Gell, das in Cardiff, Swansea und Newport eine ganze Bevölkerung von Bergleuten sammelte, liefert jährlich 10 Millionen Tonnen der so gesuchten Steinkohle dieses Distrikts. Weiter im Inneren beutet man die Bassins der Grafschaften von York, Lancaster, Derby und Stafford aus, welche zwar minder ergiebig, aber dennoch von großer Bedeutung sind. Endlich breitet sich zwischen Glasgow und Edinburgh in demjenigen Teile Schottlands, in den seine beiden umgebenen Meere so tief einschneiden, eines der ausgedehntesten Kohlenbasins aus. Die Summe all dieser Kohlenreviere bedeckt wie erwähnt einen Flächenraum von fast 1600.000 Hektaren und liefert jährlich die ungeheure Menge von fast 105 Millionen Tonnen des schwarzen Brennstoffes. Trotz alledem drohen aber die Bedürfnisse des Handels und Industrie in so ungeheurem Maße anzuwachsen, dass auch diese reichen Quellen einst versiegen müssen. Das dritte Jahrtausend der christlichen Zeitrechnung wird noch nicht zu Ende sein, wenn die Hand des Bergmannes in Europa schon jene Magazine entleert hat, in denen, um ein beliebtes Bild zu gebrauchen, die Sonnenwärme der ersten Erdentage aufgestapelt liegt. Gerade zu der Zeit, in der unsere Erzählung spielt, war eines der bedeutendsten Basins im schottischen Kohlenreviere durch übermäßig schnellen Abbau erschöpft worden. Es geschah das in den 10 bis 12 Meilen breiten Gebiete zwischen Edinburgh und Glasgow und betraf die Kohlenwerke von Aberfoyle, deren technischer Leiter, wie wir wissen, James Starr, so lange Zeit hindurch gewesen war. Seit 10 Jahren schon stand in diesen Schächten und Stollen die Arbeit still. Neue Adern fanden sich nicht, obwohl man damals die Bohrversuche bis zu einer Tiefe von 1500, ja selbst bis 2000 Fuß fortsetzte. Und als James Starr sich dann zurückzog, geschah es mit der Überzeugung, dass selbst die geringste Kohlenader bis in ihre letzten Ausläufer ausgebeutet sei. Es liegt unter diesen Verhältnissen auf der Hand, dass die Auffindung einer neuen, kohlenführenden Schichte in dem Untergrunde Englands ein bedeutungsvolles Ereignis gebildet hätte. Bezogen sich nun die ihm von Simon Ford versprochenen Mitteilungen auf einen derartigen Fund? Diese Frage legte sich James Starr mit dem geheimen Wunsche, sie bejaht zu sehen, selbst vor. Kurz rief man ihn nach einem anderen Punkte jenes reichen, schwarzen Indiens zu erneuter Tätigkeit auf? Er hoffte es so gern. Der zweite Brief hatte seinen Gedankengang allerdings aus jener ersten Richtung abgelenkt, doch legte er auf denselben jetzt weniger Wert. Der Sohn des alten Obersteigers war ja da und erwartete auf ihn an der vereinbarten Stelle. Der anonyme Brief hatte also jedenfalls keine ernste Bedeutung. Sobald der Ingenieur den Fuß ans Land setzte, kam der junge Mann auf ihn zu. Du bist Harry Ford? fragte ihn James Starr lebhaft, ohne jede andere Einleitung. Ja, Mr. Starr. Ich hatte dich kaum wiedererkannt, mein Sohn. Was ist doch aus dem Knaben in zehn Jahren für ein Mann geworden? Ich erkannte sie jedoch sofort, antwortete der junge Bergmann. Sie haben sich gar nicht verändert. Sie, Mr. Starr, sind noch immer derselbe, der mich am Tage des Abschiedes von der Grube Dotschart umarmt hat. So etwas vergisst sich nicht so leicht. Zunächst setz deine Mütze auf, Harry, mahnte der Ingenieur. Es regnet in Strömen und die Höflichkeit braucht nicht bis zum Schnupfenfieber zu reichen. Wollen Sie, dass wir vor der Hand irgendwo Schutz suchen, Mr. Starr? fragte Harry Ford. Nein, Harry. Die Zeit ist gemessen und es regnet ja noch voraussichtlich den ganzen Tag fort. Und ich habe eher Eile. Also lass uns aufbrechen. Ganz wie Sie wünschen, erwiderte der junge Mann. Sag mir, Harry, dein Vater befindet sich wohl auf? Ganz wohl, Mr. Starr. Und deine Mutter? Die Mutter auch. Dein Vater hatte mir doch geschrieben, mit ihm am Jero-Schachte zusammenzutreffen? Nein, geschrieben hatte ich den Brief. Aber Simon Ford sandte mir doch eine zweite Nachricht, durch welche jenes Zusammentreffen abgesagt wurde. Oh nein, gewiss nicht, antwortete der junge Bergmann. Nun gut, schloss James da, ohne des zweiten anonymen Schreibens für jetzt weitere Erwägung zuzutun. Später nahm er wieder das Wort. Kannst du wohl sagen, was der alte, brave Simon mir mitzuteilen hat? fragte er den jungen Mann. Mein Vater hat sich vorbehalten, das nur selbst zu tun. Aber du weißt es. Ja. Nun, Harry, ich will dich nicht weiter darum fragen. Also, vorwärts. Mich drängt es, Simon Ford zu sprechen. Doch was fällt mir ein? Wo wohnt er denn? In der Grube. Wie? In der Grube Dodgert? Jawohl, Mr. Starr, bestätigte Harry Ford. Deine Familie hat also das Kohlenberg seit dem Aufhören der Arbeiten nicht verlassen? Keinen Tag, Mr. Starr. Sie kennen den Vater. Da, wo er das Licht der Welt erblickte, da will er auch sterben. Ich verstehe, Harry. Ja, ja, ich weiß, es ist sein Geburtsort, die Grube, und er hat ihn noch nie verlassen wollen. Und es gefällt euch da? Ja, gewiss, Mr. Starr, denn wir lieben einander herzlich und haben nur sehr wenige Bedürfnisse. Schön, Harry, sagte der Ingenieur. Also, auf den Weg. James Starr durchschritt, begleitet von dem jungen Mann die Straßen von Callender. Zehn Minuten später hatten beide die Stadt in ihrem Rücken. Viertes Kapitel Die Grube Dotschart Harry Ford war ein großer, kräftig und wohlgewachsener junger Mann von 25 Jahren. Schon in frühester Jugend zeichnete er sich durch sein ernstes Gesicht und seine nachdenkliche Haltung vor seinen Kameraden in der Grube aus. Regelmäßige Züge, große, sanfte Augen, ein volles, mehr bräunliches als blondes Haar und ein liebenswürdiges Wesen. Alles vereinigte sich, ihn zum vollendetsten Typus des Lowlanders, das heißt, des besten Schlages der Niederlandsschotten, zu stempeln. Durch die harte Arbeit im Kohlenwerke, von sehr jungen Jahren an gestählt, war er nicht nur ein treuer Genosse, sondern auch eine reine und unverdorbene Natur. Teils geleitet von seinem Vater, teils getrieben von seinem eigenen Drange, hatte er immer fleißig gearbeitet und sich Kenntnisse zu sammeln gewusst, sodass er in dem Alter, wo man sonst meist selbst noch Lehrling ist, einen solchen schon unterrichtete und anlernte. Was von umso größerer Bedeutung in einem Lande ist, wo es infolge seines hochgebildeten Schulwesens nur wenige Unwissende gibt. Kam die ersten Jahre auch die Spitzhaue nicht aus Harryforts Händen, so wusste der junge Bergmann doch, sich die nötige Fortbildung zu verschaffen, die ihm den Eintritt in die Hierarchie der Kohlengrube ermöglichte. Und er wäre unzweifelhaft zum Nachfolger seines Vaters, als Obersteiger der Grube Dotschart aufgerückt, wenn dieselbe nicht hätte aufgegeben werden müssen. James Starr war ein guter Fußgänger, doch vermochte er, seinem Führer nur dadurch zu folgen, dass jener seine Schritte mäßigte. Der Regen fiel jetzt weniger heftig. Die großen Tropfen zerstäubten sich, bevor sie die Erde erreichten. Es waren eigentlich nur noch schwere Dunstmassen, welche von einer frischen Brise getrieben über den Erdboden dahin jagten. Harry Ford und James Starr, der junge Mann trug das leichte Gepäck des Ingenieurs, folgten etwa eine Meile weit dem linken Ufer des Flusses mit allen seinen vielen Windungen und Bogen und schlugen dann einen Weg über Land ein, der sie unter großen und noch vom Regen tropfenden Bäumen dahin führte. Zu beiden Seiten des Ufers lagen um abgeschlossene Meiereien üppige Wiesen und Weiten. Vereinzelte Herden labten sich an dem immergrünen Grase der niederen Landschaften Schottlands. Sie bestanden meist aus Kühen ohne Hörnern oder kleinen Schafen mit Seiden weicher Wolle, welche fast den Schäfchen aus den Spielsachen der Kinder glichen. Einen Schäfer sah man dabei nicht. Er mochte irgendwo Schutz vor dem Wetter gesucht haben, wohl aber trabte der Collie, ein diesen Gegenden des Vereinigten Königreiches eigentümlicher und durch seine Wachsamkeit berühmter Hund, fleißig um seine Pflichtbefohlenen umher. Der Yarrow-Schacht lag ungefähr vier Meilen von Callender. In James Starr regten sich, während er rüstig voranschritt, gar seltsame Gefühle. Seit dem Tage, da die letzten Tonnen Steinkohlen aus den Werken von Ebber Foyley in die Waggons der Eisenbahn nach Glasgow verladen worden waren, hatte er das Land nicht wieder gesehen. Jetzt war das ländliche Gewerbe an die Stelle der geräuschvolleren, schnelleren, beweglichen Industrie getreten. Der Kontrast erschien umso auffallender jetzt im Winter, wo die Feldarbeiten so gut wie ganz roten. Früher belebte die bergmännische Bevölkerung diese Gegend, zu jeder Jahreszeit über und unter der Erde. Tag und Nacht rasselten die schweren Kohlenwagen vorüber, die jetzt unter ihren verfaulten, schwellenbegrabenen Schienen knarrten unter der Last dieser Waggons. Jetzt traf man nur auf steinige oder erdige Straßen, wo sich früher die Tramways von den Gruben aus hinauszogen. James da glaubte, durch eine Wüste zu wandern. Der Ingenieur sah sich mit betrübten Augen um. Er blieb stehen, um Atem zu schöpfen. Er lauschte. Jetzt zitterte die Luft nicht mehr von dem fernen Pfeifen und dem keuchenden Atem der Dampfmaschinen. Am Horizonte mischte sich nirgends der von dem Industriellen so gerne gesehene schwarze Dampf mit den dicken Wolken des Himmels. Kein hoher zylindrischer oder prismatischer Schornstein sandte seine Rauchsäulen empor neben einem Werke, aus dem er selbst seine Nahrung schöpfte. Kein Abblaserohr hauchte hörbar den ausgenützten Dampf in die Lüfte. Der früher von dem Kohlenstaube beschmutzte Erdboden hatte jetzt auch ein reinlicheres Ansehen, an das sich James Dares Augen so gar nicht gewöhnen konnten. Als der Ingenieur stehen blieb, hielt auch Harry Ford seinen Schritt an. Der junge Bergmann wartete ohne ein Wort zu sprechen. Er fühlte recht wohl, was jetzt im Inneren des Ingenieurs vorgehen mochte und teilte diese schmerzlichen Gefühle. Er, ein Kind der Kohlengrube, dessen ganze Jugend in der Tiefe der Erde verflossen war. Ja, Harry, begann James Dares. Hier hat sich alles verändert. Und doch, es musste ja so kommen, da die Kohlenschätze einmal zu Ende gingen. Du denkst mit Schmerzen an diese Zeiten? Oh ja, gewiss, Mr. Star, erwiderte Harry Ford. Die Arbeit war hart, aber interessant wie der Kampf. Richtig, mein Sohn. Es war der Kampf in jedem Augenblick. Der Kampf mit der Gefahr des Einsturzes, der Feuerbrunst, der Überschwemmung, der schlagenden Wetter, welche ihre Opfer treffen wie ein Blitz. Hier galt es, eine mutige Stirn zu haben. Oh, du hast recht, das war ein Kampf, ein ewig aufregendes Leben. Die Bergleute von Alloa haben ein besseres Los gezogen als die von Aberfoyle, Mr. Star. Jawohl, Harry, antwortete der Ingenieur. Oh, es ist wirklich zu bedauern, fuhr der junge Mann lebhaft fort, dass nicht der ganze Erdball über und über aus Steinkohle besteht. Das wäre doch ein Vorrat für einige Millionen Jahre. Gewiss, Harry. Man muss aber doch zugeben, dass die Natur sehr weise gehandelt hat, unseren Planeten vorzüglich aus Sandstein, Kalk und Granit, das heißt, aus unverbrennlichen Stoffen zu bilden. Sie wollen damit doch nicht sagen, Mr. Star, dass die Menschen zuletzt den ganzen Erdball verbrannt hätten. Gewiss, mein Sohn, antwortete der Ingenieur. Die Erde wäre bis zum letzten Stück in die Dampfkesseln der Lokomotiven, Lokomobilen, Dampfschiffe und Gasanstalten gewandert. Und dabei wäre unsere Welt dereinst zugrunde gegangen. Das ist nun nicht mehr zu fürchten, Mr. Star. Dennoch werden wenigstens die Steinkohlen vielleicht schneller als die Statistik als jetzt ausrechnend zu Ende gehen. Ohne Zweifel, Harry. Und meiner Ansicht nach tut England sehr unrecht daran, sein Brennmaterial gegen das Gold anderer Nationen einzutauschen. Wahrhaftig, bestätigte Harry. Ich weiß sehr wohl, fuhr der Ingenieur fort, dass die Hydraulik und die Elektrizität ihre letzten Worte noch nicht gesprochen haben und dass man diese beiden Kräfte einst noch vorteilhaft ausnutzen wird. Doch wie dem auch sei, die Steinkohle gestattet eine so bequeme Anwendung und deckt so verschiedene Bedürfnisse der Industrie. Leider vermögen die Menschen sie nicht nach Belieben wieder zu erneuern. Wenn die Wälder der Erdoberfläche sich mit Hilfe der Wärme und des Wassers immer wieder ersetzen, so ist das doch mit den Wälderlagern des Erdinneren nicht der Fall. Und unser Planet wird voraussichtlich niemals wieder die Bedingungen bieten, welche zu ihrer Bildung unerlässlich sind. Immer weiter plaudernd schritten James da und sein Begleiter wieder rüstig vorwärts. Eine Stunde, nachdem sie Kalender verlassen hatten, langten sie an der Grube Dotschat an. Selbst ein ganz Unbeteiligter würde vor dem traurigen Anblicke des verlassenen Etablissements unangenehm berührt worden sein. Es erschien nur noch als das Skelett dessen, was es bei Lebzeiten gewesen war. Innerhalb eines weiten und von einigen mageren Bäumen eingefassten Viereckes bedeckte noch immer der Staub des mineralischen Brennstoffes den Boden, aber nirgends lagen Schlacken oder Kohlenstückchen mehr umher, alles war weggeschafft und vor langer Zeit verbraucht worden. Auf einem mäßigen Hügel erhob sich noch ein umfängliches mehrstöckiges Gerüst, an dem die Sonne und der Regen nagten. Über demselben sah man ein großes eisernes Rad und darunter die großen Trommeln, um welche ehemals die Taue liefen, welche die Kohlenkasten zutage förderten. In der unteren Etage desselben befanden sich jetzt verfallene Räume, für die Maschinen, deren Stahl- und Kupferteile früher so hell und lustig glänzten. Einige Mauerreste lagen da und dort auf der Erde, inmitten zerbrochener und nach und nach mit moosbewachsener Balken. Reste der Balanciers, an welchen die Stangen der Saugpumpen befestigt waren, geborstene und mit Schmutz erfüllte Stopfbüchsen, Getriebe ohne Zähne, umgestürzte Schaukelapparate, vereinzelte Sprossen an den Strebebalken, hervorstehend wie die Dornenfortsätze an den Rückenwirbeln eines Ichthiosaurus, schienen über einen halb zusammengebrochenen Viadukt, die nur noch zwei oder drei baufällige Pfeiler stützten, Pferde Bahngeläse, welche kaum noch das Gewicht eines leeren Wagens ausgehalten hätten. Diesen traurigen Anblick bot heute die Grube Dotschart. Der gemauerte Rand der Schachtöffnung, dessen Steine sich verschoben hatten, verschwand unter wucherndem Unkraut. Hier erkannte man wohl noch die Spuren eines Förderkastens, dort eine Stelle, an der einst die Kohlen abgelagert wurden, um nach Qualität und Größe sortiert zu werden. Daneben lagen Trümmer von Tonnen mit noch einem Stück Kette daran, Bruchstücke riesiger Balken und Blechtafeln eines geborstenen Kessels, verbogene Pumpenstangen und lange Balanciers über den Öffnungen der Luftschächte, beim Wind erzitternde Fußstege, schmale, unter den Füßen schwankende Brückchen, geborstene Mauern und halb eingedrückte Blechabdeckungen, welche früher über den Backsteinkaminern angebracht waren, die durch ihre Verstärkungen am Bodenende modernen Kanonen gleichen, deren Schwanzstück mit Stahlringen umgeben ist. Das Ganze machte den Eindruck der Verlassenheit, des Elends und der Trauer, der weder den Steinruinen eines Schlosses oder den Resten einer entwaffneten Festung in diesem Maße eigen ist. Eine entsetzliche Verwüstung, sagte James Starr mit einem Blick auf den jungen Mann, der aber keine Antwort gab. Beide begaben sich unter das Schuppendach über der Mündung des Yarrow-Schachtes, dessen Leitern noch bis nach den untersten Stollen der Grube herabreichten. Der Ingenieur neigte sich über die Mündung. Hier hörte man früher das pfeifende Geräusch der von mächtigen Ventilatoren angesaugten Luft. Jetzt gehnte hier ein schweigender Abgrund. James Starr und Harry Ford betraten den ersten Leiterabsatz. Zur Zeit, als hier noch gearbeitet wurde, dienten verschiedene sinnreich konstruierte Maschinen beim Betriebe mehrerer Gruben von Aber Foily, die in dieser Beziehung aufs Beste ausgerüstet waren. Zum Beispiel Förderkasten mit selbsttätigen Fallschirmern, welche in hölzernen Bahnen glitten. Oszillierende Leitern, sogenannte Engine Man, welche durch eine einfache hin- und hergehende Bewegung den Bergleuten gefahrlos hinab- und mühelos hinaufzusteigen erlaubten. Aber diese vervollkommneten Apparate freilich waren seit dem Aufhören der Arbeiten entfernt worden. Im Jarrowschacht verblieb nur noch ein langes Leitern-System, welches etwa von 50 zu 50 Fuß durch eine Art Podest getrennt war. Auf dreißig immer untereinander befindlichen Leitern gelangte man so bis zur Sohle des untersten Stollens in eine Tiefe von 1500 Fuß. Einen anderen Weg aus der Grube Dotschart nach der Erdoberfläche gab es nicht. Die Luft erneuerte sich im Jarrowschacht infolge seiner durch mehreren Stollen vermittelten Verbindung mit einer höher liegenden anderen Schachtöffnung. Natürlich stieg durch diesen umgekehrten Heber die wärmere Luft immer durch die letztere auf und wurde von der tiefer liegenden Mündung her ersetzt. Ich folge dir mein Sohn sagte der Ingenieur und machte dem jungen Mann ein Zeichen vor ihm hinab zu klettern. Wie sie wünschen Mr. Star du hast doch deine Lampe? Ja freilich ach wenn's doch noch die alte Sicherheits Lampe wäre die wir vor dem gebrauchen mussten. Freilich erwiderte James Star schlagende Wetter sind ja jetzt nicht mehr zu fürchten. Harry brachte ein einfaches Öllämpchen hervor dessen Docht er in Brand setzte. In der kohlenlosen Grube konnte sich ja Kohlenwasserstoffgas nicht mehr entwickeln. An eine Explosion war also nicht mehr zu denken und ebenso unnötig erschien es die Lichtflamme noch mit jener Scheidenwand von Drahtgeflecht zu umgeben welche sonst dazu bestimmt war die Entzündung der brennbaren Kohlengase außerhalb der Lampe zu verhüten. Die damals schon so verbesserte Dave'sche Sicherheitslampe war hier nicht mehr in Gebrauch. Wenn die Gefahr nicht mehr existierte so hatte das seinen Grund darin dass deren Ursache und mit dieser freilich auch das Brennmaterial der frühere Reichtum der Grube Dotschart nicht mehr vorhanden war. Harry stieg die ersten Sprossen der obersten Leiter hinab James Starr folgte ihm. Bald befanden sich beide in der tiefsten Finsternis, welche das Flämmchen der Lampe nur mühsam besiegte. Der junge Mann hielt die Lampe über seinem Kopf, um seinem Begleiter besser zu leuchten. Schon waren der Ingenieur und sein Begleiter etwa zehn Leitern im gewöhnlichen Bergmannschritt hinabgestiegen. James Starr betrachtete, soweit das matte Licht es gestattete, die Wände des Schachtes, dessen Auszimmerung sich noch erhalten, wenn auch da und dort etwas angefault zeigten. Beim fünfzehnten Absatz, das heißt also etwa in der Hälfte des Weges, machten sie für einige Augenblicke Halt. Ich habe nicht mehr deine Beine, mein Sohn, sagte der Ingenieur mit einem tiefen Atemzug. Indes, es geht doch noch. Sie haben ja eine gute Gesundheit, Mr. Star, erwiderte Harry. Aber bei mir ist es wohl kein Wunder, da ich so lange Zeit in der Grube gelebt habe. Du hast recht, Harry. Als ich auch erst einige zwanzig Jahre mit Leichtigkeit in einem Atemzug bis hinunter, doch lass uns weitergehen. Aber gerade als sie die weiterführende Leiter betreten wollten, ließ sich aus der Tiefe des Schachtes eine Stimme hören. Sie drang herauf wie eine allmählich anschwellende Woge und wurde zunehmend deutlicher. Nun, wer kommt denn da? fragte der Ingenieur, indem er Harry zurückhielt. Ich weiß es nicht, antwortete der junge Bergmann. Deines Vaters Stimme ist das nicht? Nein, sicher nicht, Mr. Star. Vielleicht also ein Nachbar? Wir haben keine Nachbarn in der Grube da unten. Wir sind ganz alleine. Gut, so lassen wir diesen Eindringling wohl erst vorüberziehen, sagte James Star. Nach Bergmannschem Brauch haben doch diejenigen, welche hinabsteigen, denen zu weichen, welche empor klimmern. Beide warteten. Die Stimme erklang jetzt ganz hell und wunderbar deutlich, als würde sie in einem ausgezeichneten akustischen Raume fortgeleitet werden. Und bald darauf drangen einige Worte aus einem bekannten schottischen Lied bis zum Ohre des jungen Bergmannes. Das ist das Lied der Sehen, rief Harry. Es sollte mich wundern, wenn es aus einem anderen Mund käme, als aus dem von Jack Ryan. Ja, und wer ist dieser Jack Ryan, der so vortrefflich singt? fragte James Star. Ein alter Kamerad aus der Er bog sich etwas über die Leiter vor. Hey Jack, rief er hinab. Bist du es, Harry, tönte es wieder herauf. Erwarte mich, ich komme. Bald hörte man den Gesang von Neuem. Wenige Minuten später erschien in dem Lichtkegel, den die Laterne nach unten warf, ein junger Mann von 25 Jahren, mit offenem Gesicht, lächelnden Zügen, heiterem Munde und hellblonden Haaren. Und betrat gleich darauf den Absatz der 15. Leiter. Sofort ergriff er die Hand Harrys und bewillkommnete diesen durch einen herzhaften Händedruck. Oh, das freut mich, dir noch zu begegnen, rief er. Beim heiligen Mungo, wenn ich gewusst hätte, dass du heute zur Erde hinauf gestiegen, dann hätte ich mir diese Kletterpartee in den Yarrow Schacht erspart. Hier, Mr. Star, sagte Harry, indem er die Laterne nach dem halb im Dunkeln stehenden Ingenieur richtete. Oh, Mr. Star, rief Jack Ryan, oh, unser Herr Ingenieur, ich hätte sie jetzt nicht wiedererkannt. Seit ich nicht mehr in der Grube bin, sind meine Augen ganz entwöhnt im Halbdunkeln zu sehen. Aber ich erinnere mich jetzt eines lustigen Burschen von damals, der immer fröhlich sang. Es sind freilich zehn Jahre darüber hingegangen, mein Sohn, aber das warst du, nicht wahr? Leibhaftig, Mr. Star, wenn ich auch meine Beschäftigung vertauschte, so habe ich doch den alten Humor behalten. Ei, lachen und singen, das ist doch wahrlich besser, als das ganze Jammern und Weinen. Gewiss, Jack Ryan. Und was machst du, seit das Werk stillsteht? Ich arbeite in der Mayerai von Melrose, in der Nähe von Irvin, in der Grafschaft Rensiv, gegen vierzig Malen von her. Freilich in den Werken von Aber Foyley war es eben besser, aber die Spitzhaue, die führte ich leichter als den Spaten um die Ecke und dazu gab es in der alten Grube so viele schöne Echos, welche die Lieder alle weit besser mitsangen als die da oben. Sie wollen dem alten Schacht einen Besuch machen, Mr. Star? Ja, Jack, bestätigte der Ingenieur. So will ich sie nicht aufhalten. Aber sag mir, Jack, fragte Harry, was führt dich denn heute herab nach unserer Cottage? Ich wollte dich besuchen, antwortete Jack Ryan, und zu dem Feste des Clans von Irvin einladen. Du weißt, ich bin Piper in dem Orte und da wird gesungen und getanzt. Ich danke, Jack, aber es wird mir unmöglich sein. Unmöglich? Ja, Mr. Stars Besuch bei uns, der könnte etwas länger dauern, und ich muss doch den Herrn Ingenieur nachher noch nach Kalender zurück begleiten. Nun, Harry, das Fest des Clans von Irvin, das ist doch auch erst in acht Tagen, und bis dahin, denke ich, wird der Besuch von Mr. Star wohl nicht dauern, und dann wird dich nichts in eurer Cottage zurück halten. Schlag ein, Harry, sagte der Ingenieur. Nimm die Einladung deines Kameraden an. Nun gut, ich komme, Jack, sagte Harry. In acht Tagen treffen wir uns zum Fest in Irvin. In acht Tagen also, nicht zu vergessen, antwortete Jack Ryan. Nun lebt wohl Harry, und adieu Mr. Star, ich bin so erfreut, sie endlich einmal wieder gesehen zu haben, und kann nun doch meinen Freunden einmal eine Nachricht von ihnen bringen. Es hat sie noch niemand vergessen, Herr Ingenieur. Und ich erinnere mich ebenso noch gerne an alle, sagte James Star. Ich danke ihnen auch im Namen der anderen, erwiderte Jack Ryan. Leb wohl Jack, sagte Harry, und drückte zum letzten Male die Hand seines Jugendfreundes. Jack Ryan verschwand bald singend in der Höhle des Schachtes, in dem der Schein der Lampe sich letztendlich verlor. Eine Viertelstunde später klommen James Star und Harry glücklich die letzte Leiter hinab und betraten den Boden der untersten Etage der Grube. Rings um die kleine runde Fläche, welche der Grund des Yarrow Schachtes bildet, liefen strahlenförmig mehrere Stollen aus, die letzten ergiebigen Adern des Kohlenwerkes. Diese drangen in die Schiefer- und Sandstein-Nasen ein und waren teilweise durch mächtige Balken gestützt, teils aber auch in dem loseren Erdreich angemauert. Einige davon hatte man auch mit dem Totengestein aus anderen Gängen wieder zugefüllt. Da und dort unterstützten die Decke mächtige Steinpfeiler, auf welche nun die übergelagerten tertiären und quartiernäeren Erdschichten ruten. Es herrschte tiefe Finsternis in diesen Galerien, welche ehemals die Lampen der Bergleute oder das elektrische Licht erhellte, das in den letzten Jahren des Betriebes hier in Anwendung gekommen war. Aber die nun dunklen Stollen halten auch nicht mehr wieder von dem Knarren der Hunde auf den Gleisen, noch von dem heftigen Anschlagen der Luftklappen oder den Stimmen der Karrenläufer, dem Wiehern der Pferde und Mauleseln, noch endlich von den Schlägen der Heuer oder dem Donner der Schüsse, wenn im Unterirdischen gesprengt wurde. »Wollen Sie ein Weilchen ausruhen, Mr. Star?« fragte der junge Mann. »Nein, mein Sohn,« antwortete der Ingenieur, »ich möchte gerne bald in der Cottage des alten Simons sein. So folgen Sie mir, Mr. Star, ich werde Sie führen, obwohl ich glaube, dass Sie den Weg in diesem dunklen Labyrinthe auch noch alleine finden würden. Oh, gewiss, ich habe noch den ganzen Plan der alten Grube im Kopf. Harry ging voraus und hielt die Lampe hoch, um dem Ingenieur den Weg besser zu erhellen. Der hohe Stollen glich fast dem Nebenschiffe eines mächtigen Domes. Der Fuß der Wanderer stieß noch an die alten Schwellen der Schienen aus der Zeit her, da das Werk noch im Gange war. Kaum hatten sie fünfzig Schritt zurückgelegt, als ein gewaltiger Stein dicht vor James Star dann niederschlug. »Nehmen Sie sich in Acht, Mr. Star«, rief Harry, indem er den Arm des Ingenieurs ergriff. Es war nur ein Stein, der sich loslöste, Harry. Die alten Schichten da über uns, die sind nicht besonders fest und Mr. Star antwortete Harry, mir kam es so vor, als wäre dieser Stein geworfen worden, von einer Menschenhand geworfen. Geworfen? fragte James Star. Was willst du damit sagen? »Nichts, nichts, Mr. Star«, antwortete Harry ausweichend, aber sein Blick war finster geworden und suchte die dicke Erdmauer zu durchdringen. »Wir wollen weitergehen. Nehmen Sie meinen Arm und fürchten Sie sich nicht, einen Fehltritt zu tun. Hier bin ich, Harry. Beide gingen weiter, während Harry wiederholt rückwärts sah und den Schein der Lampe nach dem dunklen Stollen wendete. Werden wir bald an Ort und Stelle sein? fragte der Ingenieur. In höchstens zehn Minuten. Es ist aber doch eigentümlich, murmelte Harry. Es ist das erste Mal, dass mir so etwas begegnet. Der Stein muss aber auch gerade in dem Augenblick herabfallen, als wir dort vorbeigingen. Das war wohl reiner Zufall, Harry. Ein Zufall, meinte der junge Mann kopfschüttelnd. Ja, ein Zufall. Harry war stehen geblieben. Er horchte. Was ist ihr, Harry? fragte der Ingenieur. Ich glaube, hinter uns Schritte zu vernehmen, antwortete der junge Mann und lauschte gespannt. Nach einer Weile sagte er, nein, ich habe mich doch wohl getäuscht. Stützen Sie sich auf meinen Arm, Mr. Star, benutzen Sie Gott, du bist doch der bravste Bursche in der Welt. Schweigend wanderten beide weiter durch den weiten dunklen Gang dahin. Harry wandte sich mehrmals rückwärts, um entweder ein entferntes Geräusch wahrzunehmen oder den Schimmer eines Lichtes zu sehen. Aber vor und hinter ihnen blieb alles finster und still. Fünftes Kapitel die Familie fort. Zehn Minuten später verließen sie endlich den Hauptstollen. Der junge Bergmann und sein Begleiter hatten eine Lichtung erreicht. Wenn man diesen Namen einer großen dunklen Höhle beilegen darf, welche des Tageslichtes allerdings nicht ganz vollständig entbehrte. Durch die Öffnung eines Verlassenen, die ganzen oberen Erdlagen durch dringenden Schachtes gelangten ein paar sparsame Lichtschimmer auch bis in diese Tiefe. Mittels des selben Schachtes vollzog sich auch die Lufterneuerung der Grube Dotschart, da die wärmere Luft des Inneren durch diesen hoch hinaufführenden Schlot abfloss. Ein wenig Luft und Licht drang also selbst unter dieses mächtig darüberliegende Schiefergestein bis zu jener Lichtung. An der nämlichen Stelle arbeiteten früher Mächtige zum Betrieb der Grube Dotschart gehörige Maschinen. Jetzt hauste seit zehn Jahren schon Simon Ford samt seiner Familie in dieser unterirdischen aus dem Schiefer Felsen gebrochenen Wohnung, die der alte Obersteiger mit Vorliebe seine Cottage nannte. Im Besitze einer gewissen Wohlhabenheit, welche er einem langen und arbeitsamen Leben verdankte, hätte Simon Ford recht wohl auch unter der Sonne des Himmels, inmitten lachender Bäume, in einer beliebigen Stadt des Landes wohnen können. Er und die Seinigen zogen es jedoch vor, das Kohlenwerk nicht zu verlassen, wo sie sich bei ihren übereinstimmenden Gedanken und Neigungen einfach glücklich fühlten. Ja, ihre 1500 Fuß unter dem Boden Schottlands versenkte Cottage gefiel ihnen ganz besonders. Abgesehen von manchen anderen Vorteilen hatten sie hier nicht den Besuch der Agenten des Fiskus, der Statemailers zu befürchten, welche die lästige Kopfsteuer eintrieben. Zu jener Zeit trug Simon Ford, der alte Obersteiger der Grube Dotschart, noch ungebeugt die Last seiner 60 Jahre. Groß, stark und gut gewachsen, konnte er für einen der besten Sornys des Bezirkes gelten, der den Regimenten der Highlanders so manchen schönen Rekruten zuführte. Simon Ford stammte aus einer alten Bergmannsfamilie, deren Stammbaum bis in die ersten Zeiten, als man anfing, die Kuhlenlager Schottlands auszubeuten, hinausreichte. Ohne mit Hilfe der Archäologie nachzuweisen, ob die Griechen und Römer schon die Steinkohle kannten, oder ob die Chinesen schon vor der christlichen Zeitrechnung ihre Kohlenschätze benutzten, ohne darüber zu grübeln, ob der mineralische Brennstoff seinen französischen Namen Huil, von dem eines Hufschmiedes Huilos, der im 12. Jahrhundert in Belgien lebte, entlehnt haben, so kann man doch mit Bestimmtheit behaupten, dass die Kohlenbasins Großbritanniens zuerst in den geregelten Betrieb genommen wurden. Schon im 11. Jahrhundert verteilte William der Eroberer die Ausbeute der Werke von Newcastle unter seinen Waffengefährten. Aus dem 13. Jahrhundert existiert ferner eine von Heinrich III. ausgefertigte Koncession zum Abbau der Meerkohle. Gegen Ende desselben Jahrhunderts geschieht auch schon den Kohlenfeldern von Schottlands und des Distriktes von Gels eine Erwähnung. Zu jener Zeit stiegen die Vorfahren Simon Forts zuerst in die Eingeweide der kaledonischen Erde hinab, um dieselben vom Vater auf den Sohne niemals wieder zu verlassen. Alle waren nur einfache Arbeiter und fast wie die Galeansklaven an den Abbau der Kohlen gefesselt. Man huldigte sogar der Anschauung, dass die Bergleute der Kohlenminen, ebenso wie die Salzsieder jener Zeit, wirklich Sklaven gewesen seien. Noch im 18. Jahrhundert war diese Ansicht in Schottland so verbreitet, dass man während des Krieges der Prätendenten fürchtete, es könnten sich die 20.000 Bergleute von Newcastle empören, um eine Freiheit zu erringen, die sie nicht wie dem auch sei, jedenfalls zählte sich Simon Ford mit einem gewissen Stolze zu den Kohlenberg-Leuten Schottlands. Er hatte mit eigener Hand eben da gearbeitet, wo seine Vorfahren einst Haue, Zange und Axt handhabten. Mit 30 Jahren schon schwang er sich zum Obersteiger der Grube Dotschart, der bedeutendsten unter den Werken von Ebber Foily empor und versah lange Jahre hindurch seinen Dienst mit unermüdlichem Eifer. Nur der eine Kummer bedrückte ihn, dass die kohlenführenden Schichten ärmer wurden und eine vollständige Erschöpfung in nahe Aussicht stellten. Eifrig widmete er sich der Aufsuchung neuer Adern in den Gruben von Ebber Foily, welche ja in unterirdischer Verbindung zueinander standen und hatte auch noch das Glück im Laufe der letzten Betriebsjahre einige solche zu entdecken. Sein bergmännischer Instinkt leistete ihm hierbei die besten Dienste und der Ingenieur James Starr wusste ihn recht wohl zu schätzen. Man könnte sagen, er prophezeite fast die Kohlenadern in der Tiefe, wie das Hydroskop etwa die Quellen unter dem Erdboden verrät. Doch wie gesagt, es kam die Zeit, da es mit den Vorräten der Kohlengrube zu Ende ging. Alle Sondierungen ergaben nur noch negative Resultate, die Adern waren ihres Inhaltes total entleert. Der Betrieb stockte, die Bergleute verschwanden. Man sollte wohl glauben, dass der für den größten Teil derselben wohl ein wahrhaft erschütterndes Ereignis war. Wer da weiß, dass der Mensch im Grunde die gewohnte Not und Sorge liebt, der wird weniger darüber erstaunt sein. Simon Ford ging es allen voran tief zu Herzen. Er, ein Bergmann durch und durch, hing mit tausend Ketten an seiner Grube. Seit seiner Geburt hatte er sie bewohnt und wollte sie auch nach dem Einstellen der Arbeiten nicht verlassen. Er blieb also. Sein Sohn Harry besorgte alle Bedürfnisse des unterirdischen Haushaltes. Er selbst aber war in zehn Jahren kaum zehnmal an das Tageslicht gekommen. Da hinaufgehen? Was soll ich da da oben? pflegte er zu sagen und verließ so gut wie niemals sein dunkles Heim. In dieser im Übrigen ganz gesunden Umgebung mit ihrer immer gleichmäßigen Temperatur fühlte der alte Obersteiger weder etwas von der Hitze des Sommers noch von der Kälte des Winters. Auch die Seinigen befanden sich wohl dabei. Was konnte er sich weiter wünschen? Eigentlich war er aber doch recht betrübt. Er sehnte sich zurück nach dem Leben und der Bewegung welche früher in dem so eifrig betriebenen Werke herrschten. Dabei trug er sich immer mit einer gewissen fixen Idee. Nein, nein, wiederholte er sich hartnäckig. Die Grube ist noch nicht erschöpft. Jedermann wäre gewiss schlecht angekommen, denn Gegenwart Simon Ford hätte in Zweifel ziehen sollen, dass das alte Ebber Foley doch noch einmal von den Toten auferstehen könne. Noch niemals hatte er die Hoffnung aufgegeben, ein neues Kohlenflötz zu entdecken, das der Grube wieder ihre frühere Bedeutung verliehen hätte. Im Notfalle hätte er gerne selbst Haue und Schlägel wieder in die Hand genommen und seine alten aber noch immer kräftigen Arme hätten sich an dem harten Felsen versucht. So durchstreifte er teils alleine, teils mit seinem Sohne die weiten Stollen und Gänge, forschte und suchte, um einen Tag wie den anderen ermüdet, aber nie verzweifelt, nach seiner Cottage zurückzukehren. Seine würdige Lebensgefährtin war die große und starke Match, the good wife, die gute Frau, wie die Schotten zu Sagen pflegen. Ebenso wenig wie ihr Gatte hatte Match die Grube verlassen wollen. Sie teilte nach jeder Hinsicht dessen Hoffnungen und Bekümmernisse. Sie ermutigte ihn, feuerte ihn an und sprach immer mit einem solchen Ernste, dass ihre Worte das Herz des alten Obersteigers erwärmten. Aber Feuli ist nur eingeschlafen, Simon, sagte sie. Gewiss, du hast recht, das ist nur die Ruhe, nicht der Tod. Match fühlte ebenfalls keine Sehnsucht nach der Außenwelt. Alle drei kannten kein anderes Glück als ihr stilles Leben in der dunklen Cottage. Hierher folgte also James Starr der an ihn ergangenen Einladung. Simon Ford erwartete den Gast vor seiner Türe und ging dem früheren Viewer, als Harrys Lampenlicht ihm seine Ankunft verriet, entgegen. Willkommen Mr. James, rief er mit einer Stimme, dass es von den Schieferfelsen widerhalte. Seien Sie hoch willkommen in der Cottage des alten Obersteigers. Wenn es auch 1500 Fuß unter der Erde liegt, so ist das Haus der Familie Ford doch deshalb nicht minder gastfreundlich. Wie geht es euch, wackerer Simon? fragte James Starr und drückte seinem Wirten die Hand. Ganz gut, Mr. Starr, wie sollte es denn anders sein, hier, wo wir vor jeder Unbilderwitterung gesichert leben. Ihre Dämchen da oben, welche nach New Haven oder Portobello gehen, um dort während des Sommers etwas Luft zu schnappen, die täten besser, ein paar Monate in den Gruben von Aberfoily zuzubringen. Hier würden sie sich sicher keinen Schnupfen holen, wie in den feuchten Straßen der Hauptstadt. Ich widerspreche euch hierin gewiss nicht, antwortete James Starr, erfreut, den alten Obersteiger noch unverändert wiederzutreffen. Wahrlich, ich möchte mir ja wohl die Frage vorlegen, warum ich mein Haus in der Canongate nicht gegen eine Cottage hier, in der Nähe der Eurigen vertauscht habe. Zu dienen ist das da. Einen von ihren früheren Bergleuten kenne ich, der da ganz entzückt darüber wäre, zwischen sich und ihnen nur eben eine dünne Scheidewand zu wissen. Und Match? fragte der Ingenieur. Die gute Frau befindet sich, wenn möglich noch besser als ich, erklärte Simon fort. Sie wird hoch erfreut sein, sie an ihrem Tische zu sehen, sie wird sich wohl selbst übertroffen haben, um sie auch gebührend in Empfang zu nehmen. Wir werden ja sehen, guter Simon, sagte der Ingenieur, dem übrigens nach dem langen Wege die Aussicht auf ein gutes Frühstück recht gelegen kam. Haben Sie etwas Hunger, Mr. Star? Ja, gewiss, die Reise hat mir Appetit gemacht. Ich bin durch ein abscheuliches Wetter hergekommen. Ach so, es regnet wohl da oben, bemerkte Simon fort mitleidig lächelnd. Ja, Simon, und die Wellen des Forts sind heute ebenso unruhig wie die eines Meeres. Nun wohl, Mr. James, hier bei mir regnet es niemals, aber ich brauche Ihnen diese Vorteile ja wohl nicht auszumalen. Da sind wir also an der Cottage. Nochmals nenne ich Sie herzlich willkommen. Simon Fort, dem Harry nachfolgte, ließ James da in die Wohnung eintreten. Dieselbe bestand in der Hauptsache aus einem geräumigen Saale, den mehrere Lampen erhellten, und von welchen die eine an dem angestrichenen Deckbalken hing. Die schon mit einem sauberen Tuche bedeckte Tafel in der Mitte des Raumes schien nur auf die Gäste zu warten, für welche vier lederüberzogene Stühle bereitgestellt waren. Guten Tag, Match, sagte der Ingenieur. Guten Tag, Mr. James, erbietete die backere Schottin, aufstehend, um ihren Gast zu empfangen. Es freut mich so sehr, sie wiederzusehen, Match. Es ist wohl stets eine Freude, Mr. James, Leute zu sehen, denen man sich immer gütig und wohlwollend erwies. Die Suppe wartet, Frau, fiel Simon Ford ein. Wir dürfen sie nicht warten lassen und Mr. James noch weniger. Er bringt einen Bergmannshunger mit sich und soll sich überzeugen, dass es unser Junge der Cottage an nichts fehlen lässt. Da fällt mir ein, Harry, fügte der alte Obersteiger gegen seinen Sohn gewendet hinzu. Jack Ryan war hier, dich zu besuchen. Ich weiß es, Vater, wir begegneten ihm im Jarrowschachte. Er ist ein guter, ein lustiger Kamerad, sagte der alte Simon, aber es scheint ihm da oben zu gefallen. Er hat kein richtiges Bergmannsblut in den Adern, aber nun zu Tische, Mr. James, wir wollen tüchtig frühstücken, denn möglicherweise dürften wir erst sehr, sehr spät zu einem Essen zurück kommen. Als sich der Ingenieur selbst nebst den anderen schon niederlassen wollte, nahm er nochmals das Wort. Einen Augenblick Simon, begann er, wünscht ihr, dass ich recht nach Herzenslust zu lange? Das wird uns die größte Ehre sein, Mr. James, antwortete Simon fort. Nun gut, aber so darf es keine Ungewissheit auf mir lastend geben. Ich habe vorher zwei Anfragen an Sie zu stellen. Dann bitte fragen Sie Mr. James. Ihr Brief, er verspricht mir eine für mich interessante Mitteilung. Gewiss, das wird sie sein. Für euch? Für Sie und für mich Mr. James. Doch möchte ich sie Ihnen erst nach dem Essen und an Ort und Stelle offenbaren. Simon, fuhr der Ingenieur fort, seht mich ordentlich an, so, gerade in die Augen. Eine interessante Mitteilung? Ja? Gut. Ich frage jetzt nicht weiter, setzte er hinzu, als hätte er die erwünschte Antwort schon in den Augen des alten Obersteigers gelesen. Und die zweite? Wisst ihr vielleicht, Simon, wer das hier an mich geschrieben haben könnte? antwortete der Ingenieur und zeigte jenem den anonymen Brief. Samenfort nahm das Schreiben und las es aufmerksam durch. Dann zeigte er es seinem Sohne. Kennst du diese Handschrift? fragte er. Nein, Vater, erwiderte Harry. Und dieser Brief trug auch den Poststempel von Aber Foley? erkundigte sich Simon Ford weiter. Ganz wie der Eure, bestätigte James da. Was denkst du hier über Harry? fragte Simon Ford, über dessen Stirn ein leichter Schatten lief. Ich meine Vater, antwortete Harry, es wird irgendjemand ein Interesse daran gehabt haben, Mr. James' Besuch bei dir zu Aber wer in aller Welt? rief der alte Bergmann. Wer hat vorzeitig von meinen Gedanken Kenntnis haben können? Simon Ford versank in nachdenkliches Träumen, aus dem ihn Erstmatch Stimme wieder weckte. Bitte nehmen Sie Platz, Mr. Star, sagte sie, die Suppe wird ja kalt. Für jetzt wollen wir uns über diesen Brief aber nicht mehr den Kopf zerbrechen. Auf die Einladung der Frau hin, Match und Vater und Sohn zu den beiden Seiten derselben. Es gab eine vortreffliche schottische Mahlzeit. Man aß zuerst einen Hodgepodge, eine Suppe mit Fleisch in kräftiger Bouillon. Nach des alten Simons Urteil übertraf niemand seine Gattin in der Bereitung des Hodgepodge. Dasselbe war der Fall mit dem Kackilecki, eine Art Ragout von Huhn mit Lauch zubereitet, das wirklich alles Lob verdiente. Das ganze ward mit ausgezeichnetem, aus den besten Quellen Edinburghs bezogenem Ale befeuchtet. Das Hauptgericht aber bildete ein Haggis, der nationale Pudding aus Fleisch und Gerstenmehl. Dieses prächtige Gericht, welches Burns seiner Zeit zu einer der schönsten Oden begeisterte, hatte freilich das Schicksal alles Schönen auf der Erde. Es ging wie ein Traum vorüber. Match verdiente die aufrichtigsten Lobsprüche ihrer Gäste. Das Frühstück endete mit einem Dessert von Käse und Cakes. Das sind sehr fein zubereitete Haferkuchen, zu welchen kleinen Gläschen mit Askeborg, einem sehr schönen Kornbrandwein, der 25 Jahre, also gerade so alt wie Harry war, gereicht wurde. Diese Mahlzeit nahm eine volle Stunde in Anspruch. James Dahl und Simon Ford hatten nicht nur tüchtig gegessen, sondern auch geplaudert, vorzüglich von der Vergangenheit der Berge von Aberfoyle. Harry verhielt sich mehr schweigend. Zweimal hatte er die Tafel, ja sogar das Haus verlassen. Offenbar quälte ihn seit dem Ereignis mit dem Stein eine gewisse Unruhe und er wollte die Umgebung der Cottage im Auge behalten. Der Anonyme Brief konnte auch nicht gerade dazu beitragen, ihn zu beruhigen. Als er sich einmal entfernt hatte, sagte der Ingenieur zu Simon Ford und Match, Ihr habt da wirklich einen braven Sohn, meine Freunde. Ja, Mr. James, ein gutes und dankbares Kind, bestätigte der alte Obersteiger. Gefällt es ihm hier bei euch in der Cottage? Er würde uns nicht verlassen. Habt ihr schon einmal daran gedacht, ihn einmal zu verheiraten? Harry und heiraten, rief Simon Ford. Ihr wen denn? Etwa ein Mädchen von da oben, welches in Feste und Tänze vernaht ist und ihren heimischen Clan, den dann doch noch unserer Höhle vorziehen würde? Das kann doch selbst Harry nicht wollen. Du wirst aber nicht verlangen, lief sich Match vernehmen, dass sich unser Harry niemals eine Frau nimmt. Ich werde gar nichts verlangen, fiel ihr der alte Bergmann ins Wort. Doch das eilt ja nicht. Wer weiß, ob wir eine für ihn finden? Harry trat wieder ein und Simon Ford unterbrach seine Worte. Als sich Match vom Tisch erhob, folgten die anderen ihren Beispiele und setzten sich kurze Zeit an die Tür der Cottage. Nun, Simon, begann der Ingenieur, ich bin ganz ohr. Mr. James, erwiderte dieser, ich bedarf ihrer Ohren weniger als ihre Beine. Fühlen sie sich kräftig? Vollständig, Simon. Ich bin bereit, euch zu folgen, wohin es immer sei. Harry, sagte Simon Ford zu seinem Sohne, zünde uns die Sicherheitslampe an. Ihr braucht Sicherheitslampen, rief James da erstaunt. Trotzdem eine Entzündung schlagender Wetter in der kohlenleeren Grube doch nicht mehr zu besorgen ist. Jawohl, Mr. James, aus Vorsicht. Möchten Sie mich nicht auch noch in eine Bergmannsbluse stecken, mein wackerer Simon? Noch nicht, Mr. James, noch nicht, erwiderte der alte Obersteiger, dessen Augen ganz eigentümlich erglänzten. Harry, der in das Haus zurückgegangen war, erschien eben wieder mit drei Sicherheitslampen. Er überreichte die eine dem Ingenieur, seinem Vater die zweite und behielt die dritte selbst in der linken Hand, während er mit der rechten einen langen Stock ergriff. Nun denn, vorwärts, mahnte Simon fort und rüstete sich mit einer tüchtigen Spitzhaue aus, welche neben der Tür der Cottage lag. Vorwärts, wiederholte der Ingenieur. Auf Wiedersehen, Match, Gott sei mit euch, sagte die alte Schottin. Etwas Abendbrot, Frau, hörst du, rief Simon fort zurück. Wir werden Hunger haben, wenn wir zurückkommen und deinem Imbiss alle Ehre antun. Sechstes Kapitel Einige unerklärliche Erscheinungen Es ist bekannt, wie viel in den bergigen und ebernen Teilen Schottlands noch Aberglau beherrscht. In gewissen Clans lieben es die Gutsbesitzer und Bauern, sich durch die Erzählungen aus der hyperboreischen Mythologie zu unterhalten. Obwohl für die Bildung des Volkes in diesem Lande sehr freigebig und in ausgedehnten Maße gesorgt wird, so hat sich diese, jene Legenden doch nicht zu dem, was sie sind, das heißt zu Fiktionen zurückzuführen vermocht. So fest scheinen sie mit dem Boden des alten Kaledoniens gleichsam verwachsen zu sein. Hier ist noch immer das Reich der Geister und Gespenster, der Kobolde und der Feen. Da erscheinen böse Geister in den verschiedensten Formen. Der Seher des Hochlandes, der durch ein zweites Gesicht bevorstehende Todesfälle ankündigt. Der May Mullach, der sich in der Gestalt eines jungen Mädchens mit behaarten Armen zeigt und den mit einem Unglück bedrohten Familien dieses meldet. Die Fee Branchie, ebenfalls eine Verkünderin trauriger Ereignisse. Die Brawnies, welche als Beschützer des Hausrates angesehen werden und der Jörisk, der vorzüglich an den wildromantischen Schluchten des Katharinensees sein Wesen treibt. Und noch viele andere. Es versteht sich von selbst, dass die Arbeiterbevölkerung der schottischen Kohlenwerke ihren eigenen Beitrag zu den Legenden und Fabeln dieses mythologischen Repertoires lieferte. Wenn die Berge des Hochlandes von guten und von bösen chimerischen Wesen belebt waren, so mussten doch die finsteren Kohlengruben mit noch weit größerem Recht bis in ihre letzten Tiefen von solchen bewohnt sein. Wer sollte denn in stürmischen Nächten die Erdschichten erschüttern? Wer führte die suchende Spitzhaue noch zu unausgebeuteten Adern? Wer entzündete die schlagenden Wetter und erregte jene furchtbaren Explosionen, wenn nicht irgendein Berggeist? Das war mindestens die ganz allgemein verbreitete Anschauung unter den abergläubischen Schotten. Der größte Teil der Bergleute glaubte wirklich bei rein physikalischen Erscheinungen fiel lieber an etwas Geisterhaftes und es wäre verlorene Mühe gewesen, die Leute davon abzubringen. Wo hätte sich auch die Leichtgläubigkeit besser entwickeln können als in den stillen Tiefen dieser Abgründe. Selbstverständlich mussten sich solche übernatürlichen Ereignisse in den Werken von Aber Foyley, welche gerade inmitten der sagenreichen Gegenden lagen, mehr als anderwärts abspielen. Es war das auch wirklich schon länger der Fall, als in der neuesten Zeit noch verschiedene, bisher unerklärliche Erscheinungen hinzutraten, die der Leichtgläubigkeit der großen Menge nur neue Nahrung zuführten. Zu den abergläubigsten Leuten in der Grube Dotschart gehörte Jack Ryan, der Arbeitsgenosse Harrys. Dieser hatte auch noch ein anderes Interesse an allem Übernatürlichen. Er schuf sich seine Lieder aus jenen fantastischen Geschichten, mit deren Vortrag er an den langen Winterabenden den lautesten Vopper. Den lautesten Beifall seiner Zuhörer gewann. Jack Ryan war aber nicht alleine so abergläubisch. Seine Kameraden bestätigten alle, dass es in den Gruben von Aber Foily nicht geheuer sei und sich hier, ganz wie in den Hochlanden, häufig geisterhafte Wesen zeigten. Wenn man die Leute so sprechen hörte, dann musste man fast an ihre Erzählungen glauben. Es gibt ja für Gnome, Berggeister und Gespenster aller Art kaum eine geeignetere Stätte als die dunkle, stille Tiefe eines Bergwerkes. Hier war die Szene für sie vollständig eingerichtet. Warum sollten also die übernatürlichen Personen versäumen, da selbst ihre Rolle zu spielen? Das war wenigstens der Gedankengang bei Jack Ryan und seinen Kameraden in den Werken von Aberfeuli. Wie erwähnt, hingen die verschiedenen Gruben alle durch lange Stollen untereinander zusammen. Der große von Tunneln durchsetzte und von Schächten durchbohrte Untergrund der Grafschaft Stirling bildete also eine Art Hypogeon, ein unterirdisches Labyrinth, das einem ungeheuren Ameisenbau ähnelte. Die Bergleute der verschiedenen Schächte begegneten sich häufig, wenn sie sich zur Arbeit begaben oder von dieser zurückkehrten. Sie konnten ihre Erlebnisse alle leicht einander mitteilen. Und so pflanzten sich die Märchen aus dem Werke von Grube zu Grube fort. Die Erzählungen gewannen dabei eine wunderbar schnelle Verbreitung, wobei sie von Mund zu Mund, wie es gewöhnlich geschieht, noch zusätzlich wuchsen. Zwei Männer alleine machten infolge ihrer hohen Bildung und ihres nüchterneren Charakters eine rühmliche Ausnahme und ließen sich nirgends zu der Annahme einer Einwirkung von Berggeistern, Gnomen oder Feen verleiten. Das waren Simon Ford und dessen Sohn. Sie legten dafür ein weiteres Zeugnis ab, als sie auch nach dem Aufgeben der Arbeiten in der Grube Dotschart doch noch in der einsamen Höhle wohnen blieben. Vielleicht hatte die gute Match, wie es bei jeder Bergshot in der Fall ist, einen gewissen Hang zum Übernatürlichen. Alle Berichte über Geistererscheinungen und dergleichen wiederholte sie sich aber nur in ihrem eigenen Inneren. Wenn auch das mit aller Gewissenhaftigkeit, nur um die alten Traditionen wenigstens nicht zu vergessen. Doch wären selbst Simon und Harry Ford ebenso abergläubisch gewesen wie ihre Kameraden, sie hätten auch dann das Werk den Genien und Feen noch nicht überlassen. Die Hoffnung, neue Kohlenadern zu finden, hätte sie dem ganzen fantastischen Gesindel von Gnomen und Trollen trotzbieten lassen. Ihr Glaube konzentrierte sich nur auf den einen Punkt. Sie konnten nicht zugeben, dass die Kohlenlager von Abba Foley schon vollständig erschöpft seien. Man hätte mit Recht sagen können, dass Simon Ford und sein Sohn in dieser Hinsicht buchstäblich einen richtigen Köhler Glauben hatten, einen Glauben an Gott, den nichts zu erschüttern vermochte. Zehnvolle Jahre lang, ohne einen Tag ganz zu feiern, nahmen Vater und Sohn unbeirrt in ihrer Überzeugung, Haue, Stock und Lampe zur Hand, gingen aus, nach neuen Schätzen zu suchen und beklopften jeden Felsen, um zu hören, ob er nur einen trockenen oder einen versprechenderen Ton von sich gab. Da die früheren Sondierungen den Granit der primären Informationen noch nicht erreicht hatten, blieben Simon und Harry Ford bei der Ansicht, dass die heute fruchtlose Untersuchung es morgen ja nicht zu sein brauchte, also rastlos wiederholt werden müsse. Ihr ganzes Leben verwendeten sie auf der Suche, den Werken von Aber Foley, ihr früheres Gedeihen wieder zu gewinnen. Sollte der Vater dabei unterliegen, bevor ein Erfolg erzielt war, so hätte der Sohn dieses Unternehmen alleine fortgesetzt. Gleichzeitig behielten diese beiden treuen Wächter der Kohlengrube auch deren Instandhaltung unentwegt im Auge. Sie prüften, ob irgendwo ein Einsturz zu befürchten sei, oder ob man den oder jenen Teil derselben dem Verfall überlassen müsse. Sie spürten dem Eindringen der Tageswasser nach, gruben Abflussrinnen und leiteten sie irgendeinem Schöpfbrunnen zu. Mit einem Wort sie dienten freiwillig als Beschützer und Erhalter dieser nun unproduktiven Anlage, aus der ehemals so große und jetzt in Rauch verflüchtigte Reichtümer hervorgegangen waren. Bei einigen dieser Exkursionen beobachtete vorzüglich Harry gewisse auffallende Erscheinungen, zu deren Erklärung er nicht gelangen konnte. Mehrmals, wenn er den oder jenen engen Stollen durchschritt, glaubte er ein Geräusch zu hören, als würde mit einer Haue kräftig an die Wand eines Ganges geschlagen. Da ihn weder etwas Übernatürliches noch etwas Natürliches erschrecken konnte, hatte Harry keine Mühe verdrießen sich lassen, dieser geheimnisvollen Arbeit auf die Spur zu kommen. Der Stollen war verlassen. Der junge Mann leuchtete mit der Lampe längs der Wände hin, ohne irgendein Zeichen von Axt oder Hackenschlägen aus neuerer Zeit daran zu entdecken. Er kam also zu dem Gedanken, dass ihn hier nur eine akustische Illusion, ein wunderbares, fantastisches Echo getäuscht habe. Andere Male, wenn er plötzlich seinen Lichtschein in irgendeine verdächtige Aushöhlung fallen ließ, hatte er etwas wie einen Schatten vorüberhuschen gesehen. Er sprang darauf zu, aber nichts. Er fand nicht einmal ein Schlupfloch, durch welches ein menschliches Wesen sich seiner Verfolgung hätte entziehen können. Zweimal während eines Monats hörte Harry, wenn er den westlichen Teil des Werkes besuchte, entfernte Detonationen, als wenn von Bergleuten eine Dynamitpatrone entzündet worden sei. Die genauesten Nachforschungen lehrten ihn beim zweiten Male allerdings auch, dass einer der stehen gelassenen Pfeiler durch eine Minensprengung umgeworfen worden war. Mit Hilfe seiner Lampe untersuchte Harry genau die von der Sprengung zerrissenen Wände. Sie bestanden aus dem Schiefer, der überhaupt in dieser Tiefe des Werkes vorherrschte. Hatte nun irgendjemand diese Minen gelegt, um vielleicht eine neue Ader zu entdecken? Oder beabsichtigte der Urheber nur, diesen Teil des Werkes zu verschütten? Diese Fragen tauchten ihn auf. Doch auch als er das Vorkommnis seinem Vater erzählte, konnte dieselben weder der alte Obersteiger noch er selbst befriedigend lösen. Es ist wunderbar, wiederholte Harry häufig. Der Aufenthalt eines unbekannten Wesens in dieser Grube ist doch kaum anzunehmen und dennoch außer allem Zweifel. Wollte außer uns auch noch ein anderer nachsuchen, ob sich nicht noch ein abbauwürdiges Flötz hier vorfinde? Oder hatte er nur die Absicht, vollends zu zerstören, was von dem Werke von Aber Foley noch übrig ist? Doch warum das? Ich muss es wissen und koste es das Leben. Vierzehn Tage vorher, ehe Harry Ford den Ingenieur durch die Irrgärten der Grube Dotschat leitete, glaubte er nahe daran zu sein, das Ziel seiner Nachforschungen zu erreichen. Mit einer mächtigen Fackel in der Hand streifte er durch den südwestlichen Teil der Grube. Plötzlich schien es, als verlösche nur wenige hunderte Schritte vor ihm, ein Licht, genau an dem Ausgang eines schiefen und nach aufwärts laufenden Schachtes. Er eilte dem Verdächtigen Scheine nach, vergeblich. Da Harry nicht gewöhnt war, natürlichen Erscheinungen eine übernatürliche Ursache zuzuschreiben, so folgte er daraus, dass hier bestimmt irgendein Unbekannter sein Unwesen treiben müsse. Aber trotzdem er mit peinlichster Sorgfalt auch die geringsten Ausbiegungen und Höhlen des Ganges untersuchte, war dennoch seine Mühe fruchtlos und verschaffte ihm keinerlei Gewissheit. Harry vertraute also auf den Zufall, der dieses Geheimnis entschleiern werde. Da und dort sah er wohl noch mehrmals Lichter schimmern, die St. Elms Feuern ähnlich von einer Stelle zur anderen hüpften. Sie leuchteten aber nur so kurz wie ein Blitz auf und er musste darauf verzichten, ihre Ursache weiter nachzuspüren. Hätten Jack Ryan oder die anderen leichtgläubigen Arbeiter der Grube diese fantastischen Flämmchen bemerkt, sie hätten dieselben ohne Zaudern einem außerirdischen Einfluss zugeschrieben. Harry freilich dachte hieran nicht im Mindesten, genauso wenig wie der alte Simon. Beide besprachen aber öfters diese Erscheinungen, welchen ihrer Ansicht nach irgendeine natürliche Ursache zugrunde liegen müsse. Warten wir es ruhig ab, mein Junge, sagte dann der Obersteiger. Das wird noch einmal alles an den Tag kommen. Wir bemerken hierzu, dass bisher weder Harry noch sein Vater das Ziel eines brutalen Angriffes gewesen waren. Wurde jener Stein, der so dicht vor dem Ingenieur niederschlug, von der Hand eines Übeltäters geworfen. So war das der erste verbrecherische Versuch, dessen sie sich erinnern konnten. James Darr antwortete, als man ihn um seine Ansicht hierüber fragte, dass der Stein sich von einem Gewölbe des Stollens abgelöst haben werde, nur Harry wollte eine so einfache Erklärung nicht gelten lassen. Er blieb dabei, dass der Stein nicht herabgefallen, sondern geworfen worden sei. Wenn er im Fallen nicht irgendwo angeprallt war, so hätte er niemals eine Kurve beschreiben können, außer eben, wenn er von einer fremden Gewalt geschleudert worden war. Harry sah darin vielmehr ein direktes Attentat gegen sich oder seinen Vater, wenn eben nicht gar gegen den Ingenieur selbst. Man wird zugeben, dass er hierzu einige Ursache hatte. Siebentes Kapitel Eine Erfahrung Simon Forts Es schlug Mittag an der alten hölzernen Wanduhr des Zimmers, als James Starr nebst seinen zwei Begleitern die Cottage verließ. Das durch den Ventilationsschacht herabdringende Tageslicht erhellte ein wenig die umgebende Höhle. Harrys Lampe erschien hier zwar überflüssig, sollte sich sehr bald aber als notwendig erweisen. Denn der alte Obersteiger beabsichtigte, den Ingenieur bis zum äußersten Ende der Grube Dotschart zu führen. Nachdem die drei Kundschafter – der Verlauf wird es lehren, dass es sich hier um eine Auskundschaftung handelte – etwa zwei englische Meilen der Hauptgalerie gefolgt waren, erreichten sie den Eingang eines engen Stollens, der wie ein Nebenschiff auf einer grünbemosten Auszimmerung ruhte. Er hielt etwa die gleiche Richtung ein, wie 1500 Fuß höher oben das Bett des Forth. In der Voraussetzung, dass James Dahr nicht mehr so wie früher mit den Irrgärten der Grube Dotschart bekannt sei, erinnerte ihn Simon Ford an die Grundzüge des Planes, indem er bezüglich der Hauptlinien auf die Gestaltung und Ortslage der Erdoberfläche darüber hinwies. Plaudernd gingen also James Dahr und der alte Bergmann weiter. Harry erleuchtete den Weg vor ihnen. Auch jetzt suchte er dadurch, dass er in allen dunklen Winkeln den Lichtschein hineinfallen ließ, irgendeinen verdächtigen Schatten zu entdecken. Haben wir sehr weit zu gehen, Simon? fragte der Ingenieur. Noch eine halbe Meile, Mr. James. Früher hätten wir den Weg freilich mittels der durch die Dampfkraft fortbewegten Hunde zurückgelegt, aber ach, diese Zeiten liegen weit hinter uns. Wir begeben uns also bis zum Ende des zuletzt abgebauten Flötzes? fragte James Dahr. Ja, wie ich sehe, kennen sie das Bergwerk noch recht genau. Nun, Simon, ich meine, es sollte euch auch schwer werden, noch weiter zu gehen. Ja, freilich, Mr. James. Ach, dort haben unsere Heuer das letzte Stück Kohle des Lagers ausgebrochen. Oh, ich erinnere mich, als ob ich noch dabei wäre. Ich selbst habe damals den letzten Schlag getan, der in meiner Brust stärker widerhalte als von dem Totengesteine. Rings um uns stand nun nichts mehr als der Sandstein und der Schiefer. Und als der letzte Karn zum Förderschacht dahinrollte, da bin ich ihm tiefbewegten Herzens gefolgt, wie dem Leichenzuge eines Armen. Mir war es, als wäre es die Seele des Bergwerkes, die damit im Fort zog. Die Rührung, mit welcher der alte Obersteiger diese Worte sprach, bemächtigten sich auch des Ingenieurs, der seine Gefühle teilte. Es waren die des Seemannes, der sein entmastetes Schiff verlässt. Es waren die des Seemannes, der sein entmastetes Schiff verlässt, des Verarmten, der das Haus seiner Ahnen abbrechen sieht. James da hatte Simon Fords Hand ergriffen und drückte sie herzlich. Aber auch dieser suchte die Hand des Ingenieurs, indem er den Druck erwiderte. So sagte er und indem er den Druck erwiderte, sagte er jenen Tages haben wir uns doch alle getäuscht. Nein, die alte Kohlengrube war noch nicht tot. Es war kein Leichnam, den damals die Bergleute verließen und und glaube behaupten zu können, dass sein Herz auch heute noch schlägt. Oh, reden sie, Simon, sie haben ein neues Flötz gefunden, rief der Ingenieur ganz außer sich. Ich wusste wohl, ihr Brief konnte ja nur diese eine Bedeutung haben, eine Mitteilung für mich und dazu noch in der Grube Dotschart. Welche andere Entdeckung als die einer neuen Kohlenader könnte mich Ich wollte Ihnen bemerkte Simon fort davon niemand anderem etwas wissen lassen. Daran tatet ihr recht, Simon, aber sagt mir, durch welche Sondierung oder wie habt ihr euch davon überzeugt? Hören Sie mir zu, Mr. James, antwortete Simon fort. Ein Kohlenflätz habe ich noch nicht aufgefunden. Ja, was denn dann? Nur den handgreiflichen Beweis dafür, dass doch noch ein solches vorhanden ist. Und dieser Beweis besteht? Können Sie mir glauben, dass sich aus der Erde schlagende Wetter entwickeln, wenn keine Kohle vorhanden wäre, sie zu erzeugen? Nein, gewiss nicht. Ohne Kohlen keine Bösen wetternd, es gibt niemals Wirkung ohne Ursache. So wie es keinen Rauch ohne Feuer gibt. Und ihr habt euch neuerdings von dem Vorhandensein solcher Kohlenwasserstoffgase überzeugt? Ein alter Bergmann wird sich hierin nicht täuschen, erwiderte Simon fort. Ich kenne unseren Feind, die schlagenden Wetter, doch schon allzu lange. Doch was, wenn das nun ein anderes Gas gewesen wäre, warf James da ein. Die Wetterluft ist fast geruchslos und ganz farblos. Sie verrät ihre Gegenwart eigentlich nur durch die Explosionen. Wollen Sie mir gestatten, Mr. James, antwortete Simon fort, zu erzählen, was ich deshalb und wie ich es deshalb angefangen habe. So nach meiner Art und Weise und entschuldigen Sie, wenn ich zu lange werde. James da kannte den alten Obersteiger und wusste, dass es am besten sei, ihn nun nicht mehr zu unterbrechen. Mr. James, fuhr jener also fort. Seit zehn Jahren ist kein Tag vergangen, ohne dass wir, Harry und ich, nicht bemüht gewesen wären, die Grube wieder ertragsfähig zu machen. Nein, gewiss kein Tag. Wenn noch ein Kohlenlager vorhanden war, wie wir hatten uns fest vorgenommen, es auszufindig. Es aufzufinden. Welche Mitteln konnten wir dabei anwenden? Bohrversuche? Das war unmöglich. Dagegen besaßen wir aber den Instinkt des Bergmannes. Und manchmal kommt man direkter zum Zähle, wenn man seinem Instinkte also, wenn man den Ratschlägen des Verstandes folgt. Das ist wenigstens so meine Idee. Und der ich definitiv nicht widerspreche, sagte der Ingenieur. Nun beobachtete Harry bei seinen Streifzügen durch den westlichen Teil des Werkes einige Male Folgendes. Am äußersten Ende der Nebenstollen flackerten aus dem schiefer Gestein manches mal kleine Flammen auf. Aber wodurch hatten sie sich entzündet? Ich weiß es heute genauso wenig wie damals, aber genug davon. Diese Flammen konnten nur folgen des vorhandenseins schlagender Wetter sein. Und für mich ist das gleich bedeutend mit dem vorhandensein von Kohle. Veranlassten diese Flammen denn niemals eine Explosion? fragte der Ingenieur lebhaft. Gewiss, kleine beschränkte Explosionen, bestätigte Simon fort. Ganz solche, wie ich sie selbst oft zustande zu bringen suchte, wenn es galt, schlagende Wetter nachzuweisen. Sie erinnern sich vielleicht, wie man früher verfuhr, um Explosionen in den Bergwerken zu verhüten, bevor unser guter Genius Humphrey Davy die Sicherheits Sicherheitslampe erfand. Jawohl, antwortete James Starr. Ihr sprecht von dem Büßer. Ich habe einen solchen, aber leider nie in der Tätigkeit gesehen. Freilich, Mr. James, dazu sind Sie trotz Ihrer 55 Jahre einfach zu jung. Ich, der ich zehn Jahre älter bin, habe noch den letzten Büßer des Kohlenwerkes Arbeiten gesehen. Man nannte ihn so, weil er eine weite, grobe Mönchskutte trug. Sein eigentlicher Name war der Feierman, der Feuermann. In jener Zeit besaß man kein anderes Mittel, die bösen Wetter unschädlich zu machen, als dass man sie durch kleine, absichtliche Explosionen vernichtete, bevor sie in größerer Menge sich in den Stollen anhäufen konnten. Zu dem Zwecke kroch der Büßer mit maskiertem Gesicht, den Kopf dicht in der Kapuze und den Körper, sorgfältig in seiner grob wollenen Kutte verhüllt über den Boden dahin. Er atmete in den unteren, in den reineren Luftschichten und hielt bei seinen Wanderungen aber eine lange, eine brennende Fackel hoch über seinen Kopf. Schwebte nun böses Wetter in der oberen Luft, so und so gelangte man durch häufigere Wiederholung dieser Operation dazu, die Gruben vor größerem Unheil zu bewahren. Ja, manchmal freilich das Stab der Büßer von den schlagenden Wettern getroffen auf der Stelle. Ja, dann ersetzte ihn ein anderer. So blieb es, bis die Dave'sche Sicherheitslampe in allen Kohlenwerken eingeführt wurde. Mir jedoch war noch jenes erstere Verfahren bekannt, durch dasselbe habe ich das auftreten schlagender Wetter eben auch hier noch erkannt und mich überzeugt, dass in der Grube Dotschart eben noch Kohlenvorräte vorhanden sind. Die Erzählung des alten Obersteigers von dem Büßer beruht vollkommen auf Wahrheit. Auf jene Weise verfuhr man in den früheren Jahren, um die Luft in den Kohlenwerken zu reinigen. Die Wetterluft, auch Wassermonokarbonat oder Sumpfgas genannt, ist farblos, fast total geruchlos, leuchtet angezündet sehr wenig und vermag die Atemluft nicht zu unterhalten. Der Bergmann vermöchte in diesem giftigen Gase nicht zu leben, so wenig wie das etwa in einem mit Leuchtgas gefüllten Gasometer möglich wäre. Ebenso wie letzteres, welches übrigens ein Bikarbonat des Wasserstoffes darstellt, bildet das Sumpfgas ein explodierendes Gemisch, sobald sich 5 bis 8 Prozent Luft damit vermengt haben. Die Entzündung dieses Gemisches geschieht dann auf irgendeine Weise und es erfolgt eine Explosion, welche oft die verderblichsten Katastrophen herbeigeführt hat. Dieser Gefahr nun beugt der Dave'sche Sicherheitsapparat vor, indem er die Flamme der Lampe durch ein feines Drahtgewebe isoliert, in welchem das Gas verbrennen kann, ohne dessen Entzündung nach außen zu verbreiten. Diese Lampe erfuhr wohl mehr als 20 Verbesserungen. Sie löscht aus beim Zerbrechen, ebenso wenn sie von dem Bergmann trotz der strengen Verbote zu öffnen versucht wird. Warum kommen aber dann dennoch Explosionen vor? Weil es keine Vorsicht abzuwenden vermag, dass der unkluge Arbeiter sich auf jeden Fall noch seine Pfeife anzuzünden sucht, oder dass ein Werkzeug beim Schlagen noch einen Funken ergebe. Alle Kohlenwerke leiden nicht gleichermaßen von schlagenden Wettern. Da, wo sich solche nicht erzeugen, ist die gewöhnliche Lampe gesetzlich gestattet, wie zum Beispiel in der Grube Tees oder in den Werken von Ernst ist die geförderte Steinkohle aber mehr fettiger Natur, so enthält sie eine verschiedene Menge an flüchtiger Stoffe, aus denen sich Wetterluft oft in reichlicher Menge entwickeln kann. Die Sicherheitslampe ist nun dazu eingerichtet, die Explosionen zu verhüten, welche umso gefährlicher sind, weil ja auch die nicht unmittelbar davon betroffenen Bergleute durch das bei der Verbrennung entstehende und die Stollen auf weite Strecken hin erfüllende unatembare Gas, das heißt durch die Kohlensäure, leicht ersticken können. Auf dem weiteren Wege erklärte Simon Ford dem Ingenieur noch, was er getan habe, sein Ziel zu erreichen, wie er sich überzeugt habe, dass die Ausscheidung von Wettergasen am Ende des unteren Stollens eben vor sich gehe, wie es an der Nordseite desselben, an dem auslaufenden Schiefergestein ihm gelungen sei, lokale Explosionen oder vielmehr Entzündungen des Gases zustande zu bringen, welche über die Natur des Letzteren keinen Zweifel übrig ließen und da taten, dass sich dasselbe zwar nur in geringer Menge, aber unausgesetzt entwickle. Eine Stunde nach dem Verlassen der Cottage hatten James Star und seine zwei Begleiter eine Strecke von vier Meilen zurückgelegt. Von seinen Wünschen, seinen Hoffnungen getrieben, hatte der Ingenieur des langen Weges nicht geachtet. Er überdachte alles, was ihm der alte Bergmann gesagt hatte und wog sorgsam die Argumente ab, welche für dessen vertrauensvolle Ansichten sprachen. Auch er glaubte, dass eine solche kontinuierliche Entwicklung von Wasserstoffmonokarbonat nur auf eine noch vorhandene Kohlenader zurückzuführen sei. Lag nur eine Art gaserfüllter Höhle im Schiefer zugrunde, wie das wohl dann und wann vorkommt, so hätte sich diese jedenfalls auf einmal entleert und konnte die Erscheinung sich nicht wiederholen. Nach Simon Fords Aussagen dagegen entwickelte sich das Gas fortwährend und ließ also eine Kohlenader in der Nachbarschaft vermuten. Die Reichtümer der Grube Dodgeart konnten dem zufolge also noch nicht völlig erschöpft sein. Nur blieb die große Frage übrig, ob es sich hier um ein größeres, also abbauwürdiges flötz flötz handele oder eben nicht. Harry, der seinem Vater und dem Ingenieur vorausging, blieb stehen. Wir sind an Ort und Stelle, rief der alte Bergmann. Gott sei Dank, Mr. James, nun sind wir da und wir werden es erfahren. Die sonst so sichere Stimme des alten Obersteigers ward etwas zitternd. Mein wackerer Simon, sagte der Ingenieur, beruhigt euch, ich bin gewiss ebenso erregt wie ihr, aber jetzt gilt es keine Zeit mehr zu verlieren. Hier, wo sich die drei Männer befanden, erweiterte sich das Ende des Stollens zu einer Art dunklen Höhle. Kein Schacht durchsetzte das Gestein, sodass der weit ausgebrochene Stollen ohne jede direkte Verbindung mit der Oberfläche der Grafschaft Stirling blieb. Kein Schacht so dass der weit ausgebrochene Stollen ohne jede direkte Verbindung mit der Oberfläche der Grafschaft Stirling verblieb. James da musterte mit höchstem Interesse den Ort, wo er sich befand. Noch sah man an der Schlusswand dieser Höhle die Spuren der letzten Spitzhackenschläge und sogar einige Reste von Sprenglöchern, die gegen Ende des Betriebes zur Loslösung des Gesteines gebohrt worden waren. Bei dem sehr festen Gefüge des Schieferfelsens hatte man es nicht notwendig gehabt, die letzte Aushöhlung zu stützen oder auch wieder aufzufüllen. Hier, zwischen dem Schiefer und dem Sandstein der tertiären Formation, lief die letzte Kohlenader aus. Hier war auch das letzte Stückchen Kohle aus der Grube Dotschart gefördert worden. An diesem Punkt, Mr. James, sagte Simon Ford, die Haue erhebend, werden wir das tote Gestein in Angriff nehmen müssen, denn hinter dieser Wand muss sich in größerer oder geringerer Tiefe das gesuchte Kohlenlager befinden. Und an der Oberfläche dieses Felsens fragte James da, habt ihr den Austritt von Wettergasen nachgewiesen? Gewiss, Mr. James, antwortete Simon Ford. Und ich habe es durch die bloße Annäherung mit meiner Lampe entzünden können. Harry, ist das ebenfalls wiederholt gelungen? In welcher Höhe? fragte James da. Gegen zehn Fuß von der Sohle des Stollens aus, antwortete Harry. James da hatte sich auf einen Felsblock gesetzt. Nachdem er die Atmosphäre der Höhle geprüft hatte, schien es fast, als zöge er die doch so zuversichtlichen Worte der beiden Bergleute stark in Zweifel. Das Wasserstoffmonokarbonat ist nämlich nicht vollständig geruchslos. Und den Ingenieur nahm es Wunder, dass dasselbe sich in einem ebenso geübten als auch scharfen Geruchssinne gar nicht offenbaren sollte. Fand sich dieses explosive Gas hier der Luft beigemischt, so konnte es doch nur in sehr geringen Quantitäten der Fall sein. Eine Explosion war also nicht zu fürchten und man konnte die Sicherheitslampe ohne Gefahr öffnen, um einen Versuch anzustellen, wie es der alte Bergmann schon vorher getan hatte. Was den Ingenieur in diesem Augenblick aber mehr beunruhigte, war nicht, dass er einen zu großen Gasgehalt der Luft voraussetzte, sondern, dass er eher glaubte, einen zu geringen, wenn nicht gar keinen anzutreffen. Sollten sie sich getäuscht haben, murmelte er für sich. Nein, das sind ja Leute, die sich auf die Sache verstehen. Und doch? Er wartete also, nicht ohne einige Unruhe, auf die von Simon Ford vorausgesagte Erscheinung. Aber eben jetzt schien auch Harry, ganz wie vorher ihm selbst, dieses vollständige Fehlen des Gasgeruches aufzufallen. Vater, begann dieser, mir scheint der Austritt des Gases aus dem Schieferfelsen hat aufgehört. Was? Aufgehört? rief der alte Bergmann erschrocken. Simon Ford schloss die Lippen hermetisch und saugte die Luft in mehreren tiefen Zügen durch die Nase ein. Plötzlich fuhr er auf und rief, gib mir deine Lampe, Harry. Simon Ford erfasste die Lampe mit zitternder Hand. Er entfernte das dieselbe umschließende Drahtnetz und ließ die Flamme in der freien Luft brennen. Wie erwartet entstand keine Explosion. Aber was hier viel bedeutsamer erschien, die Flamme schrumpfte nicht einmal ein wenig zusammen, wodurch sich sonst das Vorhandensein geringer Wettergasmengen verrät. Simon Ford nahm Harrys Stock, befestigte die Lampe an dessen Spitze und erhob sie in die höheren Luftschichten, in denen sich das Gas infolge seiner geringeren spezifischen Schwere hätte ansammeln müssen, selbst wenn es nur in der geringsten Quantität ausströmte. Die gerade aufsteigende weiße Flamme der Lampe deutete auf keine Spur von Wasserstoff Monokarbonat. An die Wand halten, sagte der Ingenieur. Ja, antwortete Simon Ford und bewegte die Lampe nach denjenigen Stellen der Wand hin, wo er und sein Sohn noch am Tage vorher die Gasentwicklung wahrgenommen hatten. Des alten Bergmannes Arm zitterte, als er die Flamme in der Höhe jener Spalten des Schiefers hinführte. Löse du mich ab, Harry! Harry ergriff den Stock und hielt die Lampe nach und nach an alle die gespaltenen Stellen im Schiefer, doch er schüttelte den Kopf, denn das leise Knistern und Zischen, welches das ausströmende Wettergas zu begleiten pflegt, drang nicht zu seinem Ohre. Eine Entzündung fand ebenfalls nicht statt. Es lag also auf der Hand, dass jetzt kein Gasmolekül aus der Wand hervorquoll. Nichts, rief Simon fort, dessen Faust sich mehr infolge des auflammenden Zornes, als der Entmutigung ballte. Da entfuhr ein Schrei Harrys Lippen. Was ist dir? fragte James da. Man hat die Spalten des Schiefers verstopft. Ja, sprichst du die Wahrheit? fragte der alte Bergmann. Seht selbst, Vater. Harry hatte sich nicht getäuscht. Deutlich erkannte man beim Scheine der Lampe die Verschließung der Spalten, welche erst, neuerdings mittels Kalk ausgeführt, sich deutlich, als eine lange weiße Linie zeigte, die durch darauf gestreuten Kohlenstaub nur unvollkommen verdeckt war. Er, rief Harry, das kann nur er getan haben. Welcher er? fragte James Starr. Nun, jener Unbekannte, antwortete Harry fort, der unser Reich heimsucht, er, dem ich hundertmal aufgelauert habe, ohne ihn zu erlangen. Derselbe, das steht nun außer Zweifel, der auch jenen zweiten Brief schrieb, um sie, Mr. Starr, von der Begegnung mit meinem Vater abzuhalten, und er in dem Stollen vom Yarrow-Schach, der her jenen hier ist kein Zweifel möglich, bei all diesen Vorkommnissen ist die Hand eines Menschen im Spiele. Harry hatte mit solch entschiedener Sicherheit gesprochen, dass sich seine Überzeugung auch dem Ingenieur unwillkürlich aufdrängte. Nur der alte Obersteiger beharrte bei seiner Ansicht, trotzdem man sich hier angesichts einer unleugbaren Tatsache befand, bei jener Verschließung der Schieferplatten, durch welche das Gas noch gestern hervorgedrungen war. Nimm deine Spitzhaue, Harry, rief Simon fort. Steig auf meine Schultern, mein Junge, ich bin noch fest genug, dich zu tragen. Harry verstand ihn. Sein Vater stellte sich dicht an die Wand. Er selbst schwang sich auf dessen Schultern, sodass er die verkitteten Spalten erreichen konnte. Sofort bearbeitete er mit wiederholten kräftigen Schlägen das umgebende Schiefergestein. Bald schüttchen, wie man es vom Champagner hört, der seine Kohlensäure durch einen nicht ganz dichten Pfropfen treibt. Ein Geräusch, das man in den englischen Kohlenwerken mit dem onomatopoetischen Namen Puff bezeichnet. Harry ergriff nun die Lampe und näherte sie dem Spalt. Es entstand eine leichte Detonation und längs der Wand hin hüpfte eine kleine rötliche an den Rändern blaue Flamme, ähnlich einem flackernden Irrlicht. Harry sprang wieder herunter und der alte Obersteiger ergriff als Ausdruck seiner innigsten Freude die Hände des Ingenieurs mit den Worten Hurra, Hurra, Mr. James, das Wettergas brennt, die Kohle ist da. Achtes Kapitel Eine Dynamitexplosion Der von dem alten Obersteiger angekündigte Versuch war also geglückt. Das Wasserstoffmonokarbonat entwickelte sich wie bekannt nur in und aus Kohlenlagern. Das Vorhandensein einer weiteren Ader des kostbaren Brennstoffes konnte also nicht mehr bezweifelt werden. Wie ausgedehnt, wie wertvoll sie wäre, das blieb der späteren Entscheidung überlassen. Diese Konsequenzen zog der Ingenieur aus den eben selbst beobachteten Erscheinungen. Sie stimmten übrigens vollständig mit denen Simon Ford's überein. Gewiss, sagte sich James da. Hinter dieser Wand verläuft noch eine Kohlenschicht, auf welche unsere Bohrversuche nicht trafen. Bedauerlich ist nur, dass fast die ganze Betriebsausrüstung des Werkes seit zehn Jahren verfallen und nun neu herzustellen ist. Aber immerhin, wir haben die Ader, welche man schon für erschöpft hielt, wieder aufgefunden. Und wir werden sie dieses Mal gewiss bis zu ihrem Ende verfolgen. Nun, Mr. James, fragte Simon Ford, was halten Sie von unserer Entdeckung? Tat ich nun Unrecht daran, sie zu belästigen? Bedauern Sie diesen letzten Besuch der Grube Dodge Schade. Oh nein, nein, mein alter Freund, antwortete James da. Diese Zeit war nicht verschwendet, aber es würde wohl der Fall sein, wenn wir nicht sofort zu der Cottage zurückkehrten. Morgen begeben wir uns wieder hierher und sprengen diese Wand mittels einer Dynamitpatrone. Treffen wir dann auf das Kohlenflöt selbst, so werden uns wiederholte Bohrversuche über dessen Ausdehnung und Mächtigkeit aufklären. Und ich gründe sobald diese unserer Erwartung irgendwie entsprechen, gewiss zur Zufriedenheit der alten Aktionäre eine Gesellschaft von Neu-Eberfeuli. Noch vor Ablauf von drei Monaten müssen dann die ersten Kohlenwagen aus der neuen Lagerstätte gefördert werden. Wohl gesprochen, Mr. James, rief Simon Ford freudig erregt. Die alte Grube verjüngt sich, wie eine Witwe, wenn sie wieder verheiratet. Das frische Leben der frühen Tage, es wird wieder aufblühen unter den Schlägen der Spitzhaue, dem Donner der Minen, dem Rasseln der Wagen und dem Wieren der Pferde, dem Knarren des Gestänges und dem Keuchen der Maschinen. Oh, ich soll das alles wieder erblicken. Ich hoffe, Mr. James, sie werden mich doch nicht für zu alt halten, mein Amt als Obersteiger wieder einzunehmen. Nein, wackerer Simon, gewiss nicht, ihr seid jünger geblieben als ich, alter Kamerad. Und beim heiligen Mungo, sie werden auch wieder unser Viewer sein. Möge uns die neue Ausbeutung recht lange anhalten und mir der Himmel die Gnade angedeihen lassen, meine Augen nicht eher zu schließen, bevor sie das Ende derselben gesehen haben. Der alte Bergmann jubelte laut auf vor Freude. James Starr teilte diese gewiss, aber er ließ den alten Simon auch gerne für zwei aufjauchzen. Harry allein blieb in Gedanken versunken. Vor seiner Erinnerung standen all jene sonderbaren und unerklärlichen Ereignisse, welche der Entdeckung des neuen Kohlenflötzes vorausgingen und erweckten in ihm manche Besorgnis für die Zukunft. Eine Stunde später trafen James Starr und seine zwei Begleiter wieder in der Cottage ein. Der Ingenieur aß mit bestem Appetit zu Abend und ging willig auf alle von dem rüstigen Obersteiger entwickelten Pläne ein und hätte ihn nicht der lebhafte Wunsch erregt, schon den nächsten Tag anbrechen zu sehen. Er würde nirgends in der Welt so gut geschlafen haben, als in dieser ungestörten Ruhe der Cottage. Am anderen Morgen brachen James Starr, Simon Ford, Harry und selbst Match nach einem kräftigen Frühstück zeitig auf und schlugen den gestrigen Weg wieder ein. Außer verschiedenen notwendigen Werkzeugen nahmen sie auch einige Dynamitpatronen mit, um das vorliegende tote Gestein zu sprengen. Außer einer mächtigen Fackel führte Harry auch eine größere Sicherheitslampe, welche zwölf Stunden lang brennen konnte mit sich. Das erschien ausreichend, sowohl für den Weg hin und zurück, als auch für den notwendigen Aufenthalt für weitere Nachforschungen, wenn solche ersprießlich schienen. Ansmerk, drängte Simon fort, als er mit seinen Begleitern das Ende des Stollens erreicht hatte. Er ergriff ein schweres Brecheisen und trieb es kräftig gegen die Schieferwand. Wartet einen Augenblick, sagte da der Ingenieur. Wir wollen uns zunächst überzeugen, ob hier noch alles unverändert ist und das Wettergas noch immer durch die Spalten drängt. Sie haben sehr recht, Mr. Star, zu. Was wir gestern hier verstopft fanden, das könnte es auch heute wieder sein. Auf einem Steinblock sitzend musterte Match sorgfältig die umgebende Höhle und die Wand, welche gesprengt werden sollte. Es ward konstatiert, dass sich alles noch in dem selben Zustand befand. Die Spalten im Schiefer zeigten keinerlei Veränderung. Das Wasserstoffmonokarbonat drang noch immer, wenn auch nur in geschwächtem Strome daraus hervor, was jedenfalls daher rührte, dass es seit dem gestrigen Tage schon ganz ungehinderten Abzug fand. Jedenfalls erschien dieses Hervorquellen so gering, dass es keine Befürchtung, es könnte sich hier ein explosives Luftgemisch gebildet haben, wach rief. James da und seine Begleiter konnten also ganz unbesorgt ans Werk gehen. Übrigens durfte man voraussetzen, dass hier die Luft sich allmählich reinigen musste, je nachdem sie sich nach den höheren Schächten und Galerien der Grube Dotschard verbreitete und dass die in diese großen Luftmengen verteilten Wettergase zu einer Explosion keine Veranlassung geben konnten. »Ans Werk also!« wiederholte Simon fort. Bald lösten sich unter seinen wuchtigen Schlägen abgesprengte Feldstücke los. Die Steinwand bestand im Wesentlichen aus Sandstein und Schiefer mit zwischengelagerten Puddinggesteinern, wie man sie nicht selten neben den Ausläufen von Kohlenflötzen antrifft. James darhob einige der durch das Werkzeug abgesprengten Bruchstücke auf und untersuchte sie sorgfältig, um vielleicht einen sicheren Hinweis auf Kohle daran zu entdecken. Die erste Arbeit nahm etwa eine Stunde in Anspruch, bis eine hilfreich, bis eine hinreichend tiefe Aushöhlung in der Hinterwand des Stollens hergestellt war. James Darh bezeichnete hierauf die Einzelstellen für die zu bohrenden Sprenglöcher, welche Harrys geübte Hand mittels Steinbohrer und Schläge sehr bald fertigstellte. Man setzte dann Dynamitpatronen in dieselben ein. Jene hatten eine lange, geteerte Lunte mit Sicherheitszünder innerhalb der eigentlichen Sprengmasse. Man zündete die Lunden an. James Darh und seine Begleiter zogen sich genügend zurück. Oh, Mr. James, sagte Simon fort, der seine Aufregung nicht zu meistern vermochte. Noch niemals hat mein altes Herz so erwartungsvoll geschlagen. Ich brenne schon darauf, die Kohlenader in Angriff zu nehmen. Geduld, Simon, ermahnte ihn der Ingenieur. Sie setzen doch nicht voraus, dass hinter dieser Wand schon ein Stollen fix und fertig zu finden sei. Entschuldigen Sie, Mr. James, erwiderte der alte Obersteiger. Ich setze alles voraus, was überhaupt möglich ist. Wenn Harry und mich schon das Glück durch die Entdeckung eines neuen Flötzes so außerordentlich begünstigte, ach, warum sollte es doch nicht bis zum Ende der Fall sein. Die Dynamitexplosion erfolgte. Rollend pflanzte sich der Donner in dem Netze der unterirdischen Gänge fort. James Starr, Match, Harry und Simon Ford eilten nach der Wand in der Höhle. Mr. James, Mr. James, rief der alte Obersteiger, sehen Sie, die Tür ist aufgesprungen. Diesen Vergleich Simon Fords rechtfertigte das sichtbar Werden einer neuen Aushöhlung, deren Tiefe man nicht zu schätzen vermochte. Harry wollte schon durch die Öffnung eindringen. Der Ingenieur, der übrigens sehr erstaunt war, jenen Hohlraum vorzufinden, hielt ihn zurück. Lass die Luft darin sich erst einmal reinigen, sagte er. Ja, Achtung vor den Muffetten, rief ihm Simon Ford zu. Eine Viertelstunde verging in ängstlicher Erwartung. Dann hielt man die an das Ende des Stockes befestigte Fackel möglichst weit in die neu eröffnete Höhle hinein und überzeugte sich, dass sie darin unverändert weiterbrannte. So, geh hinein, Harry, sagte James Star. Wir folgen dir nach. Das durch den Dynamit freigelegte Sprengloch war hinreichend groß, um einen Menschen passieren zu lassen. Mit der Leuchte in der Hand begab sich Harry ohne Zögern hindurch und verschwand bald in der Finsternis. James Star, Simon Ford und Match warteten bewegungslos. Eine Minute, wie lang erschien sie ihnen, verstrich. Aber Harry erschien nicht wieder. Er rief sie auch nicht. Als er sich dem gesprengten Eingange näherte, bemerkte James Star auch nicht einmal einen Lichtschein mehr, der die dunkle Höhle doch einigermaßen hätte erhellen müssen. Sollte Harry plötzlich der Boden unter den Füßen geschwunden sein? War der junge Bergmann vielleicht in irgendeine grundlose Tiefe gestürzt? Drang seine Stimme nicht mehr bis zu seinen Begleitern? Ohne sich über solche Möglichkeiten Rechenschaft zu geben, wollte eben der alte Obersteiger schon in die unbekannte Höhle eintreten, als erst ein schwacher, aber bald heller werdender Schein aufleuchtete und Harrys Stimme ertönte. Kommen Sie, Mr. Star, hierher, Vater, rief er. Der Weg durch Neu Aberfoyle, er ist offen. Neuntes Kapitel Neu Aberfoyle Wäre es möglich gewesen, mittels irgendeiner übermenschlichen Kraft, in einem Stück und in einer Dicke von etwa 1000 Fuß die ganze Erdrinde abzuheben, welche alle die Seen, Flüsse und Golfe der Grafschaften Stirling, Dumberton und Renfrew trägt, so würde man unter diesem enormen Deckel eine ungeheure Aushöhlung gefunden haben, der sich nur eine einzige andere auf der ganzen Erde, nämlich die berühmte Mammoth-Grotte in Kentucky, vergleichen könnte. Diese Aushöhlung bestand aus mehreren hunderten Zellen von jeder Form und Größe, einem Bienenkorbe mit verschiedenen, willkürlich angelegten Etagen nicht unähnlich, doch einem Bienenkorbe im riesenhaften Maßstabe, der Stadt der Bienen recht gut die Ichthyosauren, Megalherien und Pterodactylen der geologischen Vorzeiten hätte beherbergen können. Ein Labyrinth von Galerien, die einen höher als die höchsten Wölbungen der Kirchen, andere eng und gewunden, diese in horizontaler Richtung verlaufend, jene in ganz beliebiger Abwechslung schräg nach oben oder nach unten sich ziehend, stellten diese Höhlen dar, welche frei untereinander zusammenhingen. Die Pfeiler, welche die alle Baustile nachahmenden Wölbungen trugen, die dicken zwischen den Galerien verlaufenden Mauern und die Nebengänge in diesen sekundären Schichten waren alle aus Sandstein und schiefrigen Felsen zusammengesetzt. Zwischen diesen wertlosen Lagen aber und von denselben mächtig zusammengepresst zeigten sich herrliche Kohlenflötze, ähnlich schwarzem Blute, das in der Vorzeit durch dieses unentwirrbare Netz geflossen zu sein schien. Jene Lager erstreckten sich übrigens nach Norden und Süden in einer Länge von 40 Meilen und setzten sich sogar unter dem Grunde des Nordkanales fort. Die Mächtigkeit des gesamten Basins konnte freilich erst nach vielfachen Sondierungen abgeschätzt werden. Sein Gesamtinhalt aber übertraf ohne Zweifel weit die Kohlenvorräte Cardiffs, der Grafschaft Gales und der Flötze von Newcastle in der Grafschaft Northumberland. Hinzu kommt noch, dass die Ausbeutung dieser Kohlengrube gewiss eine sehr bequeme sein musste, weil die Natur schon durch die sonderbare Gestaltung dieser sekundären Gesteinsmassen durch ein unerklärliches Zurücktreten der mineralischen Stoffe in der geologischen Epoche, eben als diese Bergmasse erhärtete, eine Menge Stollen und Nebengänge in Neuerberfeule geschaffen hatte. Ja, die Natur allein. Man hätte wohl auf den ersten Blick glauben können, irgendeine seit Jahrhunderten verlassene Kohlenmine wieder aufgefunden zu haben, doch dem war nicht so. Solche Reichtümer hätte niemand liegen lassen. Die menschlichen Termiten hatten diesen Teil des Untergrundes von Schottland noch nicht durchwühlt. Alles war das reine Werk der Natur. Doch wie gesagt, kein Hypogeon Ägyptens, keine Katakombe der Römerzeit wäre jenen Höhlen zu vergleichen gewesen. Höchstens jene berühmten Mammoth-Höhlen, welche bei einer Länge von 20 Meilen 226 Straßen 11 Seen, 7 Ströme, 8 Wasserfälle, 32 unergründliche Schluchten und 57 ungeheurige Wölbezälen, von denen einige mehr als 400 Fuß Höhe haben. So waren auch diese Grotten von Ebberfeule nicht ein Werk von Menschenhänden, sondern ein solches des Schöpfers aller Dinge. Die Ehre der Auffindung dieses Gebietes mit all seinen unvergleichlichen Reichtümern gebührte ohne Zweifel dem alten Obersteiger. Ein zehnjähriger Aufenthalt in der Kohlengrube, eine seltene Zähigkeit in seinen Nachforschungen, ein unerschütterlicher Glaube und neben diesem ein ausgezeichneter bergmännischer Instinkt. Alles hatte sich hier vereinen müssen, um ihn einen Erfolg da erzielen zu lassen, wo alle Versuche anderer gescheitert waren. Warum setzte man mit den unter James Starrs Leitung während der letzten Jahre des Betriebes vorgenommenen Bohrversuche gerade hier dicht an der Grenze dieser neuen Kohlenmine aus? Man kann das nur dem Zufalle zuschreiben, der ja bei allen Nachsuchungen dieser Art eine so große Rolle spielt. Doch wie dem auch sei, hier in dem unterirdischen Schottlands lag eine ganze Grafschaft verdeckt, der um bewohnbar zu sein, nichts fehlte als die Sonne des Himmels oder irgendein anderes Gestirn, welches sie speziell beleuchtete. Das Wasser hatte sich hier in diesen verschiedenen Vertiefungen gesammelt und bildete Teiche, selbst noch größere Seen als der Katharinensee, der genau darüber lag. Freilich entbehrten diese Seen der Bewegung des Wassers, der Strömungen und Brandung. In ihnen spiegelte sich nicht das Bild irgendeines gotischen Schlosses. Weder Weiden noch Eichen hingen über ihre Ufer. Kein langer Schatten benachbarter Berge fiel auf ihre Oberfläche. Der Sonne strahlen zitterten nicht darin und der Mond ging niemals über ihrem Horizonte auf. Und dennoch wären diese tiefen Seen, deren Spiegel keine Brise kräuselte, nicht ohne Reiz gewesen, wenn der Glanz seines elektrischen Lichtes darüber gelegen und die viel verzweigten Kanäle gezeigt hätte, welche die Geografie dieses fremdartigen Gebietes vervollständigten. Wenn auch ungeeignet zu jeder pflanzlichen Vegetation, hätte es doch einer zahlreichen Bevölkerung als Wohnsitz dienen können. Und wer weiß wohl, ob inmitten dieser immer gleichmäßigen Temperatur im Grunde der Werke von Aber Foley ebenso wie in denen von Newcastle, Allowa und Cardiff, wenn ihre Lagerstätten erschöpft sein werden, wer weiß, ob die ärmere Klasse des Vereinigten Königreiches nicht einmal noch darin Zuflucht suchen wird. Zehntes Kapitel Hin und Zurück Auf Harrys Ruf hatten sich James Starr, Madge und Simon Ford durch den Eingang begeben, welcher die Grube Dodgeart mit der neuen Höhle in Verbindung setzte. Sie sahen sich hier am Anfange einer geräumigen Galerie. Man hätte glauben können, sie sei von der Hand des Menschen angelegt. Axt und Haue hätten sie zum Zwecke der Ausbeutung eines reichen Lagers erst gebrochen. Die Eintretenden legten sich auch zuerst die Frage vor, ob sie nicht in irgendeine alte Kohlengrube gelangt seien, von deren Existenz auch die ältesten Bergleute der Grafschaft keine Ahnung mehr hatten. Nein, die geologischen Schichten alleine hatten diese Galerien ausgespart, zu jener Zeit, als die sekundären Ablagerungen gebildet wurden. Vielleicht brauste hier in der Urzeit einmal ein mächtiger Strom, und als die Wasser von oben sich mit denen den abgründen verschlungenen Pflanzen mischten. Jetzt aber erschienen sie so trocken, als wären sie einige tausend Fuß tiefer durch die Granite des Urgeberges getrieben. Übrigens zirkulierte die Luft in denselben scheinbar leicht. Übrigens zirkulierte die Luft in denselben scheinbar leicht, was den Beweis lieferte, dass sie durch irgendwelche natürlichen Wetterschächte mit der äußeren Atmosphäre in Verbindung standen. Diese vom Ingenieur gemachten Bemerkungen wurden von allen bestätigt. Bezüglich der Wettergase, welche vorher durch die Spalten der Wände gedrungen waren, schien es doch, als seien sie nur in einer sogenannten Tasche angesammelt gewesen, die sich geleert hatte, wenigstens überzeugte man sich, dass die Luft der Galerien keine Spur davon enthielt. Aus Vorsicht hatte Harry jedoch nur die Sicherheitslampe mitgenommen, die ja für eine Brennzeit von zwölf Stunden ausreichte. James da und seine Begleiter waren hoch erfreut über diese alles übertreffende Erfüllung ihrer Wünsche. Rings um sie stand die Kohle an. Eine gewisse Erregung machte sie sprachlos. Selbst Simon Ford bezwang sich und äußerte sein Entzücken statt durch langer Sätze nur durch kurze Ausrufe der Verwunderung. Es war vielleicht unklug, sich so tief in diese Krypte hinein zu wagen und doch an die Rückkehr dachten sie ja jetzt kaum. Die Galerie erwies sich gangbar und verlief ziemlich gerade. Kein Spalt hemmte ihren Schritt, kein Puff atmete schädliche Dünste aus. Es lag also gar kein Grund vor, Halt zu machen. Und so wanderten James Starr, Madge, Harry und Simon Ford eine Stunde lang weiter, ohne dass sie durch irgendein Merkzeichen sich über die genaue Formation des unbekannten Tunnels hätten vergewissern können. Gewiss wären sie noch weiter vorgedrungen, wenn sie nicht das Ende des weiteren Weges erreicht hätten, dem sie von Anfang an folgten. Die Galerie mündete wiederum in eine ungeheure Höhle. In welcher Entfernung setzte sich die entgegengesetzte Wand herab? Die herrschende Dunkelheit verhinderte dies zu erkennen. Beim Schein der Lampe konnten die Wanderer aber erkennen, dass die unsichtbare Wölbung eine ausgedehnte, schlafende Wasserfläche, ein Teich oder See bedeckte, dessen pittoreske, von hohen Felsmassen eingefassten Ufer sich in der Finsternis verloren. Halt! rief Simon fort, indem er plötzlich stehen blieb. Einen Schritt weiter und wir stürzen vielleicht in einen Abgrund. Wir wollen ein wenig ausruhen, meine Freunde, meinte der Ingenieur. Auch werden wir an die Rückkehr nach der Cottage denken müssen. Unsere Lampen würden noch für zehn Stunden reichen, Mr. Star, sagte Harry. Nun gut, jedenfalls wollen wir Halt machen, wiederholte James Star. Ich gestehe, meine Beine haben es nötig. Und Sie, Match, verspüren Sie denn gar nichts von den Anstrengungen eines so weiten Weges? Nicht allzu viel, Mr. Star, antwortete die rüstige Schottin. Wir pflegten die alten Gruben von Abba Foley, öfter den ganzen Tag über zu durchstreifen. Pah, setzte Simon Ford hinzu, Match legte diesen Weg, wenn es nötig wäre, auch zehnmal zurück. Ich bleibe aber dabei, Mr. James. Meine Mitteilung war doch wohl der Mühe wert, die sie ihnen veranlasste. Wagen Sie Nein zu sagen, Mr. James, wagen Sie es nur einmal. Hi, mein alter Freund, eine solche Freude habe ich seit undenklicher Zeit nicht mehr gehabt, erwiderte der Ingenieur. Das Wenige, das wir von dieser Wundergrube gesehen haben, scheint darauf hinzudeuten, dass ihre Ausdehnung mindestens bezüglich der Länge eine sehr große ist. Bezüglich der Breite und der Tiefe nicht minder, Mr. James. vervollständigte Simon fort. Das werden wir später erfahren. Ich stehe dafür ein. Verlassen Sie sich auf meinen Instinkt des alten Bergmannes. Er hat mich noch nie getäuscht. Ich glaube euch ja gerne, Simon, sagte der Ingenieur lächelnd. Soweit ich es nach dieser oberflächlichen und kurzen Prüfung zu beurteilen vermag, besitzen wir hier Unterlagen zu einem mehrere Jahrhunderte andauernden Betrieb. Ja, Tausende, rief Simon fort. Ich glaube es, ja, ja, ich glaube es, Mr. James. Oh, es werden tausend Jahre vergehen, bevor das letzte Stück Kohle aus unserer neuen Mine gefördert wird. Gott gäbe es, erwiderte James da. Was was aber nun die Qualität der Kohle betrifft, welche hier an den Wänden ausläuft, die ist vortrefflich, Mr. James, ganz vortrefflich, fiel ihm Simon fort ins Wort. Da, sehen Sie nur selbst. Bei diesen Worten schlug er mit der Spitzhaue ein Stück von dem schwarzen Minerale los. Seht, seht, rief er, indem er seine Lampe näherte, die Bruchflächen der Kohle, sie glänzen. Wir finden hier eine Fette an bituminösen Stoffen reiche Steinkohle, die fast ohne Staub und Abfall in kleinere Stücke zerspringt. Oh, Mr. James, das ist ein Flötz, das Swansea und Cardiff eine fühlbare Konkurrenz machen wird. Die Konsumenten werden sich noch darum streiten und da sie im Moment mit so wenigen Unkosten zu gewinnen ist, Preise verkauft werden können. In der Tat, sagte Match, die ein Stückchen Kohle aufgenommen und es mit Kennerblick betrachtete. Das ist ein gutes Brennmaterial. Nimm dieses Stückchen mit nach der Cottage, Simon. Ich möchte das erste Erzeugnis der neuen Grube unter unserem Herde Brennern sehen. Oh, ganz recht, Frau, antwortete der alte Obersteiger. Und du wirst sehen, dass ich mich nicht getäuscht habe. Mr. Star, fragte da Harry, haben Sie wohl eine ungefähre Ansicht über die Richtung und den Verlauf der langen Galerie, welche wir in der neuen Kohlengrube durchschritten haben? Nein, mein Sohn, erwiderte der Ingenieur. Mit einem Kompass hätte ich seine allgemeine Richtung wohl feststellen können, aber ohne einen solchen befinde ich mich in derselben Lage wie der Schiffer oben auf dem Meere mitten im Nebel, wenn ihm das Nichtsichtbarsein der Sonne eine Aufnahme seiner Lage nicht gestattet. Ja, gewiss, Mr. James, warf Simon Ford ein, aber bitte vergleichen Sie unsere Lage nicht mit der eines Seemannes, der immer und überall immer nur den Abgrund unter sich hat. Wir stehen hier auf festem Grund und Boden und brauchen nicht zu fürchten, jemals unter zu gehen. Ich werde euch diesen Schmerz nicht machen, alter Simon, beruhigte ihn James da. Ferner sei von mir der Gedanke, das neue Kohlenwerk von Aber Foley durch einen ungerechten Vergleich herabzusetzen. Ich habe nur das eine sagen wollen, dass wir hier nicht wissen, wo wir eben sind. Wir sind im Untergrunde der Grafschaft Sterling, Mr. James, antwortete Simon Ford. Und das behaupte ich so sicher, Harry, indem er den alten Obersteiger unterbrach. Alle lauschten, ebenso wie der junge Bergmann. Sein geübtes Ohr hatte ein Geräusch vernommen, ähnlich einem entfernten Murmeln. James da, Simon und Match hörten es ebenfalls. Von den oberen Schichten her erklang es. Wie eine Art Rollen, an dem man, so schwach es auch war, ein Crescendo und ein Dekrescendo deutlich unterscheiden konnte. Einige Minuten verharrten alle vier in tiefem Schweigen. Plötzlich rief Simon fort. »Beim heiligen Mungo rollen denn da schon die Hunde über die Schienen in Neu Aber Foley?« »Vater«, erwiderte Harry, »mir scheint das Geräusch vielmehr wie von einer Wassermasse her zu rühren, welche über einen Uferrand hinweg rollt. »Wir sind hier doch nicht unter dem Meere«, meinte der alte Obersteiger. »Das nicht«, erklärte der Ingenieur, aber es wäre nicht unmöglich, Schichten über uns freilich nur einen geringen Durchmesser haben, da man das Rauschen des Wassers ja so deutlich hört. »Das ist leicht denkbar«, erwiderte James Star, und wird wohl dadurch zu erklären sein, dass diese Höhle selbst sehr hoch hinaufreicht. »Damit könnten Sie Recht haben, Mr. Star«, sagte Harry. »Übrigens ist draußen sehr schlechtes Wetter«, fuhr James Star fort, und die Wogen des Sees werden wohl ebenso wild aufgeweilt sein, wie die des Golfes von Forth. »Nur immerzu«, fiel Simon Ford ein, »die Steinkohlenschicht wird deshalb nicht schlechter sein, dass sie unter einem See lagert. Es würde nicht das erste Mal sein, dass man der Kohle selbst bis unter den Grund des Ozeanes nachgeht. Und sollten wir alle Tiefen der Nordsee durchwühlen, was wäre schon so Schlimmes daran?« »Bravo, Simon«, sagte der Ingenieur, der sich eines Lächelns über den Enthusiasmus des alten Obersteigers nicht enthalten konnte. »Wir treiben unsere Stollen hinaus unter das Meer. Wir durchlöchern das Bett des Atlantischen Meeres wie ein Sieb. Wir arbeiten mit der Spitzhaue unter dem Ozean hindurch bis zu unseren Stammverwandten der Vereinigten Staaten. Wir wühlen uns bis an den Mittelpunkt der Erde ein, um ihr das letzte Stückchen Kohle zu rauben. »Lachen Sie mich aus, Mr. James«, fragte Simon Ford ganz ernsthaft. »Ich lachen, alter Simon, nein, aber euer Enthusiasmus reißt euch fort bis zum Unmöglichen. Halten wir uns nur an die Wirklichkeit, sie verspricht uns ja genug. Wir wollen jetzt die Werkzeuge ruhig hier liegen lassen und den Weg zur Cottage wieder einschlagen. Etwas anderes war für jetzt auch wirklich nicht vorzunehmen. In der nächsten Zukunft wollte der Ingenieur in Begleitung einer Brigade von Bergleuten mit vollständiger Ausrüstung die Ausbeutung von Neuerberfeuli wieder in die Hand nehmen. Jetzt empfahl es sich jedoch, nach der Grube Dodgert zurückzukehren. Der Weg war ja leicht zu finden. Die Galerie verlief bis zu der gesprengten Öffnung fast in einer geraden Linie, also konnte man sich wohl nicht verirren. Als James da aber schon zum Aufbruch sich anschickte, hielt ihn Simon Ford noch einmal zurück. »Mr. James«, begann er, »Sie sehen hier diese ungeheure Höhle, den unterirdischen See, den sie das Ufer, welches die Wasser zu unseren Füßen bespülen, ja? Nun, hierher werde ich meine Wohnung verlegen und wenn einige wackere Kameraden meinem Beispiele folgen wollen, so wird es wohl binnen einem Jahre tief hier im Erdboden von Alt England ein Dörfchen mehr geben. James da billigte lächelnd die Projekte des alten Simon, drückte ihm die Hand und alle begaben sich, Match voran, zurück nach der Galerie, nach der Grube Dotschart. Während der ersten Wegmeile trug sich nichts Besonderes zu. Harry ging allen voraus und hielt die Lampe über dem Kopf empor. Er folgte aufmerksam der Hauptgalerie und vermied die engeren Tunnels, welche rechts und links an derselben ausliefen. Es schien es schien als ob der Rückweg mit derselben Leichtigkeit wie der Hinweg vollendet werden sollte, als ein unangenehmer Zwischenfall die Situation der Wanderer plötzlich zu einer sehr verzweifelten machte. Eben als Harry seine Lampe einmal höher halten wollte, entstand eine heftige Bewegung der Luftschichten, als würden sie durch unsichtbare Flügelschläge fortgetrieben. Die von der Seite getroffene Lampe entfiel Harrys Hand und zerbrach auf dem Steinboden der Galerie. James da und seine Begleiter befanden sich plötzlich in tiefster Finsternis. Ihre Lampen, denen das Öl ausgegangen war, konnten ihnen nichts mehr nützen. Nun, Harry, du denkst wohl, wir sollen uns den Hals brechen, ehe wir zur Cottage zurück gelangen. Harry erwiderte nichts. Ihm fesselten seine Gedanken die Zunge. Sollte er auch in diesem letzten Zufalle die Hand eines rätselhaften Wesens erblicken, hauste in diesen Tiefen einen Feind, dessen unerklärlicher Widerstand, der einst vielleicht ernstere Schwierigkeiten herbeiführen sollte? Wer hatte ein Interesse daran, die Ausbeutung des neuen Kohlenlagers zu verhindern? Es erschien das ja alles sinnlos, doch sprachen die Tatsachen dafür und häuften sich derartig, um bloße Voraussetzungen zur Gewissheit zu erheben. Jedenfalls war die Lage der Wanderer jetzt keine Beneidenswerte. Sie mussten in der dunklen Tiefe etwa fünf Meilen weit der Galerie folgen, welche zur Grube Dotschard führen würde. Dann hatten sie aber noch immer eine Stunde des Weges, bevor sie die Cottage erreichen würden. Lassen wir uns nicht aufhalten, drängte Simon fort. Wir haben keinen Augenblick zu verlieren, marschieren wir tastend wie die Blinden. Verirren können wir uns ja unmöglich. Die Tunnels, welche sich auf unserem Weg öffnen, sind ja nichts weiter als Eingänge zu Maulwurfshöhlen. Und wenn wir nur der Hauptgalerie nachgehen, müssen wir ja offenbar auf die Mündung treffen, durch welche wir vorher hereinkamen. Dann sind wir in dem alten Kohlenwerke, das uns bekannt ist und wir es nicht zum ersten Male durchwandern, in tiefster Dunkelheit. Ach, dort finden wir ja dann auch noch die zurückgelassenen Lampen. Vorwärts also. Harry, gehe du voran. Sie folgen ihm zunächst, Mr. James, dann Match und ich werde den Zug schließen. Nur nicht voneinander loslassen. Immer nur einer dem anderen auf den Fersen. Man musste sich wohl oder übel in die Anordnungen des alten Obersteigers fügen. Sich an der Wand forttastend konnte man wirklich kaum den rechten Weg verfehlen. Nur mussten eben die Hände die Stelle der Augen vertreten und man musste sich auf den Instinkt verlassen, der bei Simon Ford und seinem Sohne fast zur zweiten Natur geworden war. James Darn und seine in Bewegung. Sie sprachen kein Wort, aber ihre Gedanken beschäftigten sich umso lebhafter. Unzweifelhaft hatten sie es mit einem Gegner zu tun. Wer aber war das und wie konnte man sich gegen dessen so geheimnisvoll vorbereitete Angriffe schützen? So sehr ihnen solche Befürchtungen aber auch im Kopf umher gingen, jetzt war keine Zeit zur Entmutigung. Mit weit ausgebreiteten Armen schritt Harry sicher vorwärts und folgte der Galerie von einer Wand zur anderen. Zeigte sich eine Ausbuchtung, eine Seitenöffnung, so überzeugte er sich mit der Hand, leicht dadurch, dass diese nicht der rechte Weg war, dass die Ausbuchtung nur seicht oder die Öffnung nur eng war, sodass er also immer auf dem rechten Wege blieb. Inmitten einer Dunkelheit, an welche sich das Auge nicht gewöhnen weil es eben eine absolute war, nahm dieser beschwerliche Weg gegen zwei Stunden in Anspruch. Durch Abschätzung der verflossenen Zeit und unter Berücksichtigung, dass sie nur sehr langsam hatten gehen können, sagte sich James da, dass der Ausgang nun bald erreicht sein müsse. Und wirklich stand Harry fast gleichzeitig still. Sind wir am Ende der Galerie? fragte Simon fort. Ja, antwortete der junge Bergmann, Nun, so musst du doch die Öffnung wiederfinden, welche Neuebberfeuli mit der Grube Dotschart verbindet. Nein, ich finde sie nicht, erwiderte Harry, der überall umhertastete, aber nur die ununterbrochene Wand traf. Der alte Obersteiger ging einige Schritte vorwärts und untersuchte selbst das Schiefergestein. Da entfuhr ihm ein Schrei. Entweder hatten sich die Wanderer auf dem Rückwege doch verirrt, oder der einzige durch die Dynamitsprengung in der Felswand eröffnete Ausgang war neuerdings verschlossen worden. Mochte nun hiervon das eine oder das andere sich bewahrheiten? Jedenfalls war James da, samt seinen Begleitern in Neuebberfeuli eingeschlossen. Elftes Kapitel Die Feuerhexen Acht Tage nach obigen Ereignissen bemächtigte sich der Freunde James Stars eine große Unruhe. Der Ingenieur war verschwunden geblieben, ohne dass man dafür einen Grund anzugeben vermochte. Durch Nachfragen bei seinem Diener erfuhr man zwar, dass er am Granton Peer an Bord eines Dampfers sowie von dem Kapitän der Prince de Gall, dass er in Stirling wieder ans Land gegangen sei. Aber weiter fehlte nun auch jede Spur von James Star. Simon Fords Brief hatte ihm die Geheimhaltung seines Besuches empfohlen und so hatte er auch nichts über das Ziel seiner Reise verlauten lassen. In Edinburgh war überall die Rede von dem unerklärlichen Verschwinden des Ingenieurs. Sir W. Elphiston, der Präsident der Royal Institution, machte seinen Kollegen Anzeige von dem Briefe, den James Star kurz vor der Abreise an ihn gerichtet hatte, worin er sich entschuldigte, der nächsten Sitzung der Gesellschaft nicht beiwohnen zu können. Einige andere Personen produzierten ebenfalls ähnliche Schreiben. Diese Dokumente bewiesen freilich, dass James Star Edinburgh verlassen hatte, was man ohne dem schon wusste, erklärten aber nicht, wo er hingekommen sei. Seitens eines solchen Mannes musste diese seinen Gewohnheiten, ganz widersprechende Abwesenheit, aber zuerst auffallen und dann beunruhigen, je mehr sie sich in die Länge zog. Keiner von den Ingenieursfreunden wäre auf den Gedanken gekommen, dass er sich nach den Kohlenwerken von Ebba Feuli begeben haben könne. Man kannte sein Widerstreben, den früheren Schauplatz seiner Tätigkeit wiederzusehen. Er hatte dorthin niemals wieder einen Fuß gesetzt, seit der Stunde, da die letzte Hürde Kohlen zu Tage gefördert wurde. Da ihn das Dampfboot jedoch am Landungsplatze von Stirling abgesetzt hatte, veranlasste man einige Nachforschungen an dieser Seite. Leider blieben sie ohne Erfolg. Kein Mensch erinnerte sich daran, den Ingenieur in der Grafschaft gesehen zu haben. Nur Jack Ryan, der ihm in Begleitung Harrys auf einem Leiterpodest des Yarrow-Schachts begegnet war, der hätte eine erwünschenswerte Aufklärung geben können. Der junge Mann aber arbeitete wie wir wissen auf der Meierei von Melrose, 40 Meilen südwestlich in der Grafschaft Renfrew. Und ihm kam es gar nicht in den Sinn, dass man sich über das Verschwinden James Stars beunruhigen könne. Acht Tage nach seinem Besuch in der Cottage aber hätte Jack Ryan also gewiss ebenso wie früher seine beliebtesten Lieder bei den Abendversammlungen des Clanes von Erwin vorgetragen, wenn auch er nicht unter einer gewissen Unruhe gelitten hätte, wovon sofort weiter die Rede sein wird. James Star war nicht alleine in der Hauptstadt, sondern eben in ganz Schottland, ein viel zu bekannter und allgemein geachteter Mann, als das irgendein ihn berührendes Vorkommnis hätte unbemerkt bleiben können. Der Lord Major, der Stadtrat von Edinburgh, die Amtsleute und Räte, zum größten Teile lauter nähere Freunde des Ingenieurs, ließen nun eingehendere Nachforschungen anstellen und sendeten damit beauftragte Agenten hinaus ins Land, welche freilich ebenfalls keine Resultate erzielten. Es blieb nun nichts anderes übrig, als in den gelesensten Zeitungen des Vereinigten Königreiches eine Bekanntmachung nebst Personalbeschreibung James Starrs zu erlassen, welche die Zeit seiner Abreise aus Edinburgh angab und den Erfolges und des Erfolges derselben zu harren. Die ängstliche Aufregung stieg von Tag zu Tag. Die gelehrte Welt Englands neigte sich schon der Annahme zu, dass eines ihrer hervorragendsten Mitglieder definitiv verschollen sei. Während sich die Allgemeinheit so wegen der Person James Starrs beunruhigte, war Harry nicht minder der Gegenstand lebhaftester Besorgnisse, nur das Letzterer, statt von der Allgemeinheit vermisst zu werden, alleine der guten Laune seines Freundes Jack Ryan Abbruch tat. Der Leser erinnert sich, dass Jack Ryan bei Gelegenheit des Zusammentreffens im Jarrowschachte Harry einlud, in acht Tagen zu dem Feste des Clanes von Irwin zu kommen. Letzterer hatte es angenommen und sein Erscheinen ausdrücklich zugesagt. Jack Ryan wusste aus vielfacher Erfahrung, dass sein früherer Kamerad ein Mann von Wort war. Was er versprach, war so gut wie schon geschehen. Beim Feste in Irwin hätte es ihm nun an nichts gefehlt. Weder an Liedern noch an Tänzen und Lustbarkeiten aller Art, aber alleine Harry Ford blieb aus. Jack Ryan wollte ihm schon zürnen, denn das Fehlen des Jugendfreundes trübte seine gute Laune, so dass ihn sogar mitten im Gesange das Gedächtnis im Stich ließ und er zum ersten Male ein halbes Fiasko daraus machte, wo er sonst den lautesten Beifall einzuernten gewöhnt war. Die James Starr betreffende und in den Journalen veröffentlichte Bekanntmachung war ihm freilich noch nicht zu Gesichte gekommen. Der wackere Bursche machte sich also nur über Harrys Ausbleiben allerhand Gedanken, welche immer darauf hinausliefen, dass nur gewichtige Umstände ihn veranlasst haben könnten, sein Versprechen nicht einzulösen. Jack Ryan beschloss also, den nächsten Tag die Eisenbahn nach Glasgow zu nehmen, um sich nach der Grube Dotschart zu begeben und hätte seinen Vorsatz gewiss auch ausgeführt, wenn nicht ein Ereignis dazwischen getreten wäre, das ihm beinahe das Leben gekostet hätte. Wir lassen hier folgen, was sich in der Nacht des 12. Dezember zutrug, jedenfalls war es Wasser auf die Mühlen für alle Anhänger des Aberglaubens, deren die Meierei von Melrose nicht zu wenige zählte, hätte. Irwin, eine kleine Seestadt in der Grafschaft Renfrew, zählt etwa 7000 Einwohner und liegt nahe der Mündung des Golfes von Clyde, an einer scharf zurückspringenden Bucht der schottischen Küste. Seinen gegen die Winde gut geschützten Hafen bezeichnet ein mächtiges Leuchtfeuer, sodass der kundige Seemann sich hier allemal ausfindet. Schiffbrüche gehören an dieser Küste also zu den Seltenheiten und Küstenfahrer und größere Schiffe können, sie mögen nun in den Golf von Clyde einlaufen, um sich nach Glasgow zu begeben oder auch in der Bay von Irwin vor Anker gehen zu wollen, hier auch in der dunkelsten Nacht gefahrlos manövrieren. Hat aber eine Stadt eine gewisse historische Vergangenheit und wäre diese auch noch so dürftig, hat ein Schloss da selbst ehemals einem Robert Stuart gehört, so besitzt sie sicherlich auch einige Ruinen. In Schottland gerade sind alle Ruinen von Gespenstern bewohnt. So glaubt man wenigstens in den Hochlanden wie auch in den Ebenen. Die ältesten und gleichzeitig berüchtigsten Ruinen dieser Küstenstrecke waren nun die eines Schlosses Robert Stuart's, welches den Namen Dundonald Castle führt. Zur Zeit unserer Erzählung stand dieses Schloss von Dundonald schon lange Jahrhunderte ganz leer und diente nur um herirrenden Geistern als Zuflucht. Niemand besuchte es auf dem hohen, am Meere emporragenden Felsen, zwei Meilen vor der Stadt. Einzelne Fremde gerieten wohl auf den Einfall, diese alten historischen Überbleibsel näher in Augenschein nehmen zu wollen. Dann mussten sie sich aber alleine den Weg dorthin zu finden wissen, die Einwohner von Erwin hätten sie um keinen Preis der Welt dahin geleitet. Daran mochten vorzüglich die Erzählungen von gewissen Feuerhexen Schuld sein, welche das Schloss unsicher machten. Die Abergläubischten behaupteten, jene fantastischen Wesen gesehen, mit eigenen Augen gesehen zu haben. Jack Ryan gehörte natürlich zu den Letzteren. Die Wahrheit hieran war, dass von Zeit zu Zeit bald über einer halb zusammengefallenen Mauer, bald an der Höhe des Turmes, der die Ruinen von Dundonald Castle überragt, lange Flammen sichtbar wurden. Ähnelten dieselben wirklich der Gestalt eines Menschen, wie man allgemein behauptete. Verdienten sie den Namen Feuerhexen, den ihnen die Uferbewohner beilegten. Offenbar lag hier nur eine große Leichtgläubigkeit, einer zuzuschreibenden Täuschung vor, während eine nüchterne Prüfung die ganze Erscheinung leicht auf ihre physikalischen Ursachen zurückgeführt hätte. Wie dem auch sei, die Feuerhexen standen in der ganzen Umgebung in dem Rufe, die Ruinen des alten Schlosses häufig zu besuchen und dort vorzüglich in den dunklen Nächten ihre wilden Tänze und Gesänge aufzuführen. Ein so mutiger Geselle Jack Ryan eben auch war. Er hätte doch nimmermehr gewagt, jene dabei auf seinem Dudelsacke zu begleiten. Für sie ist der eisgraue Nick schon genug, sagte er. Der bedarf meiner nicht, sein Orchester zu verstärken. Man wird leicht glauben, dass diese seltsamen Erscheinungen den obligaten Text der Vorträge bei den Abendvereinigungen abgaben. Jack Ryan besaß ein ganzes Repertoire an Legenden von den Feuerhexen und kam niemals in Verlegenheit, wenn dieses Thema angeregt wurde. Auch bei der letzten Abendgesellschaft des Festes von Irwin, bei der Ale, Brandy und Whisky reichlich flossen, verfehlte Jack Ryan nicht zum großen Vergnügen und doch auch zum heimlichen Grauen der Zuhörer, sein Lieblingsthema wieder aufzunehmen. Diese Versammlung fand in einer großen Scheuer der Meierei von Melrose nahe dem Ufer der Bay statt. In der Mitte der Teilnehmer loderte ein tüchtiges Koksfeuer auf einem eisernen Dreifuß. Draußen tobte ein schweres Wetter. Über die Wellen jagten dichte Dunstmassen dahin, unter denen jene von einem steifen Südwest getrieben der Küste zueilten. Bei der pechschwarzen Nacht, ohne jede hellere Stelle am Himmel, flossen Erde, Himmel und Wasser in der Finsternis zusammen und mussten jede Landung in der Bay von Irwin außerordentlich erschweren, im Falle sich ein Schiff bei dem heftigen, auf die Küste zutreibenden Winde überhaupt hineinwagte. Der kleine Hafen von Irwin ist nicht stark besucht, wenigstens nicht von Fahrzeugen mit einigermaßen größerem Tonnengehalte. Größere Dampf- und Segelschiffe steuern auf das Land etwas nördlicher zu, wenn sie in den Golf von Clyde einfahren wollen. An jenem Abend aber hatte ein am Strand zurückgebliebener Fischer nicht ohne Verwunderung ein Fahrzeug bemerkt, welches auf die Küste zuhielt. Wäre es plötzlich Tag geworden, man hätte nicht mit Erstaunen, sondern mit Entsetzen erkannt, dass das Fahrzeug mit dem Wind im Rücken und mit aller Leinwand, die es tragen konnte, darauf zusegelte. Verfehlte es aber einmal den Eingang des Golfes, so fand es keine rettende Bay an den mächtigen Felsen des Ufers. Wenn dieses unvorsichtige Schiff sich noch weiter näherte, so war nicht einzusehen, wie es wieder werde abkommen können. Die Abendgesellschaft sollte eben nach einem letzten Liede Jack Ryans geschlossen werden, die einmal in die Welt der Phantome versetzten Zuhörer waren gerade ganz in der Verfassung, gegebenenfalls ganz ihrem Aberglauben gemäß zu handeln. Plötzlich hörte man draußen laut und ängstlich Rufen. Jack Ryan unterbrach seinen Vortrag und alles eilte aus der Scheuer. Die Nacht war dunkel, peitschend flogen kalte Regenschauer über den Strand. Einige Fischer, welche sich gegen einen Felsen lehnten, um dem Winde besser trotz zu bieten, riefen wiederholt mit lauter Stimme. Jack Ryan und seine Genossen liefen auf sie zu. Das Rufen aber galt freilich nicht den Insassen des Gutes, sondern einer Schiffsmannschaft, welche unbewusst in ihr Verderben lief. Einige Kabellängern vom Ufer erhob sich eine dunkle Masse. Dass es ein Segelschiff sei, erkannte man an seinen Positionslichtern, einem grünen Licht an der Steuerbord und einem roten auf der Backbordseite. Ein Dampfschiff hätte auch noch ein weißes Licht am Top des Fockmastes führen müssen. Man sah dasselbe also von vorn her und es unterlag keinem Zweifel, dass jenes mit aller Geschwindigkeit auf die Küste zusegelte. Ein Schiff in Not, rief Jack Ryan. Ja, erwiderten die Schiffer, und wenn es jetzt noch wenden wollte, würde das nicht mehr gelingen. Signale, Signale geben, rief einer der Schotten. Aber welche, versetzte einer der Fischer. Bei diesem Sturme könne man eine Fackel gar nicht brennend erhalten. Während dieses kurzen Gespräches riefen die Nebenstehenden dem Schiffe immer lauter zu. Wie hätte man sie aber bei diesem Wetter hören können? Der Besatzung des Schiffes war jede Möglichkeit genommen, den drohenden Schiffbruch zu verhüten. Warum mögen sie nur diesen Kurs steuern? fragte ein Seemann. Wollen sie sich vielleicht absichtlich auf den Grund setzen? meinte ein anderer. Der Kapitän hat also wohl keine Kenntnis von dem Leuchtfeuer von Irwin? fragte Jack Ryan. Man möchte es fast glauben, erwiderte einer der Fischer. Wenn er sich nicht hat täuschen lassen durch irgend... Noch hatte der Fischer einen entsetzlichen Schrei ausstieß. Hörte ihn jene unglückliche Mannschaft? Jedenfalls war es für sie doch zu spät, das Schiff aus der wilden, weiß aufschäumenden Brandung wieder zurückzuführen. Jener Aufschrei hatte aber auch gar nicht, wie man zuerst wohl annahm, die Bedeutung einer letzten Warnung. Jack Ryan stand jetzt mit dem Rücken nach dem Meere gewendet, seine Kameraden drehten sich und alle blickten unverwandt nach einem etwa eine halbe Meile land einwärts liegenden Punkte hin. Dort erhob sich das Schloss von Dundonald. Im Winde loderte eine gewaltige Flamme an der Spitze des alten Turmes. Die Feuerhexe! riefen sie wie aus einem Munde die abergläubigen Schotten. Es gehörte freilich nicht wenig Einbildung dazu, in dieser Flamme eine menschenähnliche Erscheinung zu erkennen. Flatternd wie eine vom Winde bewegte, feurig leuchtende Flagge, schien sie manches Mal von der Spitze des Turmes weg zu fliegen, als sollte sie erlöschen, und heftete sich im nächsten Augenblicke doch wieder mit ihrem unteren, bläulichen Teile an denselben wieder an. Die Feuerhexe! Die Feuerhexe! riefen die Fischer und die entsetzten Landleute. Jetzt erklärte sich alles. Offenbar hatte sich das durch den nebel getäuschte Schiff verirrt und jene auf dem Schlosse Dun Donald lodernde Flamme für das Leuchtfeuer von Irwin gehalten. Es mochte glauben, sich vor dem zweimal nördlicher gelegenen Eingang zum Golf zu befinden, segelte jetzt aber direkt auf die Küste zu, die ihm Was konnte man zu seiner Rettung tun, wenn dazu überhaupt noch Zeit war? Vielleicht hätte man nach den Ruinen eilen sollen, um womöglich jene Flammen zu ersticken und eine fernere Verwechslung derselben mit dem Leuchtfeuer von Irwin unmöglich zu machen. Doch wenn hierin auch wohl das einzig wirksame Mittel zu liegen schien, welcher Schotter hätte nur den Gedanken und nach diesem die Kühnheit gehabt, der Feuerhexe trotz zu bieten. Höchstens Jack Ryan, denn er war eine mutige Natur und sein Aberglaube vermochte, so stark er auch war, eine edlere Regung in ihm nicht ganz zu unterdrücken. Zu spät. Ein entsetzliches Krachen übertönte für einen Augenblick das Toben der Elemente. Das Schiff hatte mit dem Hinterteile des Kihles auf den Grund gestoßen, seine Signallichter verloschen. Die weiße Linie der Brandungswellen erschien für eine Minute lang gebrochen. Das Schiff, welches sich auf die Seite legte und zwischen einigen Klippen festsaß, hielt sie auf. Gerade in diesem Augenblick verschwand durch ein fast wunderbar zufälliges Zusammentreffen die lange Flamme, als habe sie ein heftiger Windstoß entführt. Das Meer, der Himmel und der Strand verhüllte wieder die undurchdringlichste Finsternis. Die Feuerhexe hatte Jack Ryan zum letzten Male ausgerufen, als jene für ihn und seine Kameraden übernatürliche Erscheinung plötzlich unsichtbar ward. Fehlte es den abergläubigen Schotten aber vorher an Mut gegenüber einer eingebildeten Gefahr, so gewannen sie diesen einer tatsächlichen Gegenüber bald wieder, als es sich um die Rettung bedrohter Menschenleben handelte. Die entfesselten Elemente schreckten sie nicht zurück. Sie sicherten sich selbst möglichst durch umschlungene Taue und stürzten sich, jetzt ebenso entschlossen wie vorher abergläubig, in das Meer, dem verunglückten Schiffe Hilfe zu bringen. Ihr Wagestück gelang freilich nicht, ohne dass der ein oder andere und Jack Ryan gehörte zu diesen, sich an den Felsen unter dem Wasser ziemlich ernsthaft verletzte. Der Kapitän des Schiffes aber und dessen aus acht Mann bestehende Besatzung wurden heil und gesund ans Land gebracht. Jenes Schiff, die norwegische Brick Mottala, mit einer Ladung Holz aus dem Norden, hatte nach Glasgow segeln wollen. Es verhielt sich, wie man vermutete. Getäuscht von dem Feuer auf dem Schlossturme von Dundonald, war der Kapitän geradewegs auf die Küste zugesteuert, wo er in den Golf von Clyde einzulaufen glaubte. Von der Mottala schwammen bald nur noch einige Wrackstücke umher, welche die Brandung an den Felsen des Ufers vollends zertrümmerte. Zwölftes Kapitel Jack Ryans Nachforschungen Jack Ryan wurde mit drei seiner ebenfalls verwundeten Genossen in Einzimmer der Meierei zu Melrose geschafft, wo man allen die sorgfältigste Pflege widmete. Jack Ryan trug bei jenem Abenteuer die schlimmsten Verletzungen davon, denn als er sich mit dem Tau um die Lenden ins Wasser warf, rollten ihn gleichsam die wütenden Wogen über die Klippen hin. Es fehlte eben nicht viel, so hätten ihn seine Kameraden leblos wieder ans Land gebracht. Der wackere Bursche blieb also einige Tage ans Bett gefesselt, was ihm recht ungelegen kam. Da ihn jedoch niemand verhinderte, nach Herzenslust zu singen, so ertrug er seine Leiden in Geduld, und die Meierei von Melrose erschallte jederzeit von seinen fröhlichen Gesängern. Bei jener Gelegenheit aber nahm in Jack Ryan das Gefühl der Furcht nur noch mehr zu, vor jenen Gespenstern und bösen Geistern, welche sich ein Vergnügen daraus machen, die arme Welt zu quälen. Und so schrieb er ihnen alleine jene Katastrophe der Motala zu. Man wäre bei ihm übel angekommen mit der Behauptung, dass diese Feuerhexen gar nicht existierten und dass jene Flamme, welche plötzlich aus den Ruinen emporschlug, auf eine einfache und physikalische Erscheinung zurückzuführen sei. Keine Auseinandersetzung hätte ihn überzeugt. Seine Kameraden lagen vielleicht noch mehr als er in den Fesseln des Aberglaubens. Ihrer Erklärung nach hätte eine solche Feuerhexe die Motala boshafterweise nach der Küste gelockt. Sie zu bestrafen erschien ebenso leicht wie dem Orkane eine Geldstrafe zu diktieren. Die Behörden durften getrost zu ihrer Verfolgung alles aufbieten. Eine Flamme steckt man in kein Gefäß. Ein körperloses Wesen legt man nicht an Ketten. Die sorgsamsten Untersuchungen schienen auch wirklich, wenigstens vor der Hand, diese abergläubische Art der Erklärung nicht Lügen zu strafen. Da dem Magistrat des Ortes die Verpflichtung oblag wegen des Unterganges der Motala eine Untersuchung einzuleiten, so befragte er die verschiedenen Augenzeugen jener Katastrophe. Alle Aussagen stimmten darin überein, dass der Schiffbruch nur durch die übernatürliche Erscheinung der Feuerhexen auf den Ruinen des Schlosses von Donald verschuldet sei. Natürlich konnte sich die Behörde bei einer derartigen Lösung der Frage nicht beruhigen. Es unterlag ja keinem Zweifel, dass man es mit einer rein physikalischen Erscheinung zu tun habe. Ob aber hier nun der Zufall oder die böswillige Absicht im Spiele sei, das wollte und musste der Magistrat eben klarlegen. Über die Unterstellung einer böswilligen Absicht braucht man sich nicht zu wundern. Man würde in der britannischen Geschichte nicht allzu weit zurück zu gehen haben, um Belege dafür zu finden. Nicht wenige Strandräuber der Küste machten ein Geschäft daraus, Fahrzeuge anzulocken und sich die dadurch erhaschte Beute zu teilen. Bald verlockte eine in brandgesteckte Gruppe harziger Bäume ein Schiff in ein Fahrwasser, in dem es zugrunde gehen musste. Bald täuschte eine Fackel, die man an die Hörner eines Ochsen befestigte und von diesem beliebig umher tragen ließ, die Besatzung eines solchen rücksichtlich des einzuhaltenden Kurses. Derlei Schandtaten führten dann nicht selten einen Schiffbruch herbei, den sich das Raubgesindel zunutze machen wusste. Es bedurfte eines strengen Einschreitens der Behörden und der empfindlichsten Strafen, um diese Hörten. Konnte man also nicht auf den Gedanken kommen, dass hier ein gewissenloser Verbrecher sich aufs Neue jenes früheren beliebten Mittels der Strandräuber bediente? Trotz aller Aussagen Jack Ryans und seiner Genossen blieb dies aber noch immer die Ansicht der Polizeibeamten. Als jene von einer einzuleitenden Untersuchung hörten, teilten sie sich in zwei Parteien, deren eine sich begnügte, mit den Achseln zu zucken, während die furchtsamere gar prophezeite, dass man damit nur jene übernatürlichen Wesen reizen und weitere Unglücksfälle herbeiführen werde. Trotz alledem ging die Untersuchung ihren Gang. Die Polizeibeamten begaben sich nach Schloss StamDonald und begannen da selbst die sorgfältigsten Nachforschungen. Zunächst suchte man festzustellen, ob der Erdboden vielleicht Fußabdrücke zeige, welche von anderen Füßen als denen der Gespenster herrührten. Es war aber unmöglich, auch nur die leichteste, frischere oder ältere Fußspur zu entdecken, trotzdem die noch vom gestrigen Regen feuchte Erde gewiss den seichtesten Eindruck bewahrt hätte. Fußstapfen von Geistern, rief Jack Ryan aus, als er von dem Misserfolge der Untersuchung hörte. Da könnte man doch wohl auch noch die Fußspuren eines Ehrlichtes aus dem Sumpfe wiederfinden wollen. Die ersten Maßnahmen lieferten also keinerlei Resultat. Es war kaum anzunehmen, dass die weiteren von besseren Erfolgen gekrönt sein würden. Es handelte sich nun vorzüglich darum nachzuweisen, wie das Feuer auf der Spitze des Alten Turmes angezündet worden wäre, welches Brennmaterial man verwendet und endlich welche Rückstände dieses gelassen habe. Bezüglich des ersten Punktes fand man nichts, weder Reste von Zündhölzchen oder Papierstückchen. Der zweite Punkt blieb ebenso dunkel. Nirgends lag dürres Gras, ein Stückchen Holz oder sonst etwas von dem Material umher, das in der vergangenen Nacht dem Feuerherde gewiss in reichlicher Menge zugeführt worden war. Der dritte Punkt trotzte nicht minder jeder Erklärung. Das vollständige Fehlen der Asche oder jedes anderen Brennstoff Restes ließ nicht einmal den eigentlichen Herd des Feuers erkennen. Nirgends, weder am Boden noch am Gestein zeigte sich auch nur eine geschwärzte Stelle. Sollte man annehmen, dass ein Bösewicht nur eine große Fackel in der Hand gehalten habe, das war doch unwahrscheinlich, da die Flamme nach den Aussagen der Zeugen ganz riesenmäßige Dimensionen gehabt hatte, so dass die Mannschaft der Mutterler sie trotz des nebeligen Wetters schon in der Entfernung mehrerer Meilen von der offenen See her wahrnehmen konnte. Herrlich, sagte Jack Ryan, die Feuerhexe soll Streichhölzchen nötig gehabt haben. Sie bläst und rings um sie herum entzündet sich die Luft, von der keine Asche zurück bleibt. Der Erfolg aller Bemühungen der Behörden war schließlich nur der, dass eine neue Legende zu der früheren hinzukam. Eine Legende, welche die Erinnerung an den Untergang der Motteler verewigen und die nicht wegzuleugnende Erscheinung der Feuerhexen bekräftigen musste. So ein braver Bursche wie Jack Ryan konnte bei seiner vortrefflichen Konstitution indes nicht lange ans Bett gefesselt bleiben. Einige Hautschrunden und Verrenkungen waren nicht im Stande ihn länger als nötig zur Untätigkeit zu zwingen. Ihm fehlte jetzt die Zeit um krank zu sein. Wenn diese Zeit aber mangelt, so ist man es am wenigsten in den gesunden Landstrichen der Lowlands, der Unterlande von Schottland gewöhnt. Jack Ryan war also sehr bald wiederhergestellt. Sobald er das Bett verlassen, wollte er vor Wiederaufnahme seiner Arbeiten in der Meierei erst einen schon früher gefassten Vorsatz ausführen, nämlich seinem Freunde Harry einen Besuch abstatten, um zu erfahren, warum er bei dem Fest in Irvin zu erscheinen verabsäumt habe. Bei einem Manne wie Harry, der nichts versprach, ohne es zu halten, erschien ihm das unerklärlich. Höchstwahrscheinlich hatte der Sohn des alten Obersteigers auch von dem in allen Zeitungen ausführlich berichteten Unfaller der Motterler nichts gehört. Er hätte dann wissen müssen, welcher Anteil an dem Rettungswerke Jack Ryan gut zu schreiben war und was ihm dabei zugestoßen sei. In diesem Falle aber wäre es von Harrys Seite ein Zeichen gar zu großer Teilnahmslosigkeit gewesen, nicht nach der Meierei zu kommen, um seinem leidenden Freunde die Hand zu drücken. Stellte sich Harry also nicht ein, so musste ihm das jedenfalls unmöglich sein. Jack Ryan hätte eher die Existenz der Feuerhexen geleugnet, als Harry für so teilnahmslos zu halten. Zwei Tage nach dem Schiffbruche schon verließ Jack Ryan fröhlich und wohlgemut die Meierei, als fühlte er nicht das geringste mehr von seinen Wunden. Mit einem munteren, aus voller Brust gesungenen Liede rief er das Echo an den Uferfelsen wach und wanderte nach der Eisenbahn, welche über Glasgow nach Stirling und Kalender führt. Da fiel ihm, als er auf dem Bahnhof erwartete, ein an verschiedenen Stellen angeheftetes Plakat in die Augen. Es enthielt folgende Bekanntmachung. Vergangenen 4. Dezember hat sich der Ingenieur James Starr aus Edinburgh am Grand Pier an Bord der Prost de Gall begeben und dieses Schiff am selben Tage in Stirling verlassen. Seit dieser Zeit fehlt jede Nachricht von ihm. Man bittet dringend, jede bezügliche Auskunft dem Präsidenten der Royal Institution in Edinburgh zukommen zu lassen. Jack Ryan blieb vor einer dieser Affischen stehen und las sie zweimal unter dem Ausdrucke des höchsten Erstaunens. Mr. Star rief er aus. Gerade am 4. Dezember bin ich ihm und Harry doch auf der Leiter des Yarrow Schachtes begegnet. Seitdem sind zehn Tage vergangen und so lange sollte er nicht wieder erschienen sein? Das scheint mir zu erklären, warum mein Freund Harry nicht nach Irwin gekommen ist. Ohne sich die Zeit zu nehmen, den Präsidenten der Royal Institution brieflich von dem zu benachrichtigen, was er von James Star wusste, sprang der wackere Bursche in den Zug, um sich zunächst selbst nach dem Yarrow Schachte zu begeben. Dort wollte er, wenn nötig, bis ganz hinunter in die Grube Dotschard steigen, um Harry aufzusuchen und gleichzeitig den Ingenieur James Star zu finden. Drei Stunden später verließ er in Kalender die Bahn und eilte so schnell er konnte nach dem Yarrow Schachte. Sie sind nicht wieder herausgekommen, fragte er sich. Weshalb? Sollte sie irgendein Hindernis davon abhalten? Sind sie im Grunde der Kohlengrube so lange mit einer wichtigen Arbeit beschäftigt? Ich muss das wissen. In weniger als einer Stunde traf Jack Ryan an dem Schachte ein. Äußerlich zeigte sich hier keine Veränderung. dieselbe Stille in der Tiefe, kein lebendes Wesen in der Einöde. Jack Ryan betrat das halb verfallene Haus, welches die Schachtöffnung bedeckte. Er blickte hinunter in den Abgrund. Er sah nichts. Er lauschte gespannt. Er hörte nichts. Und meine Lampe? sagte er. Sollte sie nicht auf ihrem Platz sein? Die Lampe, deren sich Jack Ryan bei seinen Besuchen der Grube zu bedienen pflegte, stand gewöhnlich in einem Winkel nahe dem Podest der ersten Leiter. Die Lampe war verschwunden. Das wäre also der erste auffällige Umstand, sagte Jack Ryan, der etwas unruhig zu werden begann. Dann setzte er trotz seiner Hinneigung zum Aberglauben hinzu. Ich werde doch hinuntergehen und wäre es in der Grube finsterer als im tiefsten Schoße der Hölle. Sofort machte er sich daran, die lange Reihe der Leitern hinab zu klettern, welche in den schwarzen Schacht führten. Dieses Wagnis konnte Jack Ryan nur deshalb unternehmen, weil er die Grube Dodge noch von früher her genau genug kannte. Er stieg mit aller Vorsicht hinab und prüfte mit dem Fuße jede Sprosse, ob sie noch haltbar sei. Jeder Fehltritt konnte für ihn todbringend werden. Jack Ryan zählte auch die einzelnen Leitern, welche er hinab kletterte, um nach einer tieferen Etage zu gelangen. Er wusste, dass er den Grund des Schachtes erst nach Zurücklegung der Dreißigsten erreichen würde. Dort einmal angelangt, dachte er die am Ende der einen Galerie errichtete Cottage, ohne Schwierigkeiten wiederzufinden. Jack Ryan erreichte den 26. Podest. Hier trennten ihn also höchstens noch 200 Fuß von der Schachtsohle. Er suchte mit dem Fuße die Stufen der 27. Leiter. Vergeblich. Er fand keinen Stützpunkt. Jack Ryan kniete auf dem Podest nieder. Er dachte, das Ende der Leiter mit der Hand besser zu finden, aber es gelang ihm nicht. Offenbar befand sich die 27. Leiter nicht an ihrem Platze und war folglich entfernt worden. Hier muss der alte Nick geklettert sein, sagte er sich, nicht ohne das Gefühl eines gelinden Schauers. Er stand mit gekreuzten Armen überlegend in der undurchdringlichen Finsternis. Da kam ihm der Gedanke, dass es, wenn er nicht hinuntersteigen konnte, den Bewohnern der Grube ebenfalls unmöglich sein müsse, heraufzukommen. Zwischen der Erdoberfläche der Grafschaft und der Sohle des Kohlenwerkes bestand keine Verbindung mehr. Wenn diese Entfernung der unteren Leitern des Jarrowschachtes schon kurz nach seinem letzten Besuche stattgefunden hatte, was mochte dann aus Simon Ford, seiner Frau, seinem Sohne und dem Ingenieur geworden sein? Die fortlaufende Abwesenheit James Starrs bewies, dass er die Grube seit dem Tage, an dem er jenem im Jarrowschachte begegnete, nicht verlassen habe. Wie war dann die Cottage mit den nötigen Nahrungsmitteln versorgt worden? Sollten diese den unglücklichen fünfzehnhundert Fuß unter der Erde Gefangenen nicht ausgegangen sein? Alle diese Gedanken kreuzten sich in Jack Ryans Gehirn. Er sah wohl ein, dass es ihm alleine unmöglich sei, bis zu der Cottage zu gelangen. Lag dieser Unterbrechung des Verbindungswerkes wohl eine böse Absicht zugrunde? Ihm erschien es kaum zweifelhaft. Jedenfalls hielt er es für seine Pflicht, hierüber bei der zuständigen Behörde schleunigst Anzeige zu erstatten. Noch einmal bog sich Jack Ryan über den Abgrund hinaus. Harry! Harry! rief er, so laut er konnte. Wiederholt rief das Echo den Namen zurück, bis es in der Tiefe des Jero-Schachtes verheilte. Jack Ryan klomm eiligst wieder die oberen Leitern empor und kam glücklich an das Licht des Tages. In größter Schnelligkeit legte er den Weg nach dem Bahnhof in Callender zurück, um keinen Augenblick zu verlieren. Glücklicherweise brauchte er nur einige Minuten auf den Abgang des Eilzuges nach Edinburgh zu warten, sodass er sich da selbst schon nachmittags drei Uhr dem Lord Mayor der Stadt vorstellen konnte. Hier wurden seine Aussagen zu Protokoll genommen. Die Einzelheiten, welche er mitteilte, ließen seine Wahrhaftigkeit nicht bezweifeln. Sir W. Elphiston, der Präsident der Royal Institution, der nicht nur ein Kollege, sondern auch ein spezieller Freund James Starrs war, erhielt sofort Nachricht und er bat sich das Vorrecht, die Nachforschungen zu leiten, welche in der Grube Dodgerd ohne Aufschub ins Werk gesetzt werden sollten. Man stellte ihm also mehrere Beamte zur Disposition, welche mit Lampen, Äxten, langen Strickleitern, Nahrungsmitteln und einigen Herzstärkungen ausgerüstet wurden. Unter der Führung Jack Ryans begaben sich dann alle schleunigst auf den Weg nach den Kohlenwerken von Aberfoyley. Noch an dem nämlichen Abend trafen Sir W. Elphiston, Jack Ryan und die Beamten am Jaroschachte ein und stiegen bis zum 26. Podest hinab, auf dem Jack Ryan nur wenige Stunden zuvor hatte umkehren müssen. Zuvörderst ließ man die Lampen an langen Seilen in die Tiefe hinabgleiten und überzeugte sich dabei, dass sogar alle vier letzten Leitern fehlten. Ohne Zweifel hatte man also die Verbindung zwischen Ober- und Unterwelt, hier absichtlich unterbrochen. Was zögen wir, mein Herr? fragte Jack Ryan ungeduldig. Wir wollen nur die Lampen wieder herausziehen lassen, mein Sohn, erwiderte Sir W. Elphiston. Dann steigen wir hinab bis zu der Sohle der letzten Galerie und du führst uns. Nach der Cottage fiel Jack Ryan ein und wenn es sein muss bis zu den letzten Ausläufern der Grube. Als die Lampen wieder herausgezogen waren, befestigten die Beamten an dem Podest Strickleitern, welche man in den Schacht hinuntergleiten ließ. Die unteren Absätze waren noch vorhanden, man konnte also von einem zu dem anderen hinabklimmern. Immerhin ging das nicht so leicht vonstatten. Jack Ryan vertraute sich zuerst den schwankenden Leitern an und erreichte vor den anderen den Grund der Kohlengrube. Sir W. L. Pfiston und die Beamten folgten ihm alsbald nach. Die runde Grundfläche des Yarrow-Schachtes erschien vollkommen leer, aber Sir W. L. Pfiston erstaunte nicht wenig, als Sir Jack Ryan ausrufen hörte. Hier liegen einige Überreste der Leitern. Sie sind jedoch halb verbrannt. Verbrannt? wiederholt Sir W. L. Pfiston. Wahrhaftig! Da liegt noch erkaltete Asche! Glauben Sie, mein Herr, fragte Jack Ryan, dass der Ingenieur James Starr ein Interesse daran gehabt haben könne, diese Leitern zu verbrennen und die Verbindung mit der Außenwelt zu unterbrechen? Nein, erwiderte Sir W. L. Pfiston nachdenklich. Vorwärts, mein Sohn, nach der Cottage! Dort werden wir die Wahrheit erfahren! Jack Ryan zog den Kopf ein, als zweifle er daran. Er nahm indessen eine Lampe von einem der Beamten und ging rasch durch die Hauptgalerie der Grube Dotschard voran. Alle folgten ihm. Eine Viertelstunde später hatten Sir W. Elphiston und seine Begleiter die Aushöhlung erreicht, in deren Grunde Simon Ford's Cottage errichtet war. Kein Lichtschein erhellte die Fenster. Jack Ryan stürzte auf die Tür zu, die er hastig aufstieß. Die Cottage erwies sich als verlassen. Man durchsuchte alle Räumlichkeiten der dunklen Wohnung. Im Inneren zeigte sich keine Spur einer Gewalttätigkeit. Alles stand in Ordnung, als ob die alte Match noch hier wäre. Lebensmitteln waren genügend vorhanden und hätten für die Familie Ford noch mehrere Tage ausgereicht. Die Abwesenheit der Bewohner der Cottage erschien also unerklärlich. Vermochte man vielleicht wenigstens mit Gewissheit zu bestimmen, wann sie dieselbe verlassen hatten. Ja, denn in dieser Umgebung, wo Tage und Nächte aufeinander nicht folgten, hatte sich Match angewöhnt, jeden angefangenen Tag im Kalender durch ein Kreuz zu bezeichnen. Dieser Kalender hing an einer Wand des Zimmers. Das letzte dieser Kreuze stand bei dem 6. Dezember, dem zweiten Tag seit der Ankunft des Ingenieurs, was Jack Ryan ja bestätigen konnte. Seit dem 6. Dezember, das heißt also, seit zehn Tagen, hatten Simon Ford, sein Sohn und seine Frau, nebst ihrem Gaste die Cottage verlassen. Konnte eine neue Untersuchung der Grube seitens des Ingenieurs eine so lange Abwesenheit rechtfertigen? Nein, gewiss nicht, so urteilte wenigstens Sir W. Alphiston. Nach genauester Besichtigung der Cottage schien er in große Verlegenheit zu geraten, was nun zu beginnen sei. Es herrschte eine tiefe Finsternis. Der Schein der Lampen, welche die Beamten hielten, schimmerte alleine in der dunklen Umgebung. Plötzlich stieß Jack einen Schrei aus. Da, da, rief er. Er zeigte dabei mit dem Finger nach einem Lichtpunkte, der sich im dunklen Hintergrund der Galerie hin und her bewegte. Eilen wir diesem Feuer nach, meine Freunde, drängte Sir W. Alphiston. Einem Geisterlichte, warf Jack Ryan ein. Was sollte uns das nützen? Wir erreichen es ja doch niemals. Der Präsident der Royal Institution und die Beamten waren zu frei vom Aberglauben, um sich dadurch von dem Versuche einer Verfolgung abhalten zu lassen. Trotz seines Widerstrebens schloss sich auch Jack Ryan ihnen und zwar nicht als der Letzte an. Es kam zu einer langen, ermüdenden Verfolgung. Der leuchtende Punkt schien von einer kleinen, aber sehr beweglichen Gestalt getragen zu Jeden Augenblick verschwand die Erscheinung hinter einem Fels Vorsprunge, dann sah man sie plötzlich in einem Quergange wieder. Durch rasche Seitensprünge wusste sie sich immer wieder den Blicken der Verfolger zu entziehen und schon hielt man sie für vollständig verschwunden, plötzlich schimmerte der Lichtschein wieder in desto hellerem Glanze. Jedenfalls gewann man keinen merkbaren Vorsprung und Jack Ryan bestand auf seiner Ansicht, dass man sich fruchtlos abmühen werde. Bei dieser schon eine Stunde der andauernden Verfolgung drangen Sir W. Elphiston und seine Genossen tief in den nordwestlichen Teil der Grube Dotschard ein. Beinahe kamen auch sie auf den Gedanken, es nur mit einem Irrlichte zu tun zu haben. Jetzt schien es aber doch, als wenn sich die Entfernung zwischen ihnen und dem Lichtscheine verminderte. Ermüdete vielleicht das vor ihnen fliehende Wesen, oder wollte es sie etwa eben genau dahin verführen, wohin es vielleicht auch die Bewohner der Cottage verlockt hatte. Es wäre schwierig gewesen, diese Frage zu entscheiden. Jedenfalls verdoppelten die Beamten, als sie einen Erfolg zu erreichen glaubten, nur ihre Anstrengungen. Der Lichtschein, welcher sonst in einer Entfernung von ungefähr 200 Schritten vor ihnen sichtbar war, hatte sich bis etwa auf 50 Schritt genähert und wurde immer deutlicher. Auch der Träger der Leuchte war ein wenig zu erkennen. Manchmal wandte er den Kopf zurück, wobei das Profil eines Menschenantlitzes unbestimmbar sichtbar ward. Und wenn kein Berggeist diese Gestalt angenommen hatte, so musste Jack Ryan wohl oder übel zugeben, dass hier von einem übernatürlichen Wesen nicht die Rede sein könne. Nun lief er selbst schneller und suchte die anderen anzutreiben. Hortig! Hortig! rief er. Wir erreichen dieses Erscheinungsbild bald! Sie scheint zu ermüden und wenn sie ebenso gut sprechen kann, wie sie bisher zu entweichen wusste, dann wird sie uns so manches mitzuteilen vermögen. Leider wurde die Verfolgung immer schwieriger. In der Nähe der letzten Ausläufer der Grube kreuzten sich enge Stellen wie die Irrgärten eines Labyrinthes. Dieses Gewirr erleichterte es, jenem Träger des Lichtes sehr wesentlich zu fliehen. Er brauchte dasselbe nur zu verlöschen und sich seitwärts in irgendeinem dunklen Gange zu verbergen. Aber angenommen er wolle uns entgehen, dachte sich Sir W. Elphiston. Warum tat er es nicht längst? Wenn das bisher nicht geschehen war, so verschwand doch in demselben Augenblicke als Sir W. Elphiston jener Gedanke kam, der Lichtschein, und die immer weiter eilenden Beamten standen plötzlich am Ende eines Stollens vor einer engen Öffnung in dem Schieferfelsen. Schnell wurden die Lampen geprüft und entschlossen drangen Sir W. Elphiston, Jack Ryan und ihre Begleiter durch diese Pforte. Kaum aber waren sie hunderte Schritte weit in einer sich immer höher ausweitenden Galerie vorgedrungen, als alle plötzlich stehen blieben. Dicht neben der Wand lagen hier vier Körper. Vielleicht vier Leichname auf dem Boden. »James Storr«, sagte Sir W. Elphiston. »Harry, Harry«, rief Jack Ryan. In der Tat, hier lagen der Ingenieur Madge, Simon und Harry Ford bewegungslos ausgestreckt. Bald aber regte sich der eine Körper und man vernahm die schwache Stimme der alten Madge. »Sie sind es! Endlich!« Sir W. Elphiston, Jack Ryan und die Beamten suchten nun den Ingenieur und die anderen wieder ins Leben zurückzurufen und flößten ihnen einige erwärmende Tropfen ein. Bald erreichten sie ihr Ziel. Die seit zehn Tagen in Neu-Eberfäule eingeschlossenen Unglücklichen waren nahe daran, vor Hunger zu sterben. Wenn sie während dieser langen Gefangenschaft noch nicht umkamen, so rührte das, wie der Ingenieur Sir W. Elphiston mitteilte, einzig davon her, dass sie dreimal ein Brot und einen Krug Wasser in der Nähe gefunden hatten. Sicher vermochte das hilfreiche Wesen, dem sie es verdankten, noch am Leben zu sein, nicht mehr für sie zu tun. Sir W. Elphiston fragte sich, ob es nicht dasselbe unerreichbare Irrlicht gewesen sein möge, welches auch sie nach der Stelle geführt hatte, an der die unglücklichen lagen. Wie dem auch sei, jedenfalls waren der Ingenieur Match Simon und Harry Ford gerettet. Durch die enge Öffnung, nach der der Träger jenes Lichtes Sir W. Elphiston offenbar hatte bringen wollen, begaben sich nun alle nach der Cottage zurück. Dass James Starr und seine Begleiter den durch Dynamit gesprengten Ausgang nicht wiederzufinden vermochten, hatte den Grund darin, dass derselbe durch übereinander gehäufte Felsstücke verschlossen worden war, die sie in der Finsternis nicht beseitigen konnten. Während sie also die weite Höhle im Inneren untersuchten, hatte eine feindliche Hand jede Verbindung zwischen dem Alten und Neu-Eberfeuli absichtlich unterbrochen. Dreizehntes Kapitel Coal City Drei Jahre nach den im vorigen erzählten Ereignissen empfahlen die Reisehandbücher von Joanne oder Murray als eine besondere Sehenswürdigkeit den zahlreichen Touristen der Grafschaft Stirling einen mehrstündigen Besuch der Kohlenwerke von Neu-Eberfeuli. Kein Bergwerk in irgendeinem Lande der alten oder neuen Welt bot einen so merkwürdigen Anblick. Überdies waren Einrichtungen getroffen, die Besucher der Grube ohne Gefahr oder Anstrengung bis zu ihrem Grunde, 1500 Fuß unter der Oberfläche zu befördern. Sieben Meilen von hier entfernt im Südwesten von Kalender lief ein Schräger an seinem Eingange mit Türmchen, Zinnen und anderem schmucke monumental verzierter Tunnel aus, der bei genügender Weite und sanftem Abfall direkt in die wunderbare unter dem Boden Schottlands ausgehüllte Krypte führte. Auf doppelten Schienengeläsen rollten durch hydraulische Kraft bewegt Stunde für Stunde die Wagen herauf und hinab, welche dem im Untergrunde der Grafschaft entstandenen Dorfe, das den etwas zu anspruchsvollen Namen Coal City, das heißt Kohlenstadt führte, als Kommunikation mit der Außenwelt dienten. In Coal City angelangt, befand sich der Besucher in einem Bereich, in dem die Elektrizität als Licht- und Wärmequelle eine hochwichtige Rolle spielte. Die zahlreichen senkrecht aufsteigenden Luftschächte hatten nämlich nicht hingereicht, die tiefe Finsternis in Neu-Eberfeuli genügend zu verdrängen. Es erglänzte aber alles in blendendem Lichte, da zahlreiche elektrische Strahlenbündel da selbst die Sonne des Himmels ersetzten. Hier in den Bogenrundungen der Gewölbe, dort an natürlichen Pfeilern angebracht und stets von einem kräftigen, durch magnetelektrische Maschinen erzeugten Strome ernährt, beleuchteten sie hier einer Sonne und dort einem Sterne ähnlich die weiten Räume. Schlug die Stunde der Ruhe, so genügte eine einfache Unterbrechung des Stromes, um nach Belieben die Nacht in den tiefen Abgründen des Werkes eintreten zu lassen. Alle jene größeren oder kleineren Apparate arbeiteten im luftleeren Raume. Das heißt, ihre Lichtbogen standen nirgends mit der umgebenden Atmosphäre in Berührung. Sollten sich letztere also auch einmal Wettergase in größerer Menge beigemischt haben, so konnte es dennoch zu einer Explosion nicht kommen. Die Elektrizität diente auch ohne Ausnahme allen Bedürfnissen des industriellen und häuslichen Lebens. Ebenso in den Wohnstätten von Coal City wie in den sich im Betrieb befindenden Stollen von Neuebber Foley. Wir erwähnen hier auch im Voraus, dass die Vermutungen James Stars bezüglich der von der neuen Grube zu erhoffenden Ausbeute nach keiner Seite hin getäuscht wurden. Der Reichtum dieser Kohlenadern erwies sich als fast unschätzbar. Im Westen der großen Aushöhlung eine Viertelmeile von Coal City entfernt hatte man zuerst mit dem Betriebe begonnen. Die Arbeiterstadt lag also nicht im Mittelpunkte desselben. Vor Beginn des eigentlichen Betriebes stellte man die nötigen Luft- und Förderschächte her, welche die verschiedenen Etagen des Bergwerkes untereinander in Verbindung setzten. Der große Tunnel mit seiner durch Wasserkraft betriebenen Bahn diente nur zur Beförderung der Bewohner und Besucher von Coal City. Der Leser erinnert sich wohl der merkwürdigen Gestaltung jener ungeheuren Höhle, bis zu welcher der alte Obersteiger und seine Begleiter bei dem ersten Besuche vordrangen. Über ihnen wölbte sich da eine Art von Dom mit gerippten Bögen. Die stützenden Pfeiler desselben verliefen in der schiefrigen Felsmasse in einer Höhe von 300 Fuß. Eine Höhe, welche der des Mammoth-Domes in den Grotten von Kentucky nahezu gleich kommt. Bekanntlich vermag diese ungeheure Halle, die größte unter dem ganzen amerikanischen Kontinente, bequem 5000 Personen aufzunehmen. Der erwähnte Teil von Neuerberfeuli zeigte dieselben Verhältnisse und dieselbe Anordnung. Anstelle der wunderbaren Stalaktiten, jener berühmten Grotte aber, haftete hier der Blick an den reichen Kohleadern, welche unter dem enormen Druck des darüber lagernden Gesteines überall gleichsam hervorzuquellen schienen, wobei die glatten Bruchflächen der Pechkohlenflötze in dem Glanze der elektrischen Strahlen flimmerten. Unter diesem gewaltigen Dome dehnte sich ein See aus, seiner Größe nach ähnlich dem Toten Meere der Mammoth Caves, ein tiefer See, dessen klares Wasser von augenlosen Fischen wimmelte und dem der Ingenieur den Namen Malcolm See gab. Hier in dieser ungeheuren natürlichen Höhle hatte Simon Ford seine neue Cottage erbaut, die er nicht gegen das schönste Hotel der Prancer Street in Edinburgh vertauscht hätte. Das Häuschen lag am Ufer des Sees und seine fünf Fenster boten eine Aussicht über das Dunkle bis über die Grenzen des Gesichtskreises hinausreichende Wasser. Zwei Monate später erhob sich eine zweite Wohnung in der Nachbarschaft von der Simon Fords. Es war das Haus James Stars. Der Ingenieur hatte sich neu Aber Foley mit Leib und Seele ergeben. Auch er wollte dasselbe bewohnen und seine Geschäfte mussten sehr dringlicher Natur sein, wenn er sich entschließen sollte, einmal an die Oberwelt zu gehen. Er lebte hier ganz in der Mitte seiner Welt von Bergleuten. Nach Auffindung der neuen Kohlenlager beeilten sich alle früheren Bergleute der Grube, Pflug und Egge zu verlassen und wieder nach Haue und Schlegel zu greifen. Durch die Gewissheit, dass es ihnen hier niemals an Arbeit fehlen könne, ebenso angezogen wie durch den hohen Lohn, den man bei dem gewinnreichen Betriebe der Handarbeit bewilligte. So hatten sie gerne die Oberwelt mit der Unterwelt vertauscht und wohnten gleichzeitig ganz in dem Werke, welches ihnen durch seine natürliche Gestaltung eine Unterkunft anbot. Die aus Backsteinen errichteten Häuschen der Bergleute lagen ringsum malerisch verstreut, die einen an den Ufern des Malcolm Sees, die anderen unter den Bogengängern an den Wänden, welche wie geschaffen schienen, um die Last der überlagernden Erdschichten sicher zu tragen. Hauer, welche mit Axt und Spitzhaue arbeiteten, Karrenläufer, welche die Kohle wegschaffen, Aufseher, Zimmerer, welche das Holzbauwerk der Stollen und Schächte besorgen, Wegearbeiter zur Instandhaltung der nötigen Fußstege, wieder Ausfüller, welche die abgebauten Gänge wieder mit totem Gestein verschütteten. Überhaupt alle speziell mit den Arbeiten in der Tiefe beschäftigten Werkleute verlegten ihre Wohnstätten nach Neu-Eberfeuli und gründeten so allmählich Cole City unter der Ostspitze des Katharinensees im Norden der Grafschaft Stirling. Es war also eine Art flammendisches Dorf, das sich nahe den Ufern des Malcolmsees erhob. Eine dem Heiligen Girs geweihte Kapelle krönte das Ganze. Sie leuchtete freundlich von einem hohen Felsen herab, dessen Fuß sich in dem Wasser des unterirdischen Meeres badete. Wenn diese ganze Ortschaft von den blendenden Strahlen des elektrischen Lichtes erhellt wurde, das hier von mächtigen Säulen herab und dort aus den ehrwürdigen Bögen der Nebenschiffe heraus erglänzte, dann gewährte sie einen fantastischen, höchst fremdartigen Anblick, der die Empfehlung in den Reisehandbüchern von Joanne oder Murray gewiss rechtfertigte. Der fremden Zufluss war deshalb auch immer ein besonders starker. Dass die Bewohner von Cole City auf ihre Niederlassung nicht wenig stolz waren, versteht sich wohl von selbst. Nur sehr selten verließen sie ihre Arbeiter statt, indem sie sich hierin Simon Ford zum Muster nahmen, der so gut wie niemals nach der Oberwelt hinauffuhr. Der alte Obersteiger blieb bei der Behauptung, dass es da oben immer regne und bezieht man diese Äußerung auf das Klima des Vereinigten Königreiches, so hatte er vielleicht nicht gar so Unrecht. Die einzelnen Familien in Neu-Eberfeuli gediehen vortrefflich. Im Verlauf dreier Jahre hatten sie sich zu einem gewissen Wohlstande emporgeschwungen, den sie auf der Oberfläche der Grafschaft kaum je erreicht hätten. Eine hübsche Zahl kleiner Kinder, welche seit der Wiederaufnahme der Arbeiten geboren wurden, hatte noch niemals die Luft der Außenwelt geatmet. Jack Ryan pflegte deshalb scherzend zu sagen, da sind sie nun schon 18 Monate der Mutterbrust entwöhnt und haben noch nicht einmal das Licht der Welt erblickt. Übrigens gehörte Jack Ryan seiner Zeit zu den Ersten, welche auf den Ruf des Ingenieures herbeieilten. Der muntere Bursche hielt es für seine Pflicht, sich dem früheren Berufe wieder zu widmen. Die Meierei von Melrose verlor mit ihm also ihren Sänger und Dudelsack Pfeifer. Damit soll aber nicht etwa gesagt sein, dass Jack Ryan selbst nicht mehr gesungen habe. Im Gegenteil, er ließ der steinernen Lunge des Echos in Neueberfeule kaum je eine Stunde Ruhe. Jack Ryan wohnte mit in der neuen Cottage Simon Fords. Man hatte ihm darin ein Zimmerchen angeboten und er nahm als ein einfacher und offenherziger Mann dasselbe ohne Umstände an. Die alte Match schätzte ihn wegen seines guten Charakters und seiner frohen Laune. Sie teilte ja auch im Inneren seine Gedanken hinsichtlich der fantastischen Wesen, welche in der Kohlengrube hausen sollten und wenn beide einmal alleine waren, dann erzählten sie einander gerne schauerliche Geschichten und wertvolle Bereicherungen der hyperboreischen Mythologie. Jack Ryan wurde so die Freude der Cottage. Er war ein gutmütiger Mensch, ein zuverlässiger Arbeiter. Sechs Monate nach der Wiedereröffnung des Betriebes übernahm er die Leitung einer Arbeiterkolonne. Sie haben sich da wirklich verdient gemacht, Mr. Ford, begann er wenige Tage nach seinem Einzuge. Sie haben eine neue Kohlenader entdeckt und wenn sie dafür bald mit ihrem Leben gebüßt hätten, nun so war auch dieser Preis vielleicht nicht zu teuer. Ein 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 Jack, es ist sogar ein gutes Geschäft, das wir hierbei machten, antwortete der alte Obersteiger. Aber weder Mr. Star noch ich werden es jemals vergessen, dass wir dir unser Leben verdanken. Nein, nein, erwiderte Jack, Darren ist ihr Sohn Harry schuld, weil er den guten Gedanken hatte, meine Einladung zu dem Fest in Irvin anzunehmen. Und da selbst nicht zu erscheinen, nicht wahr? fiel Harry ein und drückte die Hand des Kameraden. Nein, dir, Jack, der seine Wunden nicht schonte, der keinen Tag, keine Stunde verstreichen ließ, dir verdanken wir es, noch lebend in der Grube aufgefunden worden zu sein. Nein, nimmer mehr, wehrte sich der Trotzkopf. Ich werde nichts sagen lassen, was nicht wahr ist. Aber ich habe nicht gesäumt, zu erfahren, was aus dir geworden sei, und das ist alles. Doch um jedem seinem Anteil zu lassen, so muss ich doch bemerken, dass ohne jenes unerreichbare Bergmännchen... Ah, da haben wir es, rief Simon fort. Ein Bergmännchen! Ja, ein Bergmännchen, ein Gnom, das Kind einer Fee, wiederholte Jack Ryan. Vielleicht der Enkel einer Feuerhexe, ein Urisk, oder was ihr sonst wollt. Es steht aber fest, dass wir ohne seine Hilfe niemals in die Galerie gekommen wären, die euch gefangen hielt. Ganz gewiss, Jack, stimmt ihm Harry zu. Es fragt sich nur, ob jenes Wesen wirklich so übernatürlicher Art war, wie du das annimmst. Übernatürlich, rief Jack Ryan. Es war ebenso übernatürlich wie ein Irrlicht, das man mit der Fackel in der Hand dahin eilen sähe, das man vergeblich einzuholen sucht und das euch gewiss entwischt wie ein Silv und verschwindet wie ein Schatten. Warte nur, Harry, es wird schon noch einmal sichtbar werden. Nun gut, Jack, bemerkte Simon Ford. Ob Irrlicht oder nicht, wir werden es wieder aufzufinden suchen und du wirst uns dabei behilflich sein. Das würde ihnen nicht gut bekommen, Mr. Ford, antwortete Jack Ryan. Ei, das wird sich ja zeigen, Jack. Der Leser wird leicht begreifen, wie alle Glieder der Familie Ford und vorzüglich Harry mit dem Gebiete von Neu-Eberfoyle schnell verständig bekannt wurden. Schnell vollständig bekannt wurden. Letzterer durchstreifte alle Gänge und Winkeln desselben und kam bald dahin angeben zu können, welchem Punkte der Erdoberfläche der und jener Punkt des Kohlenwerkes entsprach. Er wusste, dass auf der einen Erdschichte der Golf von Clyde ruhte und über der anderen sich der Lomond oder Katharinensee ausbreitete. Diese Pfeiler hier dienten als Widerlager für die darüber aufgetürmten Grampian Berge. Jene Wölbung trug Damberton. Über diesem umfangreichen Teiche lief die Eisenbahn von Berlock dahin. Hier endete die Küste Schottlands und begann das Meer, dessen furchtbaren Wellenschlag man während der heftigen Äquinoxialstürme hörte. Harry wäre der vorzüglichste Führer durch diese natürlichen Katakomben gewesen. Und was die Führer auf den schnegen Gipfeln der Alpen bei vollem Tageslichte leisten? Das leistete auch er in der Finsternis, geleitet durch seinen unvergleichlichen Instinkt in dem ungeheuren Kohlenwerke. Wie hing er auch an diesem Neuebber Feuli? Wie oft wagte er sich, seine Lampe am Hute, in dessen entfernteste Galerien? Die Teiche untersuchte er mittels eines Bootes, das er sehr geschickt führte. Er jagte sogar manches Mal, denn durch die Höhlen schwärmten zahlreiche wilde Vögel, wie Langgeschwänzte und Trauerenten, Bekassinen, welche sich von den Fischen ernährten, die in den dunklen Wassern spielten. Es schien fast, als seien Harrys Augen für diese dunklen Räume wie geschaffen, wie die des Seemannes für das Auslugen in die Ferne. Doch wenn er so umherirrte, dann trug sich Harry immer mit der Hoffnung, das rätselhafte Wesen wiederzutreffen, dessen hilfreichem Dazwischentreten er und die Seinigen mehr als jedem anderen ihre Rettung verdankten. Sollte dieser Wunsch in Erfüllung gehen? Wenn er seinen Ahnungen traute, gewiß, wenn er den bisherigen Misserfolg seiner Bemühungen überlegte, freilich nur schwerlich, denn ähnliche Attentate auf die Familie Ford, wie vor der Erschließung Neuerberfeulis, hatten sich nicht wiederholt. So gestalteten sich die Verhältnisse in diesem fremdartigen Gebiete. Man braucht nicht zu glauben, dass es selbst zu der Zeit, als die ersten Anfänge von Cole City emporwuchsen, an jeder Zerstreuung in dieser unterirdischen Ortschaft gefehlt habe und das Leben da selbst ein gar zu förmliches gewesen sei, gewiß nicht. Die Bevölkerung da selbst mit ihrem gleichartigen Interesse, mit dem selben Geschmack und dem fast gleichmäßig herrschenden Wohlstande bildete eigentlich nur eine große Familie. Alle kannten sich, standen sich stets nahe und dabei erwachte das Verlangen nach Vergnügungen in der Außenwelt zu suchen nur sehr selten. Jeden Sonntag veranstaltete man Spaziergänge in dem Kohlenwerke, Exkursionen auf den Seen und Teichen, welche zu ebenso vielen angenehmen Zerstreuungen wurden. Häufig erklangen auch die Töne des Dudelsacks an den Ufern des Malcolm-Sees. Dann eilten die Schotten auf den Ruf ihres nationalen Instrumentes herbei. Bald ward ein Tänzchen eröffnet und an solchen Festtagen spielte Jack Ryan in der kleidsamen Tracht der Hochländer den König des Festes. Alles das bewies, wie Simon Ford gern behauptete, das Coal City schon mit der Hauptstadt von Schottland rivalisieren konnte. Jener Stadt, welche der Kälte des Winters, der Hitze des Sommers, der Unbill einer manchmal abscheulichen Witterung ausgesetzt war und durch ihre durch den Rauch der vielen Schornsteine verpestete Atmosphäre den Beinamen des alten Rauchfanges gewiss rechtfertigte. Vierzehntes Kapitel Am letzten Fädchen hängend Jetzt, nach Befriedigung ihrer innigsten Wünsche, fühlte sich Simon Ford's Familie wirklich glücklich. An Harry aber alleine, der schon von Natur aus einen etwas verschlosseneren Charakter besaß, hätte man beobachten können, dass er mehr und mehr in sich gekehrt blieb, wie Match zu sagen pflegte. Selbst Jack Ryan gelang es, trotz seiner ansteckenden guten Laune nicht, ihn umzuwandeln. Eines Sonntages im Monat Juni gingen die beiden Freunde am Ufer des Malcolm-Sees spazieren. Cole City feierte, draußen tobte ein stürmisches Wetter. Heftige Regengüsse entwickelten aus der erhitzten Erde einen warmen, fast erstickenden Brodem. In Cole City dagegen herrschte die tiefste Ruhe, die angenehmste Temperatur und es gab weder Regen noch Wind. Hier verriet nichts den Kampf der Elemente in der Oberwelt. Aus Stirling und dessen Umgebung strömten Spaziergänger herzu, um sich an der angenehmen Frische des Kohlenwerkes zu erquicken. Die elektrischen Apparate übergossen alles mit einem Lichtglanz, um den es die für einen Sonntag etwas gar zu nebelverhüllte Sonne Britanniens wohl beneidet hätte. Jack Ryan machte seinen Kameraden Harry auf den außergewöhnlichen Andrang von Besuchern aufmerksam. Dieser nahm seine Worte, aber nur mit sehr geteilter Aufmerksamkeit auf. Sieh doch, Harry, begann er, welches Gedränge von Gästen. Komm, mein Freund, verscheuche deine trüben Gedanken. Du wirst die Leute von oben noch auf den Gedanken bringen, dass man sie um ihr Schicksal beneiden könne. Lieber Jack, antwortete Harry, sorg dich nicht um mich. Du bist ja lustig für zwei und das genügt schon. Hol mich doch der alte Nick, versetzte Jack, wenn deine Melancholie mich nicht zuletzt noch mit ansteckt. Meine Augen werden trüber, die Lippen pressen sich zusammen und das Lachen bleibt mir in der Kehle stecken und zum Singen fehlt mir das Gedächtnis. Also komm, sprich Harry, was fehlt dir? Du weißt es ja, Jack. Noch immer dieser Gedanke. Noch immer. Du armer Harry, erwiderte Jack Ryan achselzuckend. Wenn du wie ich alles auf die Rechnung der Berggeister setzen würdest, würdest du weit ruhiger sein. Du weißt wohl, Jack, dass diese Gnomen und Feen nur in deiner Einbildung existieren und dass sich seit Wiederaufnahme der Arbeiten kein einziger mehr in Neue Aberfeuerli hat blicken lassen. Zugegeben, Harry, doch wenn sich die Berggeister nicht mehr zeigen, so scheint es mir nur zeigen sich die Wesen, denen du da alles zuschreiben willst, noch wenige. Ich werde sie wieder zu finden wissen, Jack. Oh, Harry, Harry, die Geister von Neuebber Feuli sind nicht so leicht zu fangen. Ich will sie schon entdecken, deine vermeintlichen Geister, erwiderte Harry mit einem Tone der festesten Überzeugung. Du gedenkst sie also zu bestrafen? Zu bestrafen und sie zu belohnen, Jack. Wenn die eine Hand uns in jener Galerie eingesperrt hatte, so vergesse ich dabei nicht, dass eine andere uns zu Hilfe gekommen ist. Nein, nein, das vergesse ich niemals. Bist du aber, entgegnete ihm Jack Ryan, auch überzeugt, dass diese beiden Hände nicht ein und demselben Wesen angehören? Warum, Jack? Wie kommst du auf diesen Gedanken? Ja, zum Kuckuck, du weißt, Harry, die Wesen, welche in diesen abgerünten Hausen, die sind nicht so wie wir gebaut. Jene aber sind ganz unseres gleichen, Jack. Nein, Harry, nein, wäre es übrigens nicht möglich, dass hier ein Geisteskranker sein Wesen triebe, ha? Ein Geisteskranker, erwiderte Harry, ein Wahnsinniger, in dessen Ideen eine solche Folgerichtigkeit herrschte, ha? Ein verrückter jener Bösewicht, der seit dem Tage, da er die Leitern im Jero-Schachte zerstörte und unausgesetzt zu schädigen suchte. Er tut es aber nicht mehr, Harry. Seit drei Jahren ist weder gegen dich noch gegen deine Angehörigen irgendeine neue Bosheit ausgeführt worden. Oh, das tut nichts, Jack, antwortete Harry. Ich kann die Ahnung nicht loswerden, dass jener böse Geist, sei er, wer er will, auf seine verderblichen Absichten noch nicht verzichtet hat. Worauf ich mich mit dieser Annahme stütze, könnte ich selbst nicht sagen. Auch im Interesse des wiederauflebenden Betriebes unserer Grube möchte ich wissen, wer es ist und woher er kommt. Im Interesse des jetzigen Betriebes, fragte Jack erstaunt. Gewiss, Jack, versetzte Harry. Aber ich sehe in allen diesen Handlungen ein dem unseren offenbar widerstrebendes Interesse. Ich habe wohl oft darüber nachgedacht und glaube mich nicht zu täuschen. Erinnere dich an jene Reihe unerklärlicher Vorkommnisse, welche sich ganz logisch folgten. Jener Anonyme, dem meines Vaters widersprechende Brief beweist zunächst, dass irgendjemand von unserem Vorhaben Kenntnis gehabt und dessen Ausführungen zu vereiteln suchte. Mr. Star kam uns zu besuchen nach der Grube Dotschat und kaum habe ich ihn ein Stück dahin geführt, so wird ein gewaltiger Stein nach uns geschleudert und durch Zerstörung der Leitern des Jero-Schachtes jede Verbindung mit der Außenwelt unterbrochen. Unsere Nachforschungen beginnen. Ein Experiment, welches für das Vorhandensein eines weiteren Kohlenlagers als Beweis dienen sollte, war durch Verschließung der Spalten im Schiefergestein unmöglich gemacht. Nichtsdestoweniger gelingt unser Beweis zuletzt. Das Flötz wird gefunden. Wir kehren zurück und da entsteht eine heftige Bewegung der Luft. Unsere Lampe zerbricht, rings um uns wird es finster. Trotzdem gelingt es uns, den richtigen Weg einzuhalten. Aber da war kein Ausgang mehr vorhanden, die Mündung verschlossen, wir waren eingesperrt. Nun, Jack, erblickst du in dem allen nicht eine böswillige Absicht? Und zweifelhaft ein bis jetzt von mir noch nicht erlangt es, aber keineswegs übernatürliches Wesen, wie du glaubst, annehmen zu müssen, war verborgen. Aus einer noch unaufgeklärten Absicht suchte es unser weiteres Vordringen zu verhindern. Es war früher hier. Eine Ahnung sagt mir, dass es auch jetzt nicht verschwunden ist und wahrscheinlich irgendetwas Furchtbares im Schilde führt. Nun wohl, Jack, und sollte es mein Leben kosten, ich muss hier klar sehen lernen. Harry sprach mit einer so sicheren Überzeugung, dass er die Ansicht seines Kameraden gewaltig erschütterte. Jack Ryan fühlte recht wohl, dass Harry recht habe, wenigstens bezüglich der Vergangenheit, doch mochten diese außerordentlichen Ereignisse eine natürliche oder übernatürliche Ursache haben, jedenfalls lagen sie klar vor Augen. Trotzdem verzichtete der wackere Bursche nicht darauf, die Tatsachen nach seiner Art zu erklären. Da er jedoch wusste, dass Harry niemals die Intervention eines rätselhaften Wesens zugeben würde, so betonte er nur jenes Vorkommnis, welches mit der Annahme einer böswilligen Absicht gegen die Familie Ford offenbar unvereinbar schien. Nun gut, Harry, begann er, muss ich dir auch hinsichtlich mehrerer Erscheinungen Recht geben, bist du mir nicht darüber wenigstens einer Meinung, dass euch irgendein guter Geist durch das Herbeischaffen von Brot und Wasser das Leben rettete und Jack unterbrach ihn Harry. Jenes hilfreiche Geschöpf, das du zu einem übernatürlichen Wesen machen möchtest, es existiert unzweifelhaft, ebenso wie der betreffende Bösewicht und ich wiederhole dir, ich werde sie beide bis in die letzten Ausläufer der Grube suchen gehen. Ja, hast du denn irgendwelche Vermutungen, die dich dabei auf den richtigen Weg führen könnten? fragte Jack Ryan. »Vielleicht«, antwortete Harry. »Hör mir aufmerksam zu. Fünf Meilen westlich von Aberfeuli, unter den Schichten, welche den Lomans See tragen, da findet sich ein natürlicher Schacht, der senkrecht in die Tiefe hinabführt. Vor etwa acht Tagen versuchte ich schon, seine Länge zu messen. Da, als ich mich über die obere Mündung beugte, um meine Sonde hinabgleiten zu lassen, da schien mir die Luft im Inneren desselben heftig, wie von kräftigen Flügelschlägen bewegt. »Es wird sich ein Vogel in die unteren Galerien der Grube verirrt haben«, bemerkte Jack. »Das ist noch nicht alles«, fuhr Harry fort. Noch an dem selben Tage kehrte ich noch einmal zu dem Schachte zurück und glaubte da in dessen Grunde ein leises Wimmern zu hören. »Ein Wimmern«, rief Jack. »Du hast dich getäuscht, Harry. Das ist nur der Luftzug gewesen, wenn nicht etwa ein Berggeist. Morgen, Jack, da werde ich wissen, woran ich bin. »Morgen?«, fragte Jack, der seinen Kameraden mit großen Augen ansah. »Gewiß.«, »Morgen steige ich in den Abgrund hinab. Harry, das heißt Gott versuchen.« »Nein, mein Freund, ich werde seine Hilfe erbitten zu diesem Unternehmen. Morgen begeben wir beide uns, nebst einigen Kameraden, nach diesem Schachte. Ich schlinge mir ein langes Seil um den Leib und an dem ihr mich hinablassen und auf ein gegebenes Zeichen wieder hinaufziehen könnt. Ich darf doch auf dich rechnen, Jack. »Harry«, antwortete Jack sehr ernst. »Ich werde alles tun, was du von mir verlangst, doch wiederhole ich dir, du tust Unrecht.« »Ach, es ist besser, einmal Unrecht zu tun, als sich die Vorwürfe machen zu müssen, etwas unterlassen zu haben,« erwiderte Harry mit entschiedenem Tone. »Also, morgen früh sechs Uhr und schweigen können, ja? Lebt wohl, Jack. Um mein Gespräch nicht weiter fortzusetzen, bei dem Jack Ryan gewiss versucht hätte, ihn von seinem Vorhaben abzuraten, verließ Harry schnell seinen Kameraden und kehrte nach der Cottage zurück. Man muss übrigens zugeben, dass Jacks Befürchtungen nicht übertrieben waren. Wenn Harry ein persönlicher Feind bedrohte und sich in dem Schachte verborgen hielt, den der junge Bergmann untersuchen wollte, so setzte sich Warum sollte es nicht so sein können? Und überdies wiederholte sich Jack. Warum einer möglichen Gefahr in die Arme laufen, um eine Reihe von Tatsachen zu erklären, welche sich durch die Annahme des Einschreitens über natürliche Wesen ganz von selber klärt? Trotzdem fanden sich am nächsten Morgen Jack Ryan nebst drei Kameraden in Begleitung Harrys an der Mündung des verdächtigen Schachtes ein. Harry hatte sein Vorhaben sowohl James Starr als auch dem alten Obersteiger verheimlicht. Auch Jack Ryan war seinerseits verschwiegen gewesen. Als die anderen Bergleute die kleine Gesellschaft aufbrechen sahen, da glaubten sie, es handle sich nur um irgendeine Untersuchung der Mächtigkeit des an einer anderen Stelle. Harry trug ein 200 Fuß langes Seil, das zwar nicht dick, aber besonders fest war. Da er mit Hilfe der Hände und Arme weder hinab noch hinauf klettern konnte, so musste er ein Seil gebrauchen, welches das Gewicht seines Körpers sicher trug. Seine Begleiter sollten ihn also hängend in den Abgrund hinuntersinken lassen und ebenso wieder emporziehen. Eine Erschütterung des Seiles sollte zwischen ihm und jenen als Signal dienen. Der ziemlich weite Schacht mochte im Durchmesser zwölf Fuß messen. Oben wurde ein Pfosten wie eine Brücke darüber gelegt, sodass der Strick sich beim Nachgleiten immer in der Mitte halten musste, um Harry bei seiner Fahrt in die unbekannte Tiefe vor dem Anstoßen an den Seitenwänden zu bewahren. Harry war bereit. Du bestehst also auf deiner Absicht, diese Schlucht zu untersuchen, fragte ihn Jack Ryan mit ernster Stimme. Ja, Jack, antwortete Harry. Das Seil wurde nun zuerst um Harrys Lenden und dann unter seinen Armen hinweg befestigt, sodass der Körper sicher gerade hing. Hierdurch behielt Harry beide Arme frei. Am Gürtel befestigte er eine Sicherheitslampe und an der Seite eines jener breiten schottischen Messer in einer Lederscheide. Harry trat bis auf die Mitte des Pfostens vor, über welchen das Seil laufen sollte. Dann ließen ihn seine Begleiter sinken und er verschwand langsam in der Tiefe. Da sich das Seil gleichzeitig langsam drehte, fiel der Schein seiner Lampe nach und nach ringsum auf die Wand und Harry konnte sie dabei sehr genau ins Auge fassen. Diese Wände bestanden aus Schiefer und waren so steil und glatt, dass man daran unmöglich emporklettern konnte. Harry berechnete, dass er sich nur mit mäßiger Geschwindigkeit senkte, etwa einen Fuß in der Sekunde. Er konnte demnach alles bequem sehen und sich für jede Eventualität bereithalten. Bis nach Ablauf von zwei Minuten, also bis in eine Tiefe von ungefähr 120 Fuß, ging diese Niederfahrt ohne jede Störung vor sich. Die Wand des Schachtes zeigte nirgends eine davon ausgehende Seitengalerie. Der Letztere selbst weitete sich aber allmählich tonnenartig etwas aus. Vom Grunde aus fühlte Harry jetzt eine kühlere Luft heraufwehen, woraus er schloss, dass der Schacht da selbst mit irgendeinem anderen Wetterschachte in der Grube in Verbindung stehen müsse. Das Seil sank tiefer, rings herrschte vollständige Finsternis und vollkommene Ruhe. Wenn irgendein lebendes Wesen in dieser geheimnisvollen und tiefen Schlucht Zuflucht gesucht hatte, so war es entweder nicht mehr anwesend oder verriet seine Gegenwart wenigstens nicht durch die leiseste Bewegung. Je tiefer er hinab sank, desto misstrauischer warnt Harry. Er zog deshalb das Messer aus dem Gürtel und hielt es in der rechten Hand zur etwaigen Abwehr bereit. In einer Tiefe von 180 Fuß fühlte Harry, dass er den Boden erreicht habe. Die Spannung des Seiles ließ nach und dasselbe wurde von oben nicht weiter nachgelassen. Harry atmete einen Augenblick lang auf. Eine Befürchtung, die er sich nicht erwehren hatte können, dass nämlich das Seil über ihm durchschnitten werden könne, hatte sich nicht erfüllt. Er hatte übrigens nirgends in der Schachtwand irgendeine Aushöhlung bemerkt, in der sich ein lebendes Wesen hätte verbergen können. Der unterste Teil des Schachtes lief wieder ziemlich eng zusammen. Harry löste seine Lampe aus dem Gürtel und leuchtete damit Grunde umher. Seine vorige Annahme hatte ihn nicht getäuscht. In einem tiefen Kohlenflötze zog sich ein enger, mehr schlauchähnlicher Gang hin, sodass man sich bücken musste, um in denselben hinein zu gelangen. Und nur auf Händen und Füßen war darin weiter Fortkriechen möglich. Harry wollte sich über den Verlauf dieses engen Stollens unterrichten und sehen, ob er vielleicht später wieder in eine erweiterte Höhle mündete. Er streckte sich auf den Erdboden aus und begann zu kriechen, aber plötzlich sperrte ihm ein Hindernis den Weg. Dem Gefühle nach urteilte er, dass dieses Hindernis in einem menschlichen Körper bestand, der den Gang fast verschloss. Harry wich zuerst entsetzt zurück, kroch dann aber doch wieder vorwärts. Er hatte sich nicht geirrt. Es war in der Tat ein menschlicher Körper, der hier im Wege lag. Er überzeugte sich durch das Gefühl, dass derselbe, wenn auch eisig an den Extremitäten, doch nicht völlig erkaltet war. Ihn zu sich heranzuziehen, nach dem Grunde des Schachtes zu bringen und dort zu beleuchten, das war bei Harry schneller ausgeführt, als wir es hier erzählen könnten. Ein Kind, rief er erstaunt. Das in diesem Abgrunde aufgefundene Kind lebte zwar noch, seine Atmung war aber so schwach, dass Harry jeden Augenblick dessen Tod befürchtete. Er musste das arme Wesen also schleunigst mit nach der Schachtmündung hinaufnehmen und nach der Cottage bringen, um es der Pflege seiner Mutter anzuvertrauen. Harry vergaß alles Übrige, befestigte das Seil an seinem Gürtel, band auch die Lampe daran, fasste das Kind, welches er mit dem linken Arm an sich drückte, so, dass er die bewaffnete rechte Hand frei behielt und gab das verabredete Zeichen, um sich hinaufziehen zu lassen. Das Seil ward bald wieder straff und das Aufsteigen begann. Mit verdoppelter Aufmerksamkeit blickte Harry nun um sich. Jetzt drohte eine mögliche Gefahr ja nicht mehr ihm allein. Während der ersten Minuten dieser Fahrt nach oben ging alles nach Wunsch und kein Unfall schien ihm zu drohen, als er plötzlich eine heftigere Luftbewegung wahrnahm, die vom Grunde des Schachtes ausgehen musste. Er sah unter sich und bemerkte bald im Halbdunklen einen sich nach und nach emporschwingenden Körper, der ihn im Vorüberschweben streifte. Es war ein ungeheurer Vogel, dessen Art er nicht erkennen konnte und der mit mächtigen Flügelschlägen emporstieg. Das furchtbare beflügelte Tier hielt an, schwebte einen Augenblick in einen derselben Höhe hin und stieß dann wütend auf Harry nieder. Harry konnte nur von seinem rechten Arme Gebrauch machen, um die Schläge des gewaltigen Schnabels dieses Tieres abzuwehren. Er verteidigte sich jedoch nach Kräften und suchte dabei das Kind so gut wie möglich zu schützen. Die Angriffe des Vogels galten aber auch gar nicht dem Kinde, sondern ihm allein. Durch die Drehungen des Seiles behindert, gelang es ihm auch nicht, jenen tödlich zu treffen. Der Kampf zog sich in die Länge. Harry rief aus Leibes Kräften, in der Hoffnung, oben gehört zu werden. Und es geschah, was er hoffte. Das Seil stieg schneller mit ihm empor. Noch lag eine Strecke von etwa 80 Fuß vor ihm. Da gab der Vogel seine direkten Angriffe gegen ihn auf. Jetzt drohte aber eine weit schrecklichere Gefahr, denn jener krallte sich zwei Fuß über Harrys Kopfe und so weit, dass er ihn mit der rechten und mit der freien Hand nicht erreichen konnte, an dem Seile fest und suchte es mit seinem furchtbaren Schnabel zu zerstören. Harrys Haare sträubten sich. Eine Trosse war schon zerhackt und zerrissen. Mehr als hundert Fuß über dem Grunde der Schlucht begann das Seil sich nun zu dehnen. Harry stieß einem entsetzlichen Schrei aus. Eine zweite Trosse löste sich unter der doppelten Last, welche das halb zerstörte Seil jetzt tragen musste. Harry ließ sein Messer fallen und es gelang ihm, vermöge einer übermenschlichen Anstrengung, gerade als das Seil dem Zerreißen nahe war, dasselbe mit der rechten Hand über jener durch den Schnabel des Vogels zerstörten Stelle zu ergreifen. Trotz seiner eisenfesten Hand fühlte er das Seil aber doch langsam durch seine Finger gleiten. Er hätte sich an demselben mit zwei Händen halten können, wenn er das Kind opferte, welches seinen linken Arm noch hielt. Nein, er wollte gar nicht daran denken. Inzwischen zogen ihn Jack Ryan und die beiden anderen Bergleute, da sie Harrys verzweifelte Rufe vernommen hatten, immer schneller empor. Harry glaubte nicht, dass seine Kräfte ausreichen würden, bis er die Schachtmündung erreichte. Das Blut schoss ihm ins Gesicht. Einen Augenblick schloss er die Augen mit, der grässlichen Erwartung in die Tiefe zu stürzen, dann öffnete er sie wieder. Der offenbar erschreckte Vogel war verschwunden. Gerade als Harrys Hand das Seil entgleiten wollte, um dessen äußerstes Ende seine Faust sich krampfhaft geschlossen hatte, ward er von seinen Genossen ergriffen und samt dem Kinde auf den Boden niedergelegt. Doch eine Nachwirkung konnte hier ja nicht ausbleiben. Harry war bewusstlos in den Armen seiner Kameraden zusammengebrochen. Fünfzehntes Kapitel Nell in der Cottage Zwei Stunden später kamen Harry, der die Besinnung noch nicht so schnell wieder erhalten hatte, und das überaus schwache Kind mit Hilfe Jack Ryans und seiner Kameraden in der Cottage an. Jetzt erzählte man dem alten Obersteiger das Vorgefallene und Match widmete dem Armen von ihrem Sohne geretteten Geschöpfe die sorgsamste Pflege. Harry hatte ein Kind aus dem Abgrund zu bringen geglaubt. Es war schon ein junges Mädchen von etwa sechzehn Jahren. Ihr irrender, verwunderter Blick, ihr eingefallenes Gesicht, dem man die Spuren grausamer Leiden ansah, ihre helle Farbe, welche vom Tageslicht noch unberührt schien, und ihre zarte und niedliche Gestalt, alles ließ sie ebenso fremdartig wie auch reizend erscheinen. Jack Ryan verglich sie mit einigem Recht mit einem Kobold von etwas übernatürlichem Aussehen. War es eine Folge der eigentümlichen Umstände, der ganz ungewöhnlichen Umgebung, in der das junge Mädchen bis jetzt offenbar gelebt hatte, dass sie dem menschlichen Geschlecht nur zur Hälfte anzugehören schien. Ihr Gesichtsausdruck musste jedem auffallen. Erstaunt und doch schüchtern blickten ihre Augen, welche die Lampen der Cottage anzustrengen schienen umher, als ob ihnen alles neu erschiene. Die alte Schottin richtete an dieses eigentümliche Wesen, das man auf Matchs Bett niedergelegt hatte und welches wieder zum Leben kam, als erwachte es aus einem jahrelangen Schlaf, einige freundliche Worte. Wie heißt du, mein Kind? fragte sie. Nell, antwortete das junge Mädchen. Fehlt dir etwas, Nell, fuhr Match fort. Mich hungert, erwiderte Nell. Ich habe nichts gegessen seit... Man hörte es schon bei diesen wenigen Worten, dass Nell nicht gewöhnt war, zu sprechen. Ihr Dialekt war der Alt-Gälische, den auch Simon Ford und die Seinigen häufig gebrauchten. Match brachte dem jungen Mädchen einige Nahrung und Nell war nahe daran, vor Hunger zu sterben. Seit wann befand sie sich im Grunde jenes schüttelte wie viele Jahre lang warst du dort unten, meine Tochter? fragte sie Match. Nell antwortete nicht. Sie schien den Sinn der Worte nicht zu erfassen. Seit wie vielen Tagen? wiederholte Match. Tagen? erwiderte Nell, für welche jenes Wort gar keine Bedeutung zu haben schien. Dann schüttelte sie kurz mit dem Kopf wie jemand, der eine an ihn gestellte Frage nicht versteht. Match hatte Nells Hand ergriffen und streichelte sie, um jene zutraulicher zu machen. Wie alt bist du denn, mein Kind? fragte sie weiter und schaute ihr freundlich ins Gesicht. Dasselbe verneinende Zeichen von Nells Seite. Nun, ich meine, wie viele Jahre zählst du? erläuterte Match ihre Frage. Jahre? antwortete Nell verwundert. Wie für das Wort Tag schien das junge Mädchen auch für dieses zweite kein Verständnis zu haben. Simon Ford, Harry, Jack Ryan und die übrigen betrachteten sie mit dem doppelten Gefühle des Mitleides und der Sympathie. Der Zustand des Armen mit einem groben Rocke bekleideten Wesens rührte sie innig. Harry besonders fühlte sich noch mehr als die anderen von der Eigenart Nells angezogen. Er sah Nell, deren Lippen sich, dabei zu einem leichten Lächeln zu öffnen schienen, offen ins Gesicht und sagte, Nell, da unten, in der Grube, warst du da allein? Allein, allein, rief das junge Mädchen, sich aufrichtend. In ihrem Antlitz malte sich jetzt der Schrecken. Ihre, unter den Blicken des jungen Mannes, so sanften Augen, sprühten jetzt fast ein unheimliches Feuer. Das arme Kind ist noch zu schwach, uns Rede und Antwort zu stehen, meinte Match, nachdem sie das junge Mädchen wieder niedergelegt hatte. Einige Stunden Ruhe und dann etwas Speise und Trank werden sie schon wieder kräftigen. Komm Simon und du Harry und kommt ihr anderen alle, lassen wir sie ruhig schlummern. Auf Matchs Rad hin wurde Nell alleine gelassen und kurz darauf konnte man sich schon überzeugen, dass sie fest angeschlafen war. Das ganze seltsame Ereignis verfehlte natürlich nicht, erst in dem Kohlenwerke, dann in der Grafschaft Stirling und endlich in dem ganzen Vereinigten Königreiche das größte Aufsehen zu erregen. Die wunderbarsten Gerüchte über Nell kamen in Umlauf. Hätte man ein junges Mädchen direkt in dem Schiefer Felsen gefunden, wie eines jener vorsintflutlichen Geschöpfe, welche Hammer und Fäustel des Bergmannes manches Mal aus dem Jahrtausend der alten Felsen wieder an das Licht bringen. Das Aufsehen wäre kaum ein größeres gewesen. Sich selbst unbewusst kam Nell sozusagen in die Mode in die Mode. Aber gläubische Leute fanden hier eine neue Unterlage für ihre Legenden. Sie glaubten steif und fest, Nell sei die gute Fee von Neu-Eber Foley, wie Jack Ryan das auch seinem Freunde Harry gegenüber aussprach. Es sei, erwiderte Harry, um ein solches Gespräch nicht auszudehnen. Es sei, Jack, aber jedenfalls ist sie nur die gute Fee. Sie war es, die uns zu Hilfe kam und uns Brot und Wasser brachte, als wir in der Kohlengrube eingesperrt waren. Das kann nur sie gewesen sein. Wenn der andere böse Geist aber noch da unten in der Grube haust, so werden wir ihn schon noch eines Tages entdecken. Es versteht sich von selbst, dass man den Ingenieur James Starr schleunigst von dem Vorgefallenen unterrichtete. Das junge Mädchen, welches am Tage nach der Ankunft in der Cottage ihre Kräfte völlig wieder gewonnen hatte, wurde von ihm nach allen Seiten befragt. Ihr schienen die meisten Dinge des Lebens völlig unbekannt. Dennoch erweckte sie den Eindruck einer mehr als gewöhnlichen Intelligenz, nur dass ihr einzelne Begriffe, unter anderem der der Zeit, völlig Man merkte es, dass sie nicht gewöhnt war, die Zeit in Stunden oder Tagen zu teilen, und dass sie selbst die Worte dafür nicht einmal kannte. Ihre an eine ununterbrochene Nacht gewöhnten Augen vertrugen nur schwierig den Glanz der elektrischen Sonne. In der Finsternis aber erreichte ihr Blick eine überraschende Schärfe, und die weit geöffneten Pupillen gestatteten ihr, selbst bei tiefer Dunkelheit noch zu sehen. Eindrücke von der Außenwelt schien ihr Gehirn noch nicht erhalten zu haben. Sie umgab nie ein anderer Horizont als die dunkle Kohlengrube. Was sie von der Menschheit kannte, das beschränkte sich gewiss auf eines oder wenige in dieser Aushöhlung der Erde lebenden Wesen. Wusste dieses arme Kind überhaupt, dass es eine Sonne und Sterne, Städte und Länder, dass es ein Weltall gab, durch welches ungezählte Weltkörper kreisten. Daran musste man zweifeln, bis zu der Stunde, in welcher gewisse ihr noch unbekannte Worte in ihrem Geiste eine feststehende Bedeutung gewannen. Auf die Lösung der Frage, ob Nell in der Tiefe von Neu-Eberfoyli alleine gelebt habe, musste der Ingenieur verzichten. Jede Anspielung hierauf erfüllte dieses eigentümliche Wesen mit schauderndem Entsetzen. Entweder wollte oder konnte Nell hierauf nicht antworten. Jedenfalls aber war hier noch ein Geheimnis zu entschleiern. Willst du hier bei uns bleiben oder dahin zurückkehren, wo du früher warst, hatte sie der Ingenieur gefragt. Auf den ersten Teil der Frage rief sie schnell und freudig und den zweiten Teil beantwortete sie nur durch einen ängstlichen Schrei. Gegenüber diesem hartnäckigen Stillschweigen beschlichen James Star, Simon Ford und Harry aufs Neue ihre früheren Ahnungen. Sie konnten die unerklärlichen Zufälle bei Gelegenheit der Entdeckung der neuen Kohlengrube nicht vergessen. Obwohl schon drei Jahre ohne jedes hieraus herzuleitende Ereignis verstrichen waren, versahen sie sich doch jeden Tag eines wiederholten Angriffes seitens ihres unsichtbaren Feindes. Sie nahmen sich vor, jenen geheimnisvollen Schacht näher zu untersuchen und führten es auch wohlbewaffnet in größerer Zahl aus. Dabei fanden sie indes keine verdächtige Spur. Der Schacht kommunizierte mit den unteren Etagen des Höhlensystemes, welches die mächtigen Kohlenablagerungen durchsetzte. Wiederholt besprachen James Star Simon und Harry dieses Rätsel. Wenn ein oder mehrere Übeltäter sich in der Grube versteckt hielten und irgendeinen hinterlistigen Streich vorbereiteten, so hätte Nell vielleicht darüber Auskunft geben können, aber diese schwieg nach wie vor. Die geringste Erwähnung ihrer Vergangenheit rief allemal so heftige Anfälle hervor, dass man es für redlich hielt, eine solche Gans zu unterlassen. Mit der Zeit, da würde sie ihr Geheimnis vielleicht wieder Willen preisgeben. Vierzehn Tage nach ihrer Ankunft in der Cottage machte sich Nell schon als die intelligenteste und eifrigste Helferin der alten Match nützlich. Ihr erschien es ganz natürlich dieses Haus, in dem sie so eine entgegenkommende Aufnahme gefunden hatte, niemals zu verlassen. Und vielleicht glaubte sie, außerhalb desselben überhaupt nicht leben zu können. Ihr genügte die Familie fort vollkommen, so wie es sich von selbst verstand, dass sie von derselben seit ihrem ersten Betreten der Cottage als Adoptivkind angesehen wurde. Nell war in der Tat reizend. Das neue Leben machte sie nur noch schöner. Jetzt blühten ihr wohl die ersten glücklichen Tage ihres Lebens, die sie voll aufrichtiger Erkenntlichkeit gegen diejenigen, denen sie diese Schuldete genoss. Match empfand für Nell eine wahrhaft mütterliche Teilnahme. Der alte Obersteiger ward ganz ist bald vernarrt in sie und alle liebten das Mädchen. Allein Jack Ryan bedauerte nur, dass er sie nicht selbst gerettet habe. Er hielt sich auch häufig in der Cottage auf und er sang wohl auch und Nell, welche noch niemals singen gehört hatte, fand das sehr schön. Leicht hätte aber jeder wahrnehmen müssen, dass sie vor den Liedern Jack Ryans offenbar den ernsteren Unterhaltungen Harrys den Vorzug gab, durch welche sie nach und nach lernte, was sie von der Außenwelt noch nicht wusste. Wir müssen gestehen, dass Jack Ryan, seitdem Nell ihm in ihrer natürlichen Menschengestalt erschienen, seinen Glauben an die Berggeister etwas verblassen sah. Zwei Monate später sollte seine Gläubigkeit noch einen weiteren Schlag erhalten. Harry machte da nämlich eine ganz unerwartete Entdeckung, welche zum Teil die Erscheinung der Feuerhexen in den Ruinen des Stun-Donald-Schlosses bei Irvin erklärte. Nach einer weit fortgesetzten Untersuchung des südlichen Teiles der Kohlengrube, eine Untersuchung der äußersten Ausläufer dieses unterirdischen Labyrinthes, welche mehrere Tage in Anspruch nahm, hatte Harry einen schräg aufwärts führenden engen Gang erklommen, der sich durch den Schieferfelsen hindurchzog. Wie erstaunte er da, sich plötzlich in der freien Luft zu befinden. Die Galerie endigte außerhalb, genau bei den Ruinen von Dundonald Castle. Es bestand also eine bisher unbekannte Verbindung zwischen Neu-Eber-Foyley und jenem von dem Schloss gekrönten Hügel. Die obere Mündung dieses Tunnels war fast gar nicht zu entdecken. So dicht war sie von Steinblöcken und Gesträuch verhüllt. So gelang es auch damals, trotz ihrer Untersuchung, den Beamten nicht, diesen Eingang zu finden. Einige Tage später nahm auch James Star, den Harry hierher begleitet hatte, die natürliche Anordnung der Gesteinsschichten und des Kohlenflötzes näher in Augenschein. Nun, sagte er, da besitzen wir ja das Mittel, die Abergläubischen eines Besseren zu belehren. Jetzt fahrt wohl ihr Gespenster, Kobolde und Feuerhexen. Ich glaube kaum, wendete Harry ein, dass wir die Ursache haben, uns deshalb zu beglückwünschen. Ihre Stellvertreter taugen wahrlich nicht mehr und könnten sogar noch schlechter sein. Du magst Recht haben, Harry, erwiderte der Ingenieur. Doch was sollen wir dagegen tun? Offenbar benützen die Bösewichte, welche in der Grube ihr Wesen treiben diese Tunnel als Verbindungsgang zur Oberwelt. Sie sind es ohne Zweifel, welche während jener stürmischen Nacht mit Fackeln in den Händen die Motterler anzulocken wußten, deren Wracktümer sie sich ganz wie die ehemaligen Strandräuber zugeeignet hätten, wenn ihnen Jack Ryan und seine Genossen nicht hinderlich gewesen wären. Doch jedenfalls erklärt sich hiermit alles. Hier ist der Eingang zur Räuberhöhle und die Frage ist nur, ob die früheren Insassen sie auch heute noch bewohnen. Gewiss, denn Nell erzittert stets, wenn man hier von etwas erwähnt, erwiderte Harry zuversichtlich. Gewiss, da Nell hierüber niemals zu sprechen wagt. Harry konnte wohl recht haben, wenn die rätselhaften Bewohner der Grube diese verlassen hatten oder vielleicht gar tot waren. Welchen Grund hätte dann das junge Mädchen gehabt, bei ihrem Schweigen zu beharren? James da hielt es jedoch für unumgänglich notwendig, dieses Geheimnis zu lüften. Er ahnte, dass die ganze Zukunft des großen Werkes davon abhängen könne. Man sorgte also aufs Neue für die strengsten Vorsichtsmaßregeln. Die Behörden wurden benachrichtigt. Einige Beamte besetzten insgeheim die Ruinen von Donald Carstel. Harry selbst verbarg sich während mehrerer Nächte in dem Gebüsch, welches den Hügel bedeckte. Vergebliche Mühe. Man entdeckte nichts. Kein menschliches Wesen trat durch die Tunnelmündung heraus. Endlich brach sich die Überzeugung mehr und mehr Bahn, dass die Übeltäter Neue Aberfeule definitiv verlassen hätten und die zurückgelassene Nell, als in der Tiefe jenes engen Schachtes als umgekommen betrachteten. Vor Beginn des Abbaues konnte die Kohlengrube ihnen ein sicheres Versteck bieten, in dem ihnen keine Nachsuchung drohte. Jetzt hatten sich die Verhältnisse vollkommen verändert. Ihr Lagerplatz wäre nun noch schwierig zu verheimlichen gewesen. Man hätte also vernünftigerweise annehmen sollen, dass für die Zukunft nichts mehr zu befürchten sei. Dennoch konnte James Starr sich nicht vollkommen beruhigen und auch Harry teilte diese Ansicht und sprach sich wiederholt darüber aus. Nell steht offenbar mit diesem Geheimnis in Verbindung, sagte er. Wenn sie nichts mehr zu befürchten hätte, warum sollte sie dann noch länger schweigen? Ohne Zweifel fühlt sie sich bei uns glücklich und liebt uns alle, sie verehrt meine Mutter. Wenn sie aber über ihre Vergangenheit schweigt, über das, was uns wegen der Zukunft beunruhigen könnte, so muss es ein gewichtiges Geheimnis, welches zu entschleiern das Gewissen ihr verbietet, eben auf ihrer Seele Lasten. Vielleicht glaubt sie auch sich mehr um unseres als um ihres eigenen besten Willen in dieses unerklärliche Schweigen hüllen zu müssen. In Folge ähnlicher Betrachtungen war man allgemein übereingekommen, im Gespräche alles zu vermeiden, was das junge Mädchen an seine Vergangenheit erinnern könnte. Eines Tages jedoch wollte es der Zufall, dass Harry Nell mitteilte, wie viel James Starr, sein Vater, seine Mutter und er selbst ihrer uneigennützigen Hilfe zu verdanken glaubten. Es war ein Festtag. Ebenso wie auf der Oberfläche der Grafschaft feierten die fleißigen Arme heute auch in diesem unterirdischen Gebiete. Alle gingen ein wenig spazieren. An 20 verschiedenen Stellen ertönten fröhliche Gesänge unter den mächtigen Wölbungen von Neu-Eber-Foyley. Harry und Nell hatten die Cottage verlassen und folgten langsamen Schrittes dem linken Ufer des Markham-Sees. Dort leuchteten die elektrischen Strahlen minder heftig und brachen sich launenhaft an einigen pittoresken Felsen, welche den gewaltigen Dom stützten. Das Halbdunkel hier tat Nells Augen wohl, die sich nur schwierig an das Licht gewöhnten. Nach einer Stunde des Weges blieben Harry und seine Begleiterin vor der Kapelle des Heiligen Gills auf einer natürlichen, die Gewässer des Sees beherrschenden Terrasse stehen. Deine Augen sind noch nicht an das Licht des Tages gewöhnt, Nell, sagte Harry, und würden den hellen Schein der Sonne wohl kaum noch ertragen. Gewiss nicht, Harry, erwiderte das junge Mädchen. Wenn die Sonne so ist, wie du sie mir beschrieben hast. Ach, Nell, fuhr Harry fort, mit Worten vermag ich dir keine richtige Vorstellung von ihrem Glanze noch von dem Herrlichkeit der Welt zu geben, die deine Augen noch nicht erblickt haben. Doch sag mir, ist das möglich, dass du seit dem Tage deiner Geburt in dieser dunklen Kohlengrube niemals die Oberfläche der Erde betreten hättest? Niemals, Harry. Ich glaube auch nicht, dass mich der Vater oder die Mutter selbst, als ich noch ganz klein war, jemals dahin getragen haben. Ich würde doch eine dunkle Erinnerung an die Außenwelt bewahrt haben. Ich glaube es, antwortete Harry. Zu jener Zeit verließen auch manche andere niemals das Werk. Die Verbindung mit der Außenwelt war zu beschwerlich und ich habe mehr als einen jungen Burschen oder ein junges Mädchen gekannt, die in deinem Alter ganz so wie du nichts von den Dingen da oben wussten. Aber jetzt befördert uns die Eisenbahn des großen Tunnels in wenigen Minuten nach der Oberfläche der Grafschaft. Oh Nell, wie sehne ich diese Stunde herbei, wo du mir sagen wirst, komm Harry, meine Augen vertragen nun das Licht des Tages ich will die Sonne schauen, ich will die Werke des Schöpfers bewundern. Ich hoffe, Harry, antwortete das junge Mädchen, recht bald so zu dir sprechen zu können, ich werde mich laben an dem Anblick der Außenwelt und und doch, was willst du sagen, Nell? fragte Harry lebhaft. Bedauerst du vielleicht den finsteren Abgrund verlassen zu haben, indem du deine ersten Lebensjahre verbrachtest und wir dich dem Tode nahe entrissen haben? Oh nein, Harry, erwiderte Nell, mir kam nur der Gedanke, dass auch die dunklen Tiefen ihre Schönheiten haben. Wenn du es wüsstest, was die allein an diese finsternis gewöhnten Augen da alles erkennen, manches Mal huschen dort Schatten vorüber, denen man so gern in ihrem Fluge folgte. Ein anderes Mal, da schlingen sich wunderbare Kreise vor dem Auge durcheinander, in deren Mitte man so gerne bleibt und tief im Grunde der Grube, da gibt es finstere Schluchten, durch welche dann und wann ein ungewisser Schein zittert. Dann hört man wohl Geräusche, welche zu sprechen scheinen. Siehst du, man muss da unten gelebt haben, um zu verstehen, was ich dir mit Worten nicht zu schildern vermag? Und fühltest du keine Angst, Nell, wenn du da alleine warst? Wenn ich alleine war, Harry, antwortete das junge Mädchen mit einer besonderen Betonung, fürchtete ich mich niemals. Harry bemerkte es, er glaubte, den günstigen Augenblick benutzen zu müssen, um vielleicht noch mehr zu erfahren. Doch man konnte sich verirren in den langen Gängen, Nell. Hättest du niemals das befürchtet? Nein, Harry, ich kannte alle Stollen und Schächte, der neuen Kohlengrube, schon lange Zeit sehr genau. Verließest du diese niemals? Doch, einige Male, antwortete das junge Mädchen zögernd. Ich kam wohl auch bis zu dem alten Werke von Aberfoyley. Du kanntest demnach auch die alte Cottage? Die Cottage? Ja, aber deren Bewohner so gut wie gar nicht. Die Bewohner derselben, erklärte ihr Harry, waren mein Vater, meine Mutter und ich. Wir hatten unsere alte liebgewonnene Wohnung nicht verlassen wollen. Vielleicht wäre es für euch doch besser gewesen, murmelte das junge Mädchen. Und weshalb, Nell? Danken wir die Auffindung der neuen Kohlenschätze nicht unserem treuen Ausharren? Und war diese Entdeckung nicht von den wohltätigsten Folgen für eine ganze Bevölkerung, deren Wohlstand die Arbeit neu begründete? Auch für dich, Nell, welche dem Leben zurückgegeben Herzen fand, die dir nun ganz und gar gehören? Für mich, antwortete Nell lebhaft. Ja, was auch kommen könne. Für die anderen? Wer weiß. Was willst du damit sagen? Nichts, nichts, aber das erste Eindringen in die neu erschlossene Grube hatte seine Gefahren, ja, seine großen Gefahren. Einmal, Harry, da waren einige Unvorsichtige in diese unbekannten Gänge geraten. Sie wagten sich weit, weit, weit hinein, zuletzt haben sie sich verirrt. Verirrt? unterbrach sie Harry und sah sie beobachtend an. Ja, verirrt, wiederholte Nell mit zitternder Stimme. Ihre Lampe verlosch, sie konnten den Rückweg nicht finden. Und blieben acht Tage lang eingeschlossen, setzte Harry ihre Rede fort. Sie wären dabei bald umgekommen. Hätte ihnen ein Gott nicht ein hilfreiches Wesen, vielleicht einen Engel gesendet, der sie geheimnisvoll mit etwas Nahrung versorgte, und nicht einen wunderbaren Führer, der ihnen später ihre Befreier zuführte. Ohne dem hätten sie nie wieder jenes ungeheure Grab verlassen. Woher weißt du das alles? fragte das junge Mädchen. Jene Gefangenen, Nell, waren James da, meine Eltern und ich. Nell erhob den Kopf, ergriff die Hand des jungen Mannes und sah ihm so tief in die Augen, dass dieser sich bis ins Herz erzittern fühlte. Du? wiederholte das junge Mädchen. Ja, bestätigte Harry nach kurzem Schweigen. Und die, der wir es verdanken, noch heute zu leben, das warst du, Nell. Das kann niemand sonst gewesen sein als du. Nell ließ den Kopf in ihre Hände sinken und gab keine Antwort. Noch niemals hatte Harry sie so tief ergriffen gesehen. Die, welche dich gerettet haben, Nell, fügte er bewegt hinzu, schuldeten vorher schon dir ihr Leben. Und glaube mir, sie können und werden das niemals vergessen. Sechzehntes Kapitel Auf der auf- und absteigenden Leiter Inzwischen wurde die Ausbeutung von Neu-Eberfoyley mit dem besten Erfolge fortgesetzt. Selbstverständlich kam James Star und Simon fort, den ersten Entdeckern dieser reichen Kohlenlager, ein großer Anteil des Gewinnes zu. Harry wurde demnach jetzt selbst eine gute Partie. Aber er dachte gar nicht daran, die Cottage zu verlassen. Er hatte jetzt die Stelle seines Vaters als Obersteiger übernommen und wachte sorgsam über diese Welt von Bergleuten. Jack Ryan war ebenso stolz wie hoch erfreut über all das Glück, das seinem Freunde zuteil ward. Auch ihm selbst ging es dabei jetzt recht wohl. Beide sahen sich sehr häufig, entweder in der Cottage oder bei den Arbeiten in der Grube. Jack Ryan hatte recht wohl die Gefühle bemerkt, welche Harry für das junge Mädchen hegte. Zwar gestand es dieser nicht ein, aber Jack lächelte verschmitzt, wenn Harry seine Anspielungen durch ein verneinendes Kopfschütteln abweisen sollte. Jack Ryans innigster Wunsch war es, Nell zu begleiten, wenn sie ihren ersten Besuch an der Oberfläche der Grafschaft machen würde. Er hätte so gerne das Erstaunen und die Bewunderung über die ihr noch völlig unbekannte Natur mit angesehen. Wohl hoffte er, dass Harry ihn bei diesem Besuche mitnehmen werde, doch hatte dieser ihm noch keinen dahin zielenden Vorschlag gemacht, was ihn immerhin ein wenig beunruhigte. Eines Tages stieg Jack Ryan über einen der Luftschächte hinunter, durch welchen die unteren Stollen der Grube mit der Erdoberfläche in Verbindung stehen. Er benutzte dabei eine jener Leitern, welche durch ihre aufeinanderfolgenden Bewegungen nach auf und abwärts, ohne Mühe hinauf oder hinunter zu gelangen gestatten. Zwanzig Bewegungen dieses Apparates hatten ihn etwa um hundertfünfzig Fuß hinunter befördert, als ihm auf der Schmeinleiter, auf der er eben Platz genommen, Harry begegnete, der wegen einiger Tagearbeiten nach oben steigen wollte. Du bist es? fragte Jack, indem er den anderen scharf ansah. Jawohl, Jack, erwiderte Harry, und es freut mich sehr, dich noch zu treffen. Ich möchte dir einen Vorschlag machen. Ich höre auf nichts, bevor du mir nicht eine Nachricht über Mel gibst, rief Jack. Mel geht es gut, Jack, und sogar so gut, dass ich sie binnen einem Monat oder sechs Wochen zu heiraten gedenke, Harry. Du weißt nicht, was du sprichst, Jack. Das ist möglich, Harry, aber ich weiß, was ich tun würde. Und was denn? Ich würde sie heiraten. Ja, ich, wenn du es nicht tust, versetzte Jack hell auflachend. Bei dem heiligen Mungo, sie gefällt mir einmal, das niedliche Nellding. Ein junges und herzensgutes Geschöpf, welches die Miene noch niemals verlassen hat, das ist eine Frau, wie sie der Bergmann braucht. Sie ist eine Weise und ich auch. Und für den Fall, dass du nicht wirklich an sie denkst, da möchte ich nur, dass sie deinen Kameraden eben auch wollte. Harry sah Jack ernsthaft nun an. Er ließ ihn plaudern, ohne überhaupt eine Antwort zu geben. Was ich sagte, macht dich doch nicht eifersüchtig, Harry, fragte Jack mit ernsterem Tone. Nein, lieber Jack, erwiderte Harry ruhig. Nun, wenn du Nell nicht zu deiner Frau machst, hast du mindestens kein Recht zu verlangen, dass sie eine alte Jung verbleiben soll. Ich beanspruche gar keine Rechte, antwortete Harry. Eine Bewegung der Leiter hätte den beiden Freunden jetzt erlaubt, sich zu trennen, indem der eine den Schacht hinauf, der andere den Schacht hinuntergegangen wäre. Sie blieben aber noch immer beisammen. Oh, Harry, fuhr Jack fort, glaubst du, dass ich jetzt dir zu dir bezüglich Nell ganz im Ernste gesprochen habe? Nein, Jack, das glaube ich kaum. Nun, so werde ich es aber jetzt tun. Du, im Ernste sprechen. Mein lieber Harry, begann Jack, ich wäre imstande einem Freunde einen guten Rat zu erteilen. Ja, so tu es Jack. Nun, so höre. Du liebst Nell so innig, wie sie es verdient, Harry. Dein Vater, der alte Simon und die alte Match, deine Mutter, sie lieben sie ebenfalls, als wäre sie ihr eigenes Kind. Es würde dir nicht viel kosten, sie ganz zu eurer Tochter zu machen. Warum heiratest du sie nicht? Kennst du denn, um so zuversichtlich zu sprechen, auch Nells eigene Meinung hierüber? Darüber ist sich doch jedermann klar, auch du, Harry. Und eben deshalb bist du auch weder auf mich noch auf irgendeinen anderen eifersüchtig. Doch genug, die Leiter wird sich so gleich nach unten bewegen und warte noch Jack, bat Harry und hielt seinen Kameraden, der den Fuß schon von der festen Leiter zurückgezogen hatte, um ihn auf die bewegliche zu setzen zurück. Recht schön, willst du mich hier wohl vier teilen lassen? Hör mir aufmerksam zu Jack, antwortete Harry, denn was ich sage, meine ich ernsthaft. Ich bin ganz ohr, das heißt bis zur nächsten Bewegung der Leiter, Jack, fuhr Harry fort, ich brauchte ja wohl nicht zu verheimlichen, dass ich Nell liebe und sie herzlich gerne zu meinem Weibe machen würde. Das ist ja schön. Doch wie sie jetzt noch ist, würde ich mir Gewissensbisse machen, von ihr eine für ewig bindende Erklärung zu fordern. Was wirst du damit sagen, Harry? Sieh, Jack, Nell hat die Tiefen der Kohlengrube, noch niemals verlassen. Sie weiß nicht, sie kennt noch nichts von der Außenwelt. Ihre Augen, vielleicht auch ihr Herz hat noch so vieles zu lernen. Wer weiß, welche Gefühle sie haben wird, wenn sie erst andere Eindrücke von dem Menschenleben erhalten hat. Jetzt hat sie sozusagen noch gar nichts Irdisches an sich. Und mir scheint, es hieße sie betrügen, bevor sie sich nach einer eigenen Anschauung entschieden hat, ob sie den Aufenthalt in der Kohlengrube jedem anderen vorzuziehenden Willens ist. Verstehst du mich nun, Jack? Ja, so ungefähr. Vorzüglich sehe ich schon, dass du es dahin bringen wirst, mich auch die nächste Bewegung der Leiter verfehlen zu lassen. Jack, antwortete Harry sehr ernsthaft. Und wenn diese Maschinen sich niemals mehr bewegten, wenn die Leiter unter unseren Füßen verschwinden sollte, du wirst hören, was ich dir zu sagen habe. Ah, Harry, so höre ich dich gerne zu mir sprechen. Wir beschließen also, dass du Nell, bevor sie die Deine wird, noch erst in ein Pensionat nach dem alten Rauchfange schickst. Nein, Jack, erwiderte Harry, ich werde die Erziehung derjenigen, die mein Weib werden soll, schon selbst zu leiten wissen. Und Daron dürftest du auch weit besser tun, Harry. Vorher aber will ich jedenfalls, wie ich dir eben sagte, dass Nell aus eigener Anschauung Kenntnis von der Außenwelt erhält. Ein Vergleich, Jack, wenn du ein junges, blindes Mädchen liebst, von dem man dir sagt, binnen einen Monat wird sie geheilt, würdest du nicht mit der Hochzeit warten, bis die Heilung da wäre. Wahrhaftig ja, antwortete Jack. Nun wohl, Jack, Nell ist auch noch blind, und bevor sie meine Frau wird, will ich, dass sie es wisse, dass sie mich und meine Lebensverhältnisse vor anderen, die sie erst kennenlernen wird, auch vorzieht. Ihre Augen müssen mit einem Worte erst das Licht des Tages gesehen haben. Schön, Harry, sehr schön, rief Jack Ryan. Nun verstehe ich dich ganz. Wann wird diese Operation vor sich gehen? In einem Monat, Jack. Nells Augen gewöhnen sich allgemach an die Helligkeit unserer Strahlenbündel. Das ist die Vorbereitung. In einem Monat hoffe ich, wird sie die Erde und ihre Wunder, den Himmel und seinen Glanz gesehen haben. Sie wird wissen, dass die Natur dem Blicke des Menschen einen weiteren Horizont ausgespannt den einer finsteren Kohlengrube. Sie wird erkennen, dass das Weltall keine sichtbare Grenze hat. Während Harry sich so von seiner Fantasie hinreißen ließ, hatte Jack die Leiter verlassen und war auf den oszillierenden Apparat hinübergetreten. Hey Jack, rief Harry, wo bist du denn? Unter dir, antwortete lachend der lustige Kamerad. Während du dich in die Unendlichkeit erhebst, da steige ich in den Abgrund hinab. Leb wohl, Jack, rief ihm Harry noch zu und ergriff nun selbst den jetzt emporsteigenden Apparat. Ich bitte dich, gegen niemanden von dem zu sprechen, was ich dir jetzt anvertraut habe. Oh, gegen niemand, versicherte Jack Ryan, doch unter einer Bedingung. Und die wäre? Ich begleite euch beide bei Nells erstem Ausflug an der Oberwelt. Gewiss Jack, das verspreche ich. Ich begleite euch bei Nells erstem Ausflug nach der Oberwelt. Gewiss Jack, das verspreche ich dir, willigte Harry ein. Eine neue Pulsation der beweglichen Leitern brachte die beiden Freunde noch weiter auseinander. Der Ton der Stimme reichte nur noch schwierig von dem einen zum anderen. Dennoch vermochte Harry noch zu hören, wie Jack ihm zurief. Und wenn Nell die Sonne, den Mond und die Sterne gesehen hat, weißt du, wen sie vorziehen wird? Nein, Jack. Nun dich, mein Freund, immer und alle Zeit dich. Jacks Stimme erlosch allmählich in einem herzlichen Hurra. Harry widmete nun alle seine freien Stunden der Erziehung Nells. Er hatte ihr Lesen und Schreiben gelehrt, Fächer, in welchen das junge Mädchen überraschende Fortschritte machte. Es schien, als kenne sie vieles, rein aus Instinkt. Niemals besiegte eine seltene Intelligenz schneller, eine frühere vollständige Unwissenheit. Jeder verwunderte sich, der diese schnelle geistige Entwicklung mit ansah. Simon und Match fühlten täglich mehr, wie Innixi an ihrem Adoptivkinde hingen, deren Vergangenheit ihnen doch noch immer einige Sorgen wegen der Zukunft einflößte. Die Natur der Gefühle Harrys für Nell durchschauten sie sehr bald und hatten ihre innige Freude darüber. Der Leser erinnert sich, dass der alte Obersteiger gelegentlich des ersten Besuches des Ingenieurs in der früheren Cottage etwa geäußert hatte, »Warum sollte sich mein Sohn verheiraten? Welches Wesen von da oben könnte für einen jungen Mann passen, dessen Leben in den Tiefen eines Kohlenwerkes zu verlaufen bestimmt ist?« Gewann es jetzt nicht den Anschein, als habe die Vorhersehung selbst die einzige Gefährtin gesendet, welche für seinen Sohn passen konnte? Musste man hierin nicht die Gnade des Himmels finden? Der alte Obersteiger gelobte sich auch heimlich, dass der Tag, an dem dieser Ehebund zur Wahrheit würde, in Cole City mit einer Festlichkeit begangen werden sollte, welche unter den Bergleuten von Neuebber Foley auch wirklich Aufsehen erregen werde. Auch ein anderer noch wünschte eine Verbindung zwischen Harry und Nell von ganzem Herzen. Das war der Ingenieur James Starr. Vor allem hatte er dabei gewiss das Glück der beiden jungen Leute im Auge, aber auch ein anderer Beweggrund von allgemeiner Bedeutung leitete ihn dabei an. Bekanntlich bedrückten James Starr noch immer einige Vermutungen, obgleich sie bis jetzt nichts gerechtfertigt hatte. Nell war offenbar die einzige Mitwisserin des Geheimnisses, der Kohlengrube, das bis heute noch derselbe Schleier deckte. Sollte die Zukunft nun den Bergleuten von Aber Foyley noch mit einem weiteren Unglück drohen, wie vermochte man sich dagegen zu schützen, solange man nicht einmal den Ausgangspunkt derselben oder die dabei mitwirkenden Personen kannte. Nell hat sich bis jetzt nicht aussprechen wollen, philosophierte der Ingenieur, doch was sie jedem anderen verschwieg, das wird sie dem Gatten nicht lange verheimlichen können. Eine Gefahr würde Harry nicht weniger bedrohen als uns selbst. Eine Heirat also, welche das Lebensglück des Mannes und die Sicherheit der Freunde desselben begründet, ist gewiss nur zu billigen und verdient mehr als jede andere hier unten begünstigt zu werden. Das war das Räsonement James Stars, dem man nicht alle Logik absprechen wird. Er verriet seine Gedanken auch dem alten Simon, der diese Wünsche und Erwartungen vollkommen teilte. Nichts schien also entgegen zu stehen, dass Harry der Ehemann Nells würde. Wer hätte auch Einspruch erheben sollen? Harry und Nell liebten sich und die bejahten Eltern wünschten sich gar keine andere Schwiegertochter. Harrys Kameraden freuten sich über sein Glück, dass sie ihm als ein wohlverdientes gönnten. Das junge Mädchen stand im Übrigen ganz unabhängig da und brauchte nur seinem eigenen Herzen zu gehorchen. Wenn dieser Eheschließung aber niemand ein Hindernis in den Weg legen zu können schien, warum schlich dann, wenn die elektrischen Strahlen während der Stunde der Ruhe erloschen und die Nacht sich über das Arbeiterstädtchen verbreitete aus einem der verborgensten Winkeln von Aber Foyley ein geheimnisvolles Wesen hervor, das unhörbar durch die Dunkelheit dahinglitt. Welcher Instinkt leitete diesen Schatten durch verschiedene so enge Galerien, dass man sie für unwegsam gehalten hätte? Warum suchte dieses rätselhafte Wesen stets nach den Ufern des Malcolm-sees zu kriechen? Warum wendete es sich beharrlich der Wohnung Simon Forts und das mit solcher Schlauheit zu, dass es bis jetzt stets unbemerkt blieb? Warum drängte es sich an das Fenster der Cottage heran und suchte einzelne Bruchstücke, die im Hause geführten Gespräche durch die Läden zu erlauschen? Und wenn dann einige Worte zu ihm herausdrangen, warum bedrohte seine geballte Faust dann die trauliche Wohnung? Warum entschlüpften seinen wutverzerrten Lippen dann immer wieder die Worte »Sie« und »Ihr«? »Niemals!« Siebzehntes Kapitel Ein Sonnenaufgang Einen Monat später Es war am Abend des 20. Augustes verabschiedeten sich Simon Ford und Madge mit den herzlichsten Glückwünschen von vier Touristen, welche im Begriff standen, die Cottage zu verlassen. James Starr, Harry und Jack Ryan wollten Nell nach der Oberfläche führen, die ihr Fuß bis jetzt noch nie betreten hatte, in die lichterstrahlende Oberwelt, deren Glanz ihre Augen noch nicht kannten. Der Ausflug sollte auf zwei Tage ausgedehnt werden. James Starr wollte mit Harrys Übereinstimmung, dass das junge Mädchen nach dem 48-stündigen Aufenthalt an der Oberwelt alles das gesehen habe, was sie in dem Kohlenwerke niemals sehen konnte. Das heißt, die verschiedensten Bilder von der Erde, so als Rolle sich ein bewegliches Panorama mit Städten, Landschaften, Bergen, Flüssen, Seen, Buchten und Meeren vor ihren Augen ab. Gerade in diesem Teile Schottlandes, zwischen Edinburgh und Glasgow, schien die Natur all jene Erdenwunder zusammengehäuft zu haben, der Himmel bot ja hier wie überall denselben Anblick, mit seinen wechselnden Wolken, dem heiteren oder verschleierten Monde, der strahlenden Sonne und dem flimmenden Sternenheere. Man hatte für den beabsichtigten Ausflug alles in der Weise verabredet, dass Nell möglichst viel zu sehen bekommen sollte. Auch Simon Ford und Match hätten Nell gar so gerne begleitet. Wir wissen aber, dass sie die Cottage nur sehr ungerne verließen und so kamen sie schließlich zu dem Entschluss sich von ihrer unterirdischen Wohnung auch nicht einen Tag zu entfernen. James Starr ging mit als Beobachter, als Philosoph, der vom psychologischen Standpunkte sehr gespannt auf die Folgen der fremdartigen Eindrücke, welche Nell erhalten sollte, wartete. Während er dabei gleichzeitig hoffte, vielleicht etwas von den geheimnisvollen Ereignissen während ihrer Kindheit zu erfahren. Harry fragte sich, nicht ohne einige Befürchtung, ob aus dem jungen Mädchen, er liebte, durch die schnelle Einführung in die Außenwelt, nicht vielleicht ein ganz anderes werden möge. Jack Ryan war lustig, wie ein Buchfink, der mit den ersten Sonnenstrahlen hinausflattert. Er hoffte, seine ansteckende, übermütige Freude, werde sich auch den anderen mitteilen. Das war so seine Art, eine freundliche Aufnahme zu vergelten. Nell erschien hingegen nachdenklich und in sich versunken. James Als man die Cottage eben verlassen wollte, ergriff Nell Harrys Hand und sagte, »Harry, ist es denn so nötig, dass ich unsere Kohlengrube, wenn auch nur, für wenige Tage verlassen soll?« »Ja, Nell«, erwiderte der junge Mann, »es muss sein, um deinet und um meinet Willen.« »Und doch, Harry«, fuhr Nell fort, »fühle ich mich seit dem Tage meiner Errettung durch dich so glücklich, wie man es nur jemals sein kann. Du hast mich ja unterrichtet. Ist das denn nicht genug? Was soll ich denn da oben?« Harry sah sie schweigsam an. Die von Nell ausgesprochenen Gedanken waren fast ganz auch die seinigen. »Meine Tochter«, begann da James da, »ich begreife dein Zaudern recht wohl, doch ist es gut, dass du mit uns gehst. Die, welche du liebst, begleiten dich und werden dich auch zurückführen. Willst du dann dein Leben auch ferner in dem Kohlenwerke verbringen, wie der alte Simon, wie Madge und Harry, so steht dir das ja frei.« Ich zweifle nicht daran und würde diese Entscheidung sogar gerne sehen. Du wirst aber dann wenigstens beurteilen können, was du ausschlägst und was du annimmst, um ganz nach freiem Willen zu handeln. »Komm also!« »Komm, liebe Nell«, bat auch Harry. »Harry, ich bin bereit, dir zu folgen«, antwortete das junge Mädchen. Um neun Uhr führte der letzte Zug durch den Tunnel Nell und ihre Begleiter nach der Oberfläche der Grafschaft. Zwanzig Minuten später stiegen sie an dem Bahnhofe aus, in dem eine speziell für Neu-Eberfoyle hergestellte Zweigbahn der Eisenbahn von Dumberton nach Stirling mündet. Es herrschte schon tiefe Dunkelheit. Vom Horizont nach dem Zenit bewegten sich in großer Höhe noch einige leichte Dünste, welche eine erfrischende Brise aus Nordwesten dahintrieb. In Dumberton angekommen, verließen Nell und ihre Begleiter sofort den Bahnhof. Vor ihnen diente sich zwischen den großen Bäumen eine lange, nach dem Ufer des Forth führende Straße aus. Der erste physische Eindruck, den das junge Mädchen empfand, war der der reinen Luft, die ihre Lungen begierig einsogen. »Atme recht tief, Nell«, sagte James Starr. »Saug sie ein, diese Luft, mit allen belebenden Gerüchen der Landschaft.« »Was ist das für ein Rauch, der da über uns hinzieht?«, fragte Nell. »Das sind die Wolken«, erklärte Harry. »Haltverdichtete Dunstmassen, die der Wind vor sich hertreibt.« »Oh«, rief Nell, »wie gern flöge ich mit Ihnen dahin, aber was sind das für leuchtende Punkte, welche dort durch die Lücken in den Wolken schimmern?« »Das sind die Sterne, von denen ich dir erzählte, Nell. Es sind ebenso viele Sonnen, ebenso viele Mittelpunkte von Welten, welche wahrscheinlich der unsrigen gleichen.« Jetzt traten die Sternenbilder auf dem dunkelblauen Firmamente, das der Nachtwind reingefegt hatte, deutlich hervor. Nell betrachtete die unzähligen Sterne, die über ihrem Kopf verkreisten. »Aber«, sagte sie, »wenn das Sonnen sind, wie kommt es, dass meine Augen deren Glanz vertragen?« »Mein Kind«, bemerkte James da, »das sind wirklich Sonnen, aber solche, welche in unmessbarer Ferne von uns wandeln. Der nächste dieser Sterne, deren Strahlen du bis zu uns gelangen siehst, das ist die Vega. Im Sternenbild der Leier, welches du dort, über dem nahen Zenit, erblickst, und doch ist diese noch fünfzigtausend Milliarden Liös von uns entfernt. Ihr Glanz kann dich hier also nicht blenden. Unsere Sonne aber wird morgen früh in einer Entfernung von achtunddreißig Millionen Liös aufgehen, und kein menschliches Auge vermag sie direkt anzusehen, denn sie leuchtet mehr als ein Schmelzofen. Doch komm jetzt, Nell, komm. Man wandte sich nach jener Straße. James da führte das junge Mädchen an der Hand. Harry ging auf ihrer anderen Seite. Jack Ryan lief hin und her wie ein junger Hund, wenn ihm sein Herz so langsam geht. Der Weg war menschenleer. Nell sah die Schattenrisse der großen, vom Winde etwas bewegten Bäume an der Seite. Sie hielt dieselben für Riesen, weil ihre hunderten Arme bewegten. Das Geräusch des Windes in den hohen Ästen, das tiefe Schweigen, wenn jener sich legte, und die weiten Linien des Horizontes, wenn die Straße eine Ebene durchschnitt. Alles erfüllte sie mit neuen Empfindungen und prägte sich in ihrem Geiste mit unverlöschlichen Zügen ein. Während sie zuerst eifrig Fragen stellte, schwieg Nell jetzt. Und ihre Begleiter unterbrachen, wie durch gemeinsame Übereinkunft, dieses Schweigen nicht. Sie wollten durch ihre Worte die empfindliche Einbildungskraft des jungen Mädchens nicht störend beeinflussen, sondern ihre Gedanken über das Alles sich ganz von selbst entwickeln lassen. Gegen halb zwölf Uhr erreichten sie das nördliche Ufer am Golf des Fonth. Dort erwartete sie eine schon vorher von James Starr gemietete Barke, welche die kleine Gesellschaft in nur wenigen Stunden nach dem Hafen von Edinburgh überführen sollte. Nell sah das zitternde und am Strande infolge der Brandung leicht schäumende Wasser, welches mit flimmernden Sternen besetzt schien. »Ist das ein See?« fragte sie. »Nein«, antwortete Harry, »das ist ein Golf mit fließendem Wasser, die Mündung eines Stromes oder fast schon ein Meeresarm. Schöpfe ein wenig von diesem Wasser mit der hohlen Hand, Nell, und du wirst sehen, dass es ganz anders schmeckt als das aus dem Malcolm-See.« Das junge Mädchen bückte sich, tauchte die Hand ein und führte sie an die Lippen. »Dieses Wasser ist salzig«, sagte sie. »Ja«, bestätigte Harry, »es ist jetzt die Zeit der Flut, bei der das Wasser bis hierher eindringt. Fast drei Viertel der ganzen Erdoberfläche sind mit solchem Salzwasser, von dem du eben einige Tropfen gekostet hast, bedeckt. »Wenn das Wasser der Flüsse aber kein anderes ist als solches aus dem Meer, das jene den Wolken zuführen, warum ist dieses dann süß?«, fragte Nell. »Weil das Wasser bei der Verdunstung seinen Salzgehalt verliert«, erklärte ihr James da. »Die Wolken bilden sich nun alleine durch Verdunstungsprozesse und verbreiten das reine Wasser aus dem Meere durch den Regen über die Länder.« »Harry! Harry!«, rief da plötzlich das junge Mädchen. »Was ist das für ein rötlicher Schein am Horizont? Brennt dort vielleicht ein ganzer Wald?« Nell zeigte nach einem Punkt am Osthimmel, wo sich die niedrigsten Dunstmassen zu färben begannen. »Nein, liebe Nell«, antwortete Harry, »dott wird der Mond aufgehen.« »Ja, wohl, der Mond«, fiel Jack Ryan ein, »eine herrliche Silberschale, welche die Genien des Himmels am Firmament vorübergleiten lassen und dir ein ganzes Heer von Sternen aufnimmt.« »Wahrlich, Jack«, bemerkte der Ingenieur, »ich kannte dich bis jetzt noch nicht als Liebhaber so kühner Vergleiche.« »Nun, Mr. Star, ich denke, mein Vergleich ist richtig. Sie sehen, dass die Sterne in demselben Maße verschwinden, wie eben der Mond aufsteigt. Ich nehme also an, dass sie in jenen hineinfallen.« »Sagen wir, Jack«, entgegnete der Ingenieur, »dass der Mond durch seinen Glanz das Licht der Sterne in sechster Größe verdunkelt, und deshalb verschwinden diese, solange er am Himmel steht.« »Oh, wie schön ist das alles!«, rief Nell, welche Gans in ihrem Blicke lebte. »Aber ich glaubte, der Mond sei ganz rund.« »Rund erscheint er, wenn er voll ist,« antwortete James Star. »Das heißt, wenn er sich in Opposition zur Sonne befindet.« »Heute steht er im letzten Viertel. Ein Teil dieser Scheibe wird dabei fast unsichtbar, und die Silberschale unseres Freundes Ryan schrumpft zu einem Barbierbecken zusammen.« »Oh, Mr. Star«, wandte Jack Ryan ein. »Welch entwürdigender Vergleich! Eben wollte ich das Lied zum Preise des Mondes anstimmen, und Ihr Barbierbecken hat mir die ganze Sangeslust verdorben.« Inzwischen stieg der Mond langsam am Horizont empor, und die letzten Dünste flohen vor seinen Strahlen. Im Zenit und im Westen glänzten die Sterne noch auf dem dunklen Hintergrunde, die nun bald vor dem Silberschein des Mondes erbleichen sollten. Schweigend erfreute sich Nell an dem wunderbaren Schauspieler, da ihre Augen das milde Licht des Freundes der Nacht recht gut ertrugen. Ihre Hand aber zitterte leise in der Harrys und sprach für sie deutlich genug. »Steigen wir ein, meine Freunde«, mahnte der Ingenieur. »Vor Sonnenaufgang noch müssen wir den Abhang des Arthur Seeds erstiegen haben.« Die Barke lag von einem Schiffer bewacht, an einem Uferpfahl befestigt. Nell und ihre Begleiter nahmen darin Platz. Das Segel ward gehisst und wölbte sich unter dem Drucke des Nordwestwindes. Welch neue Erscheinung für das junge Mädchen. Sie war wohl manches Mal auf den Seen Neuerberfeulis umhergefahren. So ruhig dabei Harry aber auch das Ruder führte. Es verriet doch immer die Anstrengung des Schiffers. Hier sah sich Nell zum ersten Male fast ebenso sanft dahin geführt wie etwa ein Ballon, der durch die Lüfte gleitet. Der Golf war glatt wie ein See. Halb zurückgelehnt ergötzte sich Nell an dem sanften Schaukeln des Fahrzeuges. Dann und wann brach sich ein Mondstrahl auf die weite Fläche des Forth und dann schien das Schiffchen, eine in Millionen Funken glitzernde Silberfläche, zu durchschneiden. Längs der Ufer murmelten sanfte Wellen ihr eintöniges Lied dazu. Es war wahrhaft entzückend. Dann schlossen sich aber Nells Augen unfreiwillig. Ihren Geist beschlich eine vorübergehende Abspannung. Sie ließ den Kopf an Harrys Brust sinken und fiel in einen sanften Schlummer. Harry wollte sie wecken, um ihr nichts von den Herrlichkeiten dieser Nacht entgehen zu lassen. »Lass sie schlafen, mein Sohn«, riet ihm dagegen der Ingenieur. »Zwei Stunden der Ruhe werden sie besser vorbereiten, die Eindrücke des Tages zu ertragen.« Um zwei Uhr morgens langte die Barke am Grandon Pier an. Nell erwachte, als jene ans Ufer stieß. »Ich habe geschlafen?«, fragte sie. »Nein, mein Kind«, antwortete James da. »Du hast nur geträumt. Du schläfst weiter nichts.« Die Nacht war jetzt so hell. Der Mond stand hoch am Himmel und goss seine Strahlen nach allen Seiten aus. Der kleine Hafen von Grandon enthielt nur wenige Fischerboote, welche sanft auf den langen Wellen des Golfes schaukelten. Gegen Morgen legte sich der Wind. Die dunstfreie Atmosphäre versprach einen jener herrlichen Augusttage, welche die Nachbarschaft des Meeres nur noch verschönert. Am Horizonte nur lagerte noch ein warmer Hauch, aber ein so zarter und durchsichtiger, dass die ersten Sonnenstrahlen in gewiß augenblicklich wegsaugen mussten. Das junge Mädchen sah also hier zum ersten Male das Meer, dessen äußerste Grenze mit dem Himmelsdach verschmolz. Zwar erweiterte sich dabei ihr Gesichtskreis, Aber noch empfand sie den unbeschreiblichen Eindruck nicht, den der Ozean vorzüglich auf jenen Unbefangenen hervorbringt, wenn er auf grenzenlose Weiten hinaus das Licht des Tages widerspiegelt. Harry fasste Nells Hand. Beide folgten James Starr und Jack Ryan durch die noch menschenleeren Straßen. Diese Vorstadt der Metropole Schottlands erschien Nell für jetzt nur als eine Anhäufung düsterer Häuser, die sie an Cole City erinnerte, mit dem einzigen Unterschiede, dass die Deckenwölbung über dem Ganzen hier eine höhere war und voll flimmernder Punkte glänzte. Sie eilte so leichten Fußes dahin, dass Harry seinen Schritt nicht zu verlangsamen brauchte, wie er es wohl sonst tat, um sie nicht zu ermüden. »Du fühlst dich nicht angegriffen?« fragte er sie nach einer halben Stunde des Weges. »Oh nein!« antwortete sie. »Meine Füße scheinen kaum den Boden zu berühren. Der Himmel über uns, der ist so hoch, dass ich mir nur Flügeln wünschte, um mich emporschwingen zu können.« »Halte sie!« rief Jack. »Wir müssen doch unsere gute Nell behüten und bewachen. Mir geht es übrigens ganz ähnlich, wenn ich einmal sehr lange Zeit aus dem Kohlenwerke nicht herausgekommen bin.« »Oh, das rührt daher«, meinte James Starr, »dass wir uns hier nicht durch die Felsmassen gedrückt fühlen, welche Cole City überlagern. Dann erscheint das Firmament wie ein tiefer Abgrund, in den man sich zu stürzen versucht ist. Hast du nicht eine ganz ähnliche Empfindung, Nell?« »Ja, gewiss, Mr. Starr«, bestätigte das junge Mädchen. »Mich überkommt es, wie ein Schwindel.« »Du wirst dich schon noch eingewöhnen, Nell«, sagte Harry. »Du wirst dich gewöhnen an diese Unermesslichkeit der Welt und unsere düstere Kohlengrube darüber vielleicht noch ganz vergessen.« »Niemals, Harry«, versicherte Nell. Sie bedeckte dabei mit der Hand ihre Augen, so als wolle sie ihrem Geiste zu Hilfe kommen, sich an alles das zu erinnern, was sie verlassen hatte. Zwischen den noch schlafumfangenen Häusern der Stadt durchschritten James Starr und seine Begleiter, Leith Walk. Sie gingen um den Kelton Hill, auf dem sich die Sterne anwarte und das Denkmal Nelsons erhebt. Dann folgten sie der Regent Street, überschritten eine Brücke und langten bald am Ausgange der Cannon Gate an. Die Stadt lag noch immer in tiefer Ruhe. Am gotischen Glockenturme der Cannon Gate Kirche schlug es gerade zwei Uhr. Jetzt blieb Nell plötzlich stehen. »Was ist das dort für eine dunkle Masse?«, fragte sie und wies dabei nach einem isolierten Gebäude am Ende eines kleinen Platzes. »Das ist Holy Road, Nell«, antwortete James Starr. »Der Palast der einstmaligen Beherrscher Schottlands, in dem sich so viele schreckliche Ereignisse zutrugen. Der Geschichtskundige könnte aus demselben eine ganze Anzahl königlicher Schatten hervorzaubern, von der unglücklichen Maria Stuart bis hin zu Karl X., dem früheren Könige von Frankreich. Und doch wird dir trotz dieser traurigen Erinnerungen diese Residenz vor allem bei Tageslichte gar nicht so abschreckend vorkommen. Mit seinen vier großen, krenelierten Türmen gleicht Holyrood vielmehr und eher einem Lustschlosse, dem nur die Laune seines Besitzers jenen feudalen Charakter bewahrt hat. Doch setzen wir unseren Weg fort. Dort, in der Umgebung der uralten Abtei von Holyrood, erheben sich die prächtigen Salisbury-Felsen, welche der Arthur Seed krönt. Das ist der Punkt, Nell, von dem aus deine Augen die Sonne aus dem Meer sollen auftauchen sehen. Sie betraten den königlichen Garten und stiegen dann langsam bergan, wobei sie die Victoria Allee einen prächtigen und fahrbarenen, im Kreise verlaufenden Weg passierten, den Walter Scott in seinem Romane so begeistert schildert. Der Arthur Seed bildet im Grunde nur einen Hügel von 750 Fuß, der aber die benachbarten Höhen alle überragt. Auf einem vielfach geschlängelten, das Emporsteigen wesentlich erleichternden Wege erreichten James Darr und seine Begleiter nach einer halben Stunde die Mähne des Löwen, dem der Arthur Seed von Westen gesehen auffallend ähnelt. Dort ließen sich alle vier nieder und James Darr, der immer ein Zitat aus den Werken des großen schottischen Roman-Dichters bei der Hand hatte, begann. Walter Scott schrieb im achten Kapitel des Kerkers von Edinburgh folgendes »Sollte ich eine Stelle auswählen, von der man den Aufgang und Untergang der Sonne am herrlichsten sehen könnte, hier wäre diese.« »Hab also acht, Nell, die Sonne muss bald erscheinen und zum ersten Male wirst du sie hier in ihrer ganzen Pracht bewundern können.« Nells Augen blickten unverwandt nach Osten. Harry hielt sich neben ihr und beobachtete sie mit ängstlicher Spannung. Würden die ersten Strahlen des Tages nicht einen zu heftigen Eindruck auf sie machen? Alle schwiegen. Selbst Jack Ryan verhielt sich still. Schon flimmerte ein blasser, rosa angehauchter Schein am Horizonte. Der Rest der über den Zenit dahinirrenden Dunstmassen färbte sich unter dem ersten Morgenschimmer. Zu Füßen des Arthur Seates breitete sich undeutlich das Häusermeer Edinburghs aus. Noch ruhte die Stille der Nacht auf den Wohnstätten der Menschen und nur da und dort unterbrachen einzelne Lichtpünktchen das nächtliche Dunkel. Das waren gleichsam die Morgensterne, welche die Leute in der alten Hauptstadt anzündeten. Auf der anderen Seite, im Westen, bildete die wechselvolle Linie des Horizontes eine Reihe steiler Bergspitzen, welche das Morgenrot alle bald in einer feurigen Krone schmückte. Inzwischen wurde nach Osten zu der Umriss des Meeres schärfer sichtbar. Nach und nach erschien die ganze Tonleiter von Farben in derselben Ordnung wie ein Sonnenspektrum. Das Rot der untersten, dunstreichen Schichten ging allmählich bis zu einem Violett im Zenit über. Von Sekunde zu Sekunde schmückte sich die Palette mit lebhafteren Farben. Das Rosa ward zum Rot, das Rot zum Feuer. Am Morgenpunkte, wo der Tagesbogen der Sonne die Grenzlinie des Meeres schnitt, wurde der Tag geboren. Eben jetzt schweiften Nells Blicke von den Füßen des Hügels bis zur Stadt, deren einzelne Quartiere sich nun deutlicher abgrenzten. Hohe Denkmäler und einige spitze Glockentürme tauchten da und dort auf, deren Umrisse sich bestimmter von der Umgebung abhoben. In der ganzen Atmosphäre zitterte eine Art Zwielicht. Endlich traf ein erster Sonnenstrahl das Auge des jungen Mädchens. Es war jener grüne Strahl, der bei einem reinen Horizonte sich morgens und abends aus dem Meere zuerst oder zuletzt loslöst. Eine halbe Minute später wendete sich Nell um und wies mit der Hand nach einer Stelle, welche die Häuserviertel der Neustadt überragt. »Da! Ein Feuer!« rief sie erschrocken. »Oh nein, Nell!« beruhigte sie Harry. »Das ist kein Feuer. Es ist nur eine flüchtige Vergoldung, mit der die Morgensonne die Spitze des Denkmales Walter Scotts verziert. Und wirklich leuchtete die oberste Spitze des gegen 200 Fuß hohen gotischen Baldachines über dem Denkmale des berühmten Schotten wie ein Leuchtturm erster Klasse. Jetzt wurde heller Tag. Die Sonne löste sich vom Horizonte los. Noch erschien ihre Scheibe feucht, als sei sie buchstäblich aus dem Meere aufgestiegen. Zu Anfang eine verbreiterte Scheibe infolge der Strahlenbrechung und des scheinbar entfernten Hintergrundes zog sie sich nach und nach zusammen und nahm die gewöhnliche runde Gestalt an. Ihr Glanz wurde bald unerträglich und ähnelte dem der Mündung eines Hochofens, der sich am Himmelsgewölbe öffnete. Nell musste sofort die Augen schließen und auf ihre zu dünnwandigen Lieder noch die dicht geschlossenen Finger legen. Harry riet ihr, sich nach der entgegengesetzten Seite des Himmels zu drehen. Nein, Harry, antwortete sie, meine Augen müssen lernen, das zu sehen, was die deinigen schon zu sehen verstehen. Selbst durch die Hand hindurch bemerkte sie noch einen rötlichen Schimmer, der immer heller wurde, je mehr die Sonne über den Horizont aufstieg. Allmählich gewöhnten sich ihre Augen daran, dann erhob sie die Lieder, dann hob sie die Lieder empor und schaute zum ersten Male hinaus in das Licht des Tages. Das fromme Kind sank bewundernd in die Knie. »O Gott«, rief sie aus, »wie ist deine Welt doch schön!« Dann senkte das junge Mädchen ihre Blicke und ließ sie ringsum herschweifen. Tief unten entrollte sich das Panorama von Edinburgh, die modernen, geradlinigen Häuservierteln der Neustadt, die Anhäufung von Gebäude und das verwirrte Straßennetz des Old Reiki. Zwei Punkte ragten über das Ganze empor, das auf seinem Basaltfelsen aufgetürmte Schloss und der Kelton Hill, der auf seinem abgerundeten Gipfel die Ruinen eines griechischen Monumentes trug. Prächtige Alleen strahlten von der Hauptstadt nach dem Lande aus. Im Norden schnitt ein Meeresarm der Golf des Forth tief in die Küste ein, an welcher sich der Hafen von Leith öffnete. Darüber erstreckten sich als drittes Bild weithin die lieblichen Gestade der Grafschaft Pfiff. Eine Straße, so schnurgerade wie die nach Piraeus, verband auch dieses nördliche Athen mit dem Meere. Nach Westen hin dehnte sich die schöne Küste von New Haven und Portobello aus, deren Sand die letzten Ausläufer der Brandung gelblich färbte. Weit draußen belebten einige Schaluppen die Gewässer des Golfes und zwei oder drei Dampfer wirbelten ihre langen Rauchsäulen gegen den Himmel. Auf der anderen Seite lachte die immer grünende Landschaft. Aus der Ebene stiegen da und dort mäßige Hügel empor und im Norden warfen die Lomond Hills, im Westen der Ben Lomond und der Ben Lech, die Strahlen der Sonne zurück, als lagerte der ewige Schnee auf ihren Gipfeln. Nell vermochte nicht zu sprechen. Ihre Lippen murmelten nur halbverständliche Worte. Der Kopf schwindelte ihr und bald verließen sie die Kräfte. Sie fühlte noch, wie sie in dieser reinen Luft vor diesem ergreifenden Naturschauspiele zusammenbrach und sank dann bewusstlos in Harrys schützende Arme. Das junge Mädchen, deren ganzes früheres Leben in den dunklen Schächten des Erdinneren verlaufen war, hatte nun zum ersten Male gesehen, was das ganze Universum zusammengesetzt und was der Welten Schöpfer und der Mensch aus der Erde gemacht haben. Von der Stadt und der Landschaft ausgehend hatten ihre Blicke zum ersten Male die Unendlichkeit des Meeres und den grenzenlosen Himmelsraum durchmessen. 18. Kapitel Vom Lomanssee zum Katrinesee Harry stieg, noch immer Nell im Arme tragend und gefolgt von James Dahl und Jack Ryan, wieder die Abhänge des Arthur Seeds hinab. Nach einigen Stunden der Ruhe und nach Einnahme eines stärkenden Frühstückes in Lamberts Hotel gedachte man den Ausflug mittels einer Spazierfahrt durch das Land der Seen zu vervollständigen. Nell sah sich wieder im Besitze ihrer Kräfte. Jetzt konnten sich ihre Augen ohne Schaden weit dem Licht eröffnen und ihre Lungen in tiefen Atemzügen die belebende, heilsame Luft einsaugen. Das Grün der Bäume, die Farbenpracht der Pflanzen, der Asur des Himmels und die ganze Tonleiter der Farben genoss sie jetzt mit seligem Entzücken. Der Bahnzug, den sie von der General Railway Station aus benutzten, führte Nell und ihre Freunde nach Glasgow. Dort konnten sie von der letzten über den Kleid gespannten Brücke noch die auffallende, meeresähnliche Bewegung des Flusses bewundern. Dann verbrachten sie die Nacht in Commerys Royal Hotel. Am anderen Morgen entführte sie der Expresszug der Edinburgh and Glasgow Railway über Dumberton und Ballock in kurzer Zeit nach dem südlichen Ende des Lomanssees. Das ist das Land Rob Roy's und Fergus McGregor's, sagte James Starr, die von Walter Scotso poetisch gefeierte Gegend. Du kennst diese Landschaft noch nicht, Jack? Nur aus so manchen Liedern, Mr. Starr, antwortete Jack Ryan. Und wenn ein Land so viel besungen wird, dann muss es wohl ein schönes sein? Gewiss, das ist es, versicherte der Ingenieur. Und unsere liebe Nell wird von hier die angenehmste Erinnerung mit nach Hause nehmen. Mit einem Führer wie Ihnen, Mr. Starr, bemerkte Harry, winkt uns doch ein doppelter Vorteil. Denn sie werden uns seine Geschichte erzählen, während wir das Land betrachten. Gerne, Harry, versprach der Ingenieur. Soweit mein Gedächtnis reicht, aber unter einer Bedingung, dass der lustige Jack mir zur Hilfe kommt, ermüde ich beim erzählen, so muss er dafür singen. Das sollten Sie mir nicht zweimal zu sagen brauchen, versetzte Jack und schmetterte einen freudigen Ton hinaus, als sollte sein Kehlkopf das dreigestrichene A produzieren. Die Bahnlinie von Glasgow nach Ballock zwischen der Haupthandelsstadt des Landes und dem Südende des Lomondsees misst nur etwa zwanzig Meilen. Der Zug passierte Dumberton, eine königliche Burg und Hauptort der Grafschaft, dessen einem Artikel der Union gemäß, stets befestigtes Schloss, eine höchstpittoreske Lage auf den Gipfeln zweier Basaltfelsen zeigt. Dumberton liegt am Zusammenflusse des Clyde und der Leven. Hier erinnerte James Starr an verschiedene Ereignisse aus der abenteuerlichen Geschichte Maria Stuarts. Von dieser Burg aus reiste sie ab, um sich mit Franz II. zu vermählen und Königin Frankreichs zu werden. Hier gedachte im Jahre 1815 der englische Minister Napoleon zu internieren, zuletzt erhielt hierfür aber die Insel Helena den Vorzug und deshalb starb, sehr zum Vorteile seines legendenhaften Andenkens, der gefangene Englands auf jenem einsamen Felsen des Atlantischen Ozeanes. Bald hielt der Zug in Ballack nahe einer hölzernen Verpfählung an, welche zum Niveau des Sees hinabführte. Dort wartete ein Dampfboot, die Sinclair, der Touristen, welche die schönen Seen besuchen. Nell und ihre Begleiter schifften sich ebenfalls ein und versahen sich mit Beleys bis Inversnade am nördlichen Ende des Lomond. Der Tag begann mit schönem Sonnenschein, der heute die britannischen Nebeln, welche ihn so oft verschleiern, siegreich verdrängte. Kein Detail der Landschaft, welche sich hier bei einer Fahrt von 30 Meilen entrollt, konnte dem Auge der Passagiere der Sinclair entgehen. Nell hatte mit James Starr und Harry auf dem Hinterdeck Platz genommen und erfreute sich empfänglichen Sinnes an dem hochpoetischen Reize, mit dem diese Landschaft Schottlands so verschwenderisch ausgestattet ist. Jack Ryan ging auf dem Verdecke der Sinclair auf und ab und richtete unermüdlich seine Fragen an den Ingenieur des Schiffes, der übrigens, je weiter sich das Land Rob Royce vor ihnen ausdehnte, als enthusiastischer Bewunderer eine Beschreibung desselben lieferte. Zuerst traten im Lomond eine große Menge kleiner Inseln und Eilande auf, als wären sie dahin gesät worden. Die Sinclair streifte fast ihre steilen Ufer, welche einander gegenüberliegend manches Mal ein einsames Tal und manches Mal eine wilde, von zerrissenen Felsen umrahmte Schlucht bildeten. Seenel, begann der Ingenieur, jedes dieser Eilande hat seine eigene Legende und vielleicht sogar sein eigenes Volkslied, ebenso wie die Berge, welche sich um den See herum auftürmern. Man könnte ohne Übertreibung behaupten, die Geschichte dieser Gegend sei mit gigantischen Lettern, mit Inseln und mit Bergen niedergeschrieben. Wissen Sie, Mr. Star, sagte Harry, an was mich diese Partie des Lomondsees erinnert? Nun, Harry? An die tausend Inseln des Ontario-Sees, welche Cooper so wundervoll beschreibt. Du, liebe Nell, musst diese Ähnlichkeit doch ebenso wie ich herausfühlen, denn erst vor kurzer Zeit las ich ja gemeinsam mit dir jenen Roman, den man nicht mit Unrecht das Meisterwerk des amerikanischen Verfassers nennt. Wahrhaftig, Harry, antwortete das junge Mädchen. Das hier ist ganz ähnlich das nämliche Bild, und die Sinclair gleitet zwischen diesen Inseln dahin wie der Kutter Jasper Süßwassers auf dem Ontario-See. Nun, das beweist, meinte der Ingenieur, dass diese beiden Örtlichkeiten von zwei Dichtern gleichermaßen besungen zu werden verdienen. Ich kenne die tausend Inseln des Ontario-Sees nicht, Harry, aber ich bezweifle, dass sie einen so reizvoll wechselnden Anblick gewähren, wie dieser Archipel des Lomans. Betrachtet nur diese Landschaft. Da liegt die Insel Murray mit ihrem uralten Schloss Lennox, wo die alte Herzogin von Albany residierte, nach dem Tode ihres Vaters, ihres Gemahls und ihrer beiden Söhne, welche auf Jacobs des ersten Befehls enthauptet wurden. Hier erheben sich die Inseln Seer, Crow und Tor und andere mehr, die einen felsig und wild, ohne eine Spur einer Vegetation, die anderen geschmückt mit dem herrlichsten Weißstämmige Birken, dort gelbliches, halbdürres Heidekraut. Wahrhaftig, ich muss es bezweifeln, dass die Inseln des Ontario-Sees eine solche Abwechslung zeigen könnten. Wie heißt jener kleine Hafen? fragte Nell, die sich nach dem östlichen Ufer des Sees gewendet hatte. Balmaha, antwortete der Ingenieur, er bildet den Eingang zu den Highlands. Dort beginnen unsere Gebirgsgegenden Schottlands. Die Ruinen, welche du dort siehst, gehören einem früheren Frauenkloster an, und jene zerstreuten Gräber bedecken so manches Mitglied der Familie McGregor, der Namen in der ganzen Umgebung noch immer genannt wird. Ja, wegen des vielen Blutes, das diese Familie vergoss oder vergießen ließ, bemerkte Harry. Du hast Recht, antwortete James Darr. Leider muss man zugeben, dass die durch gewonnene Schlachten erlangte Berühmtheit noch immer die nachhaltigste ist. Solche Erzählungen von Kämpfen pflanzen sich durch viele Menschen alter fort. Und werden durch das Volkslied sogar verewigt, fügte Jack Ryan hinzu. Zur Bekräftigung seiner Worte intonierte er den ersten Vers eines alten Kriegsliedes, welches die Heldentaten Alexander McGregors aus Guy gegen Sir Humphrey Colcower aus Luz verherrlichte. Nell heuchte auf. Diese Gesänge von den Fäden früherer Zeiten machten auf sie jedoch nur einen betrübenden Eindruck. Warum musste so viel Blut auf jenen Feldern vergossen werden, die dem jungen Mädchen groß genug erschienen, dass sie doch jedermann Raum bieten mussten. Die im allgemeinen drei bis vier Meilen voneinander entfernten Ufer des Sees traten in der Nähe des kleinen Hafens von Luz enger zusammen. Nell konnte die Stadt mit ihrem alten Schlossturme einen Augenblick lang betrachten. Dann wandte sich die Sinclair nach Norden und vor den Augen der Touristen erhob sich der Ben Lomond, um fast dreitausend Fuß überragt. Ein prächtiger Berg, rief Nell. Wie schön muss die Aussicht von seinem Gipfel sein. Gewiss, Nell, sagte James Starr. Sieh nur, wie stolz dieser Gipfel aus dem Korbe von Eichen, Birken und Lärchen empor strebt, der seinen Fuß umspannt. Von ihm aus überblickt man zwei Drittel Teile unseres alten Kaledoniens. Hier an der Ostseite des Sees da pflegte McGregor gewöhnlich zu wohnen. Unfern davon haben die erbitterten Kämpfe zwischen den Jakobiten und den Hannoveranen die Wüsten schluchten manches mal mit Blut gedüngt. Dort stieg in schönen Nächten der bleiche Mond auf, der in den alten Sagen als McFarlane ins Laterne bezeichnet wird. Hier ruft das Echo noch manches Mal die unvergänglichen Namen Rob Royce und McGregor Campels. Der Ben Lomond, die letzte Spitze der Grampian Berge, verdient es allerdings von dem großen schottischen Romandichter besungen worden zu sein. Wohl gibt es, wie der Ingenieur bemerkte, weit höhere Berge, deren Gipfeln der ewige Schnee bedeckt. Einen poetischeren aber, schwerlich in irgendeinem anderen Winkel der Welt. Und fügte er hinzu. Wenn ich dann bedenke, dass dieser Ben Lomond ganz und gar das Eigentum des Herzogs von Montrose ist. Seiner Gnaden besitzen einen ganzen Berg wie ein Londoner Bürger ein kleines Grasfleckchen hinter dem Hause. Inzwischen langte die Sinclair bei dem Dorfe Tarbet am entgegengesetzten Ufer des Sees an, wo die Passagiere abgesetzt wurden, welche nach Inverary gehen wollten. Von hier aus präsentierte sich der Ben Lomond in seiner ganzen Schönheit. Seine von den Betten vieler Wildbäche durch feuchten Seiten erglänzten wie schmelzendes Silber. Je weiter die Sinclair am Fuße des Berges dahinglitt, desto wildromantischer wurde das Land. Nur hier und da standen noch einzelne jener Weiden, deren dünnste Zweige früher dazu benutzt wurden, geringere Leute daran aufzuhängen. Um Hanf zu sparen, meinte James da. Nach Norden zu verengte sich jetzt der See noch mehr. Die Berge an seiner Seite rückten noch näher zusammen. Das Dampfboot glitt noch nach einigen Inseln und Eilanden wie in Woolgrass oder Island Wu vorüber, bei Überbleibsel einer ehemaligen Festung McFarlanes sichtbar waren. Endlich liefen die beiden Ufer zusammen und die Sinclair hielt in der Station Inverslade. Während der Zurichtung des Frühstückes besuchten Nell und ihre Begleiter in der Nähe des Landungsplatzes einen Bergstrom, der sich aus beträchtlicher Höhe in den See hinabstürzte. Er schien wirklich zum besonderen Ergötzen der Touristen an diese Stelle verlegt zu sein. Eine zitternde, in Wasserstaub halb verhüllte Brücke spannte sich über ihn. Von hier aus schweifte der Blick über einen großen Teil des Lomans Sees, auf dem die wieder abgefahrene Sinclair nur mehr einem schwarzen Pünktchen glich. Nach eingenommenem Frühstück wollte man sich nach dem Katharinensee geben. Mehrere Wagen mit dem Geschlechtswappen der Familie Bredalbane, eine Familie, deren in Rob Roy's Geschichte häufig Erwähnung geschieht, standen zur Verfügung der Reisenden und boten diesen alle Bequemlichkeiten, durch welche sich das schottische Fuhrwesen im Allgemeinen auszeichnet. Harry verschaffte Nell, wie es dort Sitte war, einen Platz auf der Imperiale. Er und seine Begleiter nahmen neben ihr Platz. Ein stolzer Kutscher in roter Livree fasste die Zügeln seines Vierer Gespannes in der linken Hand zusammen und das Gefährt setzte sich, dem gewundenen Laufe des erwähnten Stromes folgend, bergaufwärts in Bewegung. Die Straße stieg sehr steil empor, wobei sich die Formen der benachbarten Berggipfeln allmählich zu verändern schienen. Man glaubte die Gebirgskette des jenseitigen Seeufers und die Gipfeln des Aroca, der das Tal von Inverglass beherrscht, wirklich wachsen zu sehen. Zur linken ragte der Ben Lomond zum Himmel auf und zeigte dabei die schroffen Abhänge seiner nördlichen Seite. Die Landschaft zwischen dem Lomond und Katharinsee trug einen ausgeprägt wilden Charakter. Das Tal, in dem sie hinfuhren, mit engen Schluchten, welche sich bis zum Glen, der Talmulde von Aberfoyley erstreckten. Dieser Name erinnerte das junge Mädchen schmerzlich an die tiefen Abgründe voller Grauen und Schrecken, in denen sie ihre Kindheit verbracht hatte. James da bemühte sich auch, ihre Gedanken durch allerlei Erzählungen abzulenken. Diese Gegend war ja so reich an Sagen. An den Ufern des kleinen Sees von Art, spielten sich die Hauptereignisse in Rob Roy's Leben ab. Hier erhoben sich düstere, mit Kieseln vermengte Kalkfelsen, welche die Zeit und die Atmosphäre zu einem festen Zement verschmolzen hatte. Elende, mehr einfachen Höhlen ähnelnde Hütten, sogenannte Borax, lagen da und dort zwischen den verfallenen Schäfereien zerstreut. Man hätte nach deren Äußerem nicht entscheiden können, ob sie Menschen oder wilden Tieren als Wohnstätte dienten. Einige wunderbar ausstaffierte Gestalten mit grauen, durch das raue, klimagebleichten Haaren sahen die Wagen mit großen Augen vorüberziehen. Das ist hier recht eigentlich das Stück Erde, sagte James Star, welches Rob Roy's Land zu nennen ist. Hier wurde der bekannte Land folgt, Nicol Jarvie, der würdige Sohn seines Vaters von Graf Lennox Männern ergriffen und an seiner Hose aufgehängt, welche glücklicherweise aus festem schottischen Tuche und nicht aus diesem leichten französischen Camelot gefertigt war. Nicht weit von den Quellen des Forth, welche die Bergströme des Ben Lomond Speisen, zeigt man noch immer die Furt, die der Held passierte, um den Soldaten des Herzoges von Montrose zu entgehen. Oh, hätte er die finsteren Schlupfwinkeln unserer Kohlengrube gekannt, wie leicht wäre er allen Nachforschungen entgangen. Ihr seht, meine Freunde, man kann in diesem nach allen Seiten wunderbaren Lande keinen Schritt tun, ohne auf Erinnerungen aus der Vorzeit zu stoßen, an Walter Scott begeisterte, als er in prächtigen Versen des Clans McGregor Aufruf zu den Waffen besank. Oh, das ist alles sehr schön, Mr. Star, versetzte Jack Ryan. Wenn es aber wahr ist, dass Nicol Jarvie an seinen eigenen Hosen aufgehängt wurde, was wird dann aus unserem Sprichworte? Das muss aber ein Hauptspitzbube sein, der einem Schotten seine Hosen raubt. Meiner Treu, Jack, da hast du ja recht, erwiderte James Star auflachend. Doch das liefert nur den Beweis, dass unser Landvolk damals nicht nach der Sitte seiner Vorfahren gekleidet ging. Daran tut aber sehr unrecht, Mr. Star, ich widerspreche dir nicht, Jack. Nach nachdem in dem darunter befindlichen Grabe zu ehren. Daher rührt auch der alte gelische Spruch »Ein Schurke, wer an einem Crane vorübergeht, ohne da selbst als letzten Gruß einen Stein niederzulegen.« Hätten die Nachkommen diese Sitte der Väter aber bewahrt, so müssten diese Steinhäufungen jetzt ganze Hügeln bilden. In dieser Gegend vereinigt sich tatsächlich alles, die angeborene Poesie der Gebirgsbewohner weiter auszubilden. Dasselbe zeigt sich in allen Gebirgsländern, welche die Einbildungskraft durch ihre Wunder anregen. Und hätten die Griechen ein ebernes Land bewohnt, sie hätten wohl nie die Mythologie des Altertums erfunden. Unter diesen und anderen Gesprächen rollte der Wagen durch ein enges Tal weiter, das wie geschaffen schien als Tummelplatz für Gespenster und Kobolde zu dienen. Den kleinen See von Arklet ließ man links liegen und gelangte dann auf eine ziemlich steil abfallende Straße, welche bei dem Wirtshause von Stronachlacker am Katharinensee auslief. Dort schaukelte an einem leichten Holzdamme befestigt ein kleiner Dampfer, natürlich mit dem Namen Rob Roy. Die Reisenden bestiegen denselben sofort, da er eben abfahren sollte. Der Katharinensee misst in der Länge nur zehn Meilen und überschreitet niemals eine Breite von zwei Meilen. Auch hier entbehren die ersten Nachbarhügel des Ufers nicht einer gewissen Großartigkeit. Da liegt also der See vor uns, begann James da, den man nicht mit Unrecht mit einem langen Aale verglichen hat. Er soll niemals zufrieren. Darüber weiß ich nichts Näheres, aber man darf nicht vergessen, dass er als Schauplatz der Taten der Wasser- und Seekönigin gedient hat. Ich bin fest überzeugt, dass unser Freund Jack, wenn seine Augen scharf genug wären, den leichten Schatten der schönen Helene Douglas noch über die Wasseroberfläche ziehend sehen müsste. Oh, gewiss, Mr. James, fiel Jack Ryan ein. Warum sollte ich das nicht sehen? Weshalb sollte die schöne Frau auf den Wellen des Katharinensees nicht ebenso deutlich erscheinen, wie die Bergmenschen der Kuhlengrobe manches Mal auf der stillen Fläche des Malcolmsees. Plötzlich ertönten vom Hinterteile der Rob Roy die hellen Töne eines Dudelsackes. Dort ließ sich ein Highlander in seiner malerischen Nationaltracht hören, auf dem Backpipe, mit drei Schnapppfeifen, deren größte den Ton G, die zweite das H und die dritte, die Oktave der ersten angab. Die Flötenpfeife mit acht Löchern gab die Tonleiter vom großen G bis zur Oktave desselben an. Der Highlander spielte ein einfaches, naives Volksliedchen. Man möchte glauben, dass diese Melodien überhaupt von niemandem komponiert, sondern nur aus einer Nachahmung des Rauschens der Winde, des Murmelns der Gewässer und des Säuselns der Blätter entstanden seien. Der Refrain des Liedes nur, der in gewissen Zwischenräumen wiederkehrte, hatte eine sonderbare Klangfärbung. Er bestand aus drei Teilen von je zwei Takten und aus einem Teile von drei Takten. Den Gesängern der alten Zeit widersprechend, bewegte er sich in einer Durtonart und lautete in jener Schrift wiedergegeben, welche nicht Notenzeichen, sondern die Intervalle der Töne bietet, folgendermaßen. 5, 1,2, 35, 25, 25, 1,765, 22,2. 1,2, 35, 25, 1,765, 11,11. Jetzt blühte Jack Ryans Weizen. Er kannte das Lied von den schottischen Seen und unter der Dudelsack-Begleitung des Highlanders sang er mit klarer Stimme einen Lobgesang der poetischen Legenden des alten Kaledoniens. Ihr schönen Seen mit ruhigen Wurken, o lasst ihn nie verwehen, den Sagenkreis um euch gezogen, ihr schönen Schottlandseen. Noch zeugt die Spuren eurer Küste von manchem Heldensohn, den unseres Walters Leier grüßte mit ihrem reinsten Ton. Hier mischte seine Zaubermale der Hexen düsterer Chor, wo Fingals Schatten noch der Fahle huscht sausend übers Moor. Hier tanzten auf den weichen Matten die Nixen ihren Reihen. Dort schauen durch den tiefen Schatten die Puritaner drein. Und zwischen wilden Felsenschluchten erzählt's der Abendwind, wie Waverley nach euren Buchten entführt, McIvers Kind. Die Wasserkönigin kommt geflogen auf ihrem Zelter stolz. Diana lauscht wie Rob Roy's Bogen, den Pfeil schnellt durch das Holz. Und heilen nicht die Kriegesleder von Fergus Mannen nach und rufen aus den Bergen wieder der Heilens Echo wach. Wie weit von euch ihr Wunder sehen, das Schicksal uns verschlägt. Das Bild wird nie in uns vergehen, das hier sich eingeprägt. O weilet doch ihr Traumgestalten aus einer schöneren Zeit. Dir, Kaledonien, dem Alten, bleibt unser Herz geweiht. Ihr schönen Seen mit ruhigem Wogen, o lasst ihn nie verwehen, den Sagenkreis um euch gezogen, ihr schönen Schottland Seen. Es war jetzt drei Uhr nachmittags. Die gleichmäßiger verlaufende Ostküste des Katharinensees hob sich deutlich gegen den Hintergrund mit dem Ben-En und dem Ben-Ven ab. In der Entfernung einer halben Meile glitzerte bereits das kleine Basin, in dem die Rob Roy, die über Kalender nach Sterling gehenden Passagiere, absetzen sollte. Nell fühlte sich durch die unablässige Aufregung erschöpft. Mein Gott, mein Gott! Das waren die einzigen Worte, welche über ihre Lippen kamen, wenn sie einen neuen Gegenstand zu Gesicht bekam, der ihre Bewunderung erregte. Sie bedurfte notwendig einige Stunden der Ruhe. Wäre es auch nur um die Eindrücke von so viel noch nie Gesehenem, sich besser in ihrem Gedächtnis fixieren zu lassen. Jetzt hatte Harry ihre Hand ergriffen und sah dem jungen Mädchen tief erregt in die Augen. Nell, meine Liebe Nell, begann er. Bald werden wir nun in unser finsteres Kohlenwerk wieder zurückgekehrt sein. Wirst du dort nichts von dem schmerzlich vermissen, was du während dieses kurzen Verweilens auf der Oberfläche kennengelernt hast? Oh nein, Harry, antwortete das junge Mädchen. Ich werde mich daran erinnern, aber das ist alles. Aber ich kehre beglückt und zufrieden mit dir in unsere geliebte Kohlengrube zurück. Nell, fragte Harry weiter, wobei seine Stimme vergeblich die Erregung seines Inneren zu verbergen suchte. Wünschtest du, dass ein engeres, geheiligtes Band vor Gott und dem Menschen uns verbinde? Möchtest du mein Weib werden? Ja, Harry, ja, erwiderte Nell und sah ihn mit ihren klaren, offenen Augen an. Ich will es so gerne. Wenn du glaubst, dass ich dir genügen könnte, dein Leben. Noch hatte Nell den Satz nicht vollendet, von dem Harrys ganzes zukünftiges Leben abhing, als sich ein ganz unerklärliches Ereignis zutrug. Obgleich die Rob Roy noch eine halbe Meile vom Ufer entfernt war, erlitt sie plötzlich einen heftigen Stoß. Der Kiel des Schiffes streifte den Grund und trotz aller Anstrengung vermochte die Maschine jenes nicht wieder flott zu machen. Die Ursache dieses Zufalles war darin zu suchen, dass sich der Katharinensee in seinem östlichen Teile plötzlich entleerte, als hätte sich in seinem Bette ein gewaltiger Spalt geöffnet. Binnen weniger Sekunden lag dieser Teil des Sees trocken, wie ein flacher Strand zur Zeit der tiefsten Ebbe in den Äquinoxien. Fast sein gesamter Inhalt verschwand in den Eingeweiden der Erde. »Oh, meine Freunde!« rief da James da, als ob ihm über die Ursache dieser Erscheinung plötzlich die Schuppen von den Augen fielen. »Gott rette und beschütze Neu-Eber-Foily!« Neunzehntes Kapitel Eine letzte Bedrohung In Neu-Eber-Foily ging die Arbeit auch heute ihren gewohnten Gang. Weit in der Ferne hörte man den Donner der Dynamitpatronen, welche die Kohlenlager bloßlegten. Hier brachen Spitzhaue und Schläge das mineralische Brennmaterial los. Dort knirschten die Bohrer, welche in dem Sandstein und Schieferfelsen tiefe Löcher aushüllten. Von anderer Stelle her vernahm man eigentümliche kavernöse Geräusche. Stöhnend zog die von mächtigen Maschinen angesaugte Luft durch die Wetterschächte, deren Holztüren kräftig zuschlugen. In den unteren Gängen rollten die mechanisch sich fortbewegenden Hunde mit einer Schnelligkeit von 15 Meilen dahin, während automatische Glocken den Arbeitern signalisierten, sich in die dazu angebrachten Ausschnitte in der Wand zurückzuziehen. Ohne Unterlass stiegen die Förderkästen hinauf und hinab an den Tauen der großen Trommeln, welche an der Oberfläche standen. Die elektrischen Strahlen leuchteten in vollem Glanze durch ganz Kohl City. Der Abbau der Grube wurde mit größtem Eifer betrieben. Die Kohlenschätze flossen reichlich in die kleinen Wagen, welche sich hundertweise in die Förderkästen am Grunde der Aufzugsschächte entleerten. Während ein Teil der Arbeiter nach der Nachtschicht ausruhte, arbeiteten die Tageskolonnen, um nie eine Stunde zu verlieren. Simon Ford und Match saßen nach eingenommener Mahlzeit im Hofe der Cottage. Der alte Obersteiger hielt seine gewohnte Siesta und rauchte ein Pfeifchen mit ausgezeichnetem französischem Tabak. Die beiden Gatten plauderten, das heißt sie sprachen von Neil, ihrem Sohn und James Darr, sowie von dem Ausfluge, den diese nach der Oberwelt unternommen hatten. Wo waren sie jetzt? Was taten sie? Wie konnten sie so lange ausbleiben, ohne Heimweh nach der Kohlengrube zu empfinden? In diesem Augenblick ließ sich plötzlich ein ungeheures Rauschen vernehmen. Man hätte glauben mögen, es habe sich ein furchtbarer Wasserfall in die Kohlengrube ergossen. Simon Ford und Match waren eiligst aufgesprungen. Fast gleichzeitig brausten die Wasser des Malcolm-Sees auf. Eine hohe Woge stürmte an das Ufer und brach sich an den Mauern der Cottage. Simon Ford hatte Match ergriffen und sie hastig nach dem anderen Stockwerke der Wohnung geführt. Aus allen Teilen der durch jene ungeahnte Überschwemmung bedrohten Cole City ertönten ängstliche Hilferufe. Die Bewohner suchten überall Schutz, sogar auf den hohen Schieferfelsen des Ufers. Der Schrecken stieg aufs Höchste. Schon stürzten einige Bergmannsfamilien halb toll nach dem Tunnel, um sich in höher gelegene Etagen zu flüchten. Sie schienen anzunehmen, das Meer sei in die Grube eingebrochen, da deren Galerien bis unter den Nordkanal reichten. Dann musste freilich die Krypte, so geräumig sie auch war, vollständig unter Wasser gesetzt werden. Kein Bewohner von Neuerberfeuli wäre in diesem Falle dem Tode entgangen. Als die ersten Flüchtlinge aber die untere Tunnelmündung erreichten, da sahen sie sich Simon Ford gegenüber, der die Cottage ebenfalls schleunigst verlassen hatte. Halt, halt, liebe Freunde, rief der alte Obersteiger ihnen zu. Wenn unsere Stadt im Wasser untergehen soll, so steigt die Überschwemmung auch so schnell, dass ihr niemand entgehen kann. Jetzt aber wächst das Wasser nicht mehr. Alle Gefahr scheint vorüber. Und unsere Kameraden, die in der Tiefe beschäftigt sind, riefen einige der Bergleute. Für Sie ist nichts zu fürchten, antwortete Simon Ford. Sie arbeiten jetzt in einem Stollen, welcher höher liegt als das Bett des Sees. Die nächste Zukunft sollte dem alten Obersteiger Recht geben. Das Wasser drang zwar sehr plötzlich und heftig ein, hatte aber, als es sich in den tiefsten Hüllungen des Werkes verbreitete, keine andere Folgen, als dass es das Niveau des Malcolm-Sees um einige Fuß erhöhte. Cole City erschien also nicht bedroht, und man durfte hoffen, dass die Überschwemmung, sich ohne ein Opfer zu fordern, in den noch unabgebauten Gründen verlaufen werde. Ob diese Überflutung nun von einer innerhalb des Gesteines angesammelten und plötzlich eingedrungen an Wassermasse herrührte, oder ob sich ein Gewässer von der Erdoberfläche eine Bahn nach unten gebrochen habe, das vermochten weder Simon Ford noch die anderen zu entscheiden. Jedenfalls aber zweifelte niemand daran, dass es sich hierbei nur um einen jener unglücklichen Zufälle handle, wie sie in Bergwerken wohl dann und wann vorkommen. Noch im Laufe desselben Abends wusste man woran man war. Die Journale der Grafschaft brachten Berichte über das unerhörte Ereignis, das den Katharinensee betroffen hatte. Nell, Harry, James Star und Jack Ryan, die in aller Eile nach der Cottage zurückgekehrt waren, bestätigten diese Nachrichten und vernahmen dagegen zur größten Befriedigung ihrerseits, dass das ganze Unglück sich auf einige materielle Schäden in Neuerberfeuli beschränkte. Das Bett des Katharinensees hatte sich also plötzlich geöffnet. Durch einen breiten Spalt drangen dessen Wasser bis in die Grube hinab. Von dem Lieblingssee des schottischen Romandichters blieb wenigstens in seinem südlichen Teile kaum so viel übrig, um die Zehen der Seekönigin zu benetzen. Er war zu einem Teiche von wenigen Akers Oberfläche reduziert. Was auf der anderen Seite desselben übrig blieb, ward durch eine Bodenerhebung von der trockengelegten Seite getrennt. Es versteht sich von selbst, dass dieses Ereignis das größte Aufsehen machte. Vielleicht zum ersten Male entleerte sich ein großer See binnen weniger Minuten in die Eingeweide der Erde. Jetzt hatte man jenen einfach von der Landkarte des Vereinigten Königreiches zu streichen, bis es nach Wiederverschließung der Bodenöffnung, etwa durch öffentliche Subskription, gelang, ihn wieder zu füllen. Wäre Walter Scott noch auf der Erde gewesen, er wäre jetzt vor Gram gestorben. Immerhin erschien das ganze Vorkommnis erklärlich. Zwischen der tiefen Aushöhlung und dem Grunde des Sees lagerten die sekundären Schichten nur in geringer Mächtigkeit infolge einer besonderen geologischen Anordnung des Felsgesteines. Wenn dieser Durchbruch aber auch von den meisten für die Folge einer ganz natürlichen Ursache gehalten wurde, so fragten sich doch James Starr, Simon und Harry Ford, ob demselben nicht vielleicht ein Akt der Bosheit zugrunde liegen könnte. Alle drei schöpften unwillkürlich Verdacht. Sollte jener böse Geist hiermit wieder seine Versuche den ergiebigen Kohlenabbau lahmzulegen begonnen haben. Einige Tage später plauderte James Starr in der Cottage über diese Frage mit dem alten Obersteiger. Simon, sagte er, obwohl jenes Ereignis sich ganz von selbst zu erklären scheint, so habe ich doch eine Ahnung, dass dasselbe in diese Kategorie gehört, deren Ursache wir noch vergeblich zu ergründen suchten. Ich bin ganz Ihrer Meinung, Mr. James, erwiderte Simon fort. Ich halte es aber für das Beste, wir verschweigen vorläufig unsere Vermutungen und suchen uns alleine von deren Wahrheit zu überzeugen. Oh, rief der Ingenieur, ich kenne das Resultat schon im Voraus. Und welches meinen Sie wird es sein? Nun, wir finden die Beweise einer Schandtat, den Übeltäter aber nicht. Und doch muss ein solcher vorhanden sein, antwortete Simon fort. Und wo in aller Welt verbirgt er sich? Kann nur irgendein Wesen auf eine so wahrhaft teuflische Idee verfallen, das Bett eines Sees zu sprengen? Wahrlich, ich glaube nun bald mit Jack Ryan, der hier irgendeinen Grubengeist im Spiele sieht, der uns seinen Zaun fühlen lässt, dass wir sein Gebiet geöffnet haben. Es versteht sich von selbst, dass Nell mit derartigen Mutmaßungen möglichst verschont wurde. Sie unterstützte diese Bemühungen auch selbst. Ihr ganzes Wesen bezeugte, dass sie die Befürchtungen ihrer Adoptiveltern teilte. Ihr betrübtes Gesicht verriet die Spuren der Kämpfe in ihrem Inneren. Zunächst ward nun beschlossen, dass James Starr, Simon und Harry Ford sich nach der entstandenen Öffnung im Seegrunde begeben und versuchen wollten, ihre Ursache auszuspüren. Sie teilten ihr Vorhaben niemandem mit. Wer nicht mit allen vorhergehenden Tatsachen ebenso vertraut war wie sie, hätte ihre Vermutungen eben für ganz ungereimt halten müssen. Einige Tage später bestiegen alle drei ein leichtes Boot, das Harry führte, und untersuchten die natürlichen Pfeiler der Gesteinwölbung, in welcher an der Oberfläche das Bett des Katharinensees ausgehöhlt war. Sie fanden ihre Vermutungen bestätigt. Jene zeigten sich durch vorgenommene Sprengungen erschüttert, von denen noch einzelne schwarze Rückstände übrig waren. An allem sah man, dass hier ein Mensch nach reiflicher Erwägung der Umstände zu Werke gegangen sei. Hier schwindet jeder Zweifel, sagte James da. Wir können die Folgen voraussagen, wenn dieser Durchbruch anstelle eines kleinen Sees dem Wasser eines Meeres den Zugang eröffnet hätte. Jawohl, rief der alte Obersteiger mit einem gewissen Stolze. Es hätte auch nichts geringeres als eines Meeres bedurft, um unser Aberfeuli durch Wasser zu vernichten. Doch noch einmal, wer in aller Welt kann ein Interesse daran haben, den Betrieb des Kohlenwerkes zu stören oder ganz in Frage zu stellen? Ja, es ist wirklich unbegreiflich, erwiderte James da. Hier handelt es sich offenbar nicht um eine Bande von Bösewichten, welche von der sie verbergenden Höhle aus die Umgebung durch Streifen, um zu stehlen und zu plündern. Solche Schandtaten wären im Laufe dreier Jahre nicht unentdeckt geblieben. Auch von Falschmünzern oder Schleichhändlern, wie ich zuweilen dachte, kann hier nicht die Rede sein. Sie könnten also doch nur ihre Werkzeuge oder die eingeschmuggelten Güter in irgendeinem versteckten Winkel dieses Labyrinthes verbergen. Man fälscht aber niemals Münzen noch, treibt einer Schleichhandel, um hier nur zu verwahren, was er dabei erreichte. Und dennoch ist es klar, dass irgendein unversöhnlicher Feind, Neuerberfeuli, den Untergang geschworen hat. Und dass Gott weiß, welches Interesse ihn auch noch dabei antreibt, kein Mittel unversucht zu lassen, um seine Rache gegen uns zu kühlen. Offenbar ist er zu schwach, uns offen entgegenzutreten. Und so brütet er seine teuflischen Pläne im Verborgenen. Doch macht ihn die Intelligenz, welche ihm zu Gebote steht, zu einem sehr zu fürchtenden Gegner. Dabei, meine Freunde, kennt er alle Geheimnisse unserer Minen besser als wir selbst, sonst hätte er unseren Nachforschungen unmöglich so lange schon entgehen können. Das ist ein Mann vom Fach Simon und dazu keiner der Dümmsten. Was wir von seiner Art und Weise sein Ziel zu erreichen bis jetzt erfahren haben, das liefert dafür auch den deutlichsten Beweis. Denkt einmal nach. Hattet ihr jemals einen persönlichen Feind, auf den euer Verdacht hinweisen könnte. Besinnt euch Wohles, gibt eine Monomanie des Hasses, welche keine noch so lange Zeit zu verlöschen vermag. Sucht in eurem Leben so weit zurück als möglich. Alles, was hier vorgeht, erscheint als das Werk gefühllosen, doch geduldigen Wahnsinns und könnte eine Folge irgendwelcher Vorkommnisse in eurer frühesten Lebenszeit sein. Simon Ford antwortete nicht sofort. Man erkannte, dass der ehrenwerte Obersteiger alle seine Erinnerungen durchflog, bevor er eine Erklärung abgab. Endlich erhob er wieder den Kopf. Nein, bei Gott sagte er, weder ich noch Match haben jemals irgendjemandem Böses getan. Ich glaube nicht, dass wir einen einzigen Feind haben könnten. Ach, rief der Ingenieur, wenn er doch endlich sprechen wollte. Mr. Star, antwortete Harry, und auch Sie, Vater, ich bitte Sie herzlich, unsere Untersuchungen und Gespräche noch geheim zu halten. Fragen Sie nur meine arme Nell jetzt nicht. Ich weiß, wie ängstlich erregt sie ohne dies schon ist und dass ihr Herz nur mühsam ein drückendes Geheimnis bewahrt. Wenn sie schweigt, so hat sie entweder nichts zu sagen oder sie glaubt, es nicht zu dürfen. Wir haben keinen Grund an ihrer Liebe zu uns, gewiss zu uns allen zu zweifeln. Sobald sie mir später mitteilt, was sie jetzt in sich verschließt, so verspreche ich sie sofort davon in Kenntnis zu setzen. Es sei Harry, erwiderte der Ingenieur. Und doch scheint dieses Schweigen, wenn Nell überhaupt etwas weiß, wahrhaft unerklärlich. Harry wollte noch eine Einwendung versuchen. Sei ohne Sorge, beruhigte ihn der Ingenieur. Wir werden keine Silbe gegen diejenige fallen lassen, welche dein Weib werden soll. Und welche es in kürzester Zeit wäre, wenn es mein Vater so wollte. Mein Sohn, ließ sich Simon fortvernehmen, nach einem Monate genau auf den Tag soll deine Hochzeit stattfinden. Sie werden bei Nell die Vaterstelle vertreten, Mr. James. Zählt auf mich Simon, antwortete der Ingenieur. James Down und seine zwei Begleiter kehrten zur Cottage zurück. Sie erwähnten nichts von dem Resultat ihrer Nachsuchungen und so behielt jener Fels-Einsturz für alle in der Kohlengrube nur die Eigenschaft eines unglücklichen Zufalles. In Schottland gab es einfach einen See weniger. Nell hatte ihre gewohnten Beschäftigungen allmählich wieder aufgenommen. Jener Besuch der Oberwelt ließ in ihr aber unverlöschliche Eindrücke zurück, welche Harry bei ihrer weiteren Ausbildung auszunutzen verstand. Die Entbehrung des Lebens der Außenwelt trug sie jedoch ohne jedes Bedauern. So wie vor jenem Ausfluge liebte sie auch heute noch das dunkle Erdinnere, wo sie als Frau fortzuwohnen gedachte, wie sie da selbst ja schon als Kind und junges Mädchen lebte. Die bevorstehende Heirat Harry Fords und Nells verursachte in Neuerber Feuli eine erklärliche Aufregung. Herzliche Glückwünsche strömten geradezu nach der Cottage. Jack Ryan war nicht der Letzte, die Seinigen darzubringen. Man hatte ihn sogar im Verdacht, ungehört von den anderen, seine schönsten Lieder für das Fest einzuüben, an dem ja die ganze Bevölkerung Cold Cities teilnehmen sollte. Während dieses letzten Monates vor der Hochzeit trafen Neuerber Feuli aber so zahlreiche Unfälle wie nie vorher. Es schien als Rufe die bevorstehende Verbindung Harrys und Nells Katastrophe über Katastrophen hervor. Vorzüglich wurden davon die Arbeiten in der Tiefe betroffen, ohne dass man deren eigentliche Ursache zu ergründen vermochte. So verzehrte eine Feuersbrunst das Holzwerk einer der unteren Galerien, wobei man auch die Lampe des Brandstifters aufwand. Nur mit Lebensgefahr gelang Harry und seinen Kameraden die Unterdrückung dieses Feuers, welche die ganze Kohlenader zu ergreifen drohte, und dessen sie nur Herr wurden durch Benützung sogenannter Extinkteurs, welche mit sehr kohlensäure reichem Wasser, an dem es in der Grube ja nie fehlte, gefüllt waren. Ein andermal kam ein Einsturz der Absteifungen eines Schachtes vor, wobei James da nachher nachzuweisen dass irgendein Bösewicht dieselben angesägt hatte. Harry, der die Arbeiten an dieser Stelle leitete, wurde unter den Trümmern begraben und nur wie durch ein Wunder gerettet. Einige Tage später stieß ein Wagenzug, auf dem Harry eben saß, gegen ein Hindernis, entgleiste dabei und stürzte um. Hier fand sich ein quer über das Schienengeleis gelegter Balken. Kurz, diese Vorkommnisse häuften sich derartig, dass unter den Bergleuten ein wahrhaft panischer Schrecken Platz nahm. Nur das mutige Ausharren ihrer Vorgesetzten vermochte sie überhaupt noch, bei der Arbeit zu halten. Hier treibt aber eine ganze Bande Übeltäter ihr Wesen, meinte Simon fort. Und wir sind nicht einmal im Stande auch nur eines einzigen habhaft zu werden. Die Nachforschungen begannen von Neuem. Tag und Nacht blieb die Polizeimannschaft des Bezirkes auf den Füßen, ohne irgendetwas zu entdecken. James Star verbot Harry, auf den die Übeltäter es besonders abgesehen zu haben schienen, sich alleine außerhalb des Umkreises der Arbeiten aufzuhalten. In demselben Sinne suchte man auf Nell einzuwirken, der übrigens auf Harrys Bitten all jene verbrecherischen Versuche verheimlicht wurden, welche geeignet waren, sie an die Vergangenheit zu erinnern. Simon Ford und Match bewachten sie Tag und Nacht, mit einer Art Strenge oder vielmehr mit ängstlicher Besorgnis. Das arme Kind bemerkte es wohl, doch kein Widerspruch, keine Klage kam über seine Lippen. Er riet sie vielleicht, dass dieser Handlungsweise nur ihr eigenes Interesse zugrunde lag? Wahrscheinlich. Andererseits wachte sie auch über die anderen und fühlte sich nur dann ganz ruhig, wenn sie alle, die ihrem Herzen teuer waren, in der Cottage vereinigt wusste. Abends, wenn Harry heimkam, vermochte sie eine fast närrische Freude, kaum zu unterdrücken, was umso mehr auffallen musste, da sie eigentlich mehr zurückhaltender als mitteilsamer Natur war. Früh stand sie regelmäßig vor allen anderen auf und ihre Unruhe kehrte mit der Stunde des Aufbruches zu den Arbeiten in der Tiefe regelmäßig wieder. Um ihrer Ruhe willen hätte Harry gewünscht, dass ihre Vermählung schon zur vollendeten Tatsache geworden sei. Er glaubte, die Bosheit werde durch diesen unwiderruflichen Akt entwaffnet sein und Nell sich als sein Weib wirklich sicher fühlen. James Starr ebenso wie Simon Ford und Match teilten diese Ungeduld. Jeder zählte die Tage. In Wahrheit bedrückten alle die düstersten Ahnungen. Man gestand sich, jener verborgene Feind, den man weder zu ergreifen noch zu bekämpfen vermochte, an allem, was Nell betraf, ein besonderes Interesse hatte. Die feierliche Vermählung Harrys und des jungen Mädchens konnte also recht wohl die Gelegenheit abgeben, seinen Hass noch einmal zu betätigen. Eines Morgens, acht Tage vor dem für die Hochzeit bestimmten Termine, war Nell, von einem dunklen Vorgefühle getrieben, zuerst von allen Bewohnern im Begriffe aus der Cottage zu treten, um deren Umgebung zu mustern. An der Schwelle angelangt, entfuhr ihr unwillkürlich ein lauter schrei. Natürlich rief derselbe die Hausgenossen herbei und wenige Augenblicke danach standen auch schon Madge, Simon und Harry an ihrer Seite. Nell war bleich wie der Tod, ihr Gesicht entstellt, ihre Züge ein Bild des Entsetzens. Außer Stande zu sprechen heftete sich nur ihr Blick auf die Türe der Cottage, die sie eben geöffnet hatte. Und ihre Hand wies nach folgenden Zeilen, welche während der Nacht hier angeschrieben worden waren und deren Anblick sie erstarren machte. Diese Zeilen lauteten Simon fort, du hast mir das letzte Flötz meines Kohlenwerkes gestohlen. Harry, dein Sohn, hat mir Nell geraubt. Verderben über euch, Verderben über alle, wehe, ganz neu Ebber Foley, Silfax. Silfax, riefen Simon Ford und Match wie aus einem Munde. Wer ist dieser Mann? fragte Harry dessen Blick sich einmal auf seinen Vater und dann auf das junge Mädchen richtete. Silfax, wiederholte Nell voller Verzweiflung. Silfax. Sie zitterte am ganzen Körper, als sie diesen Namen aussprach, während Match sie liebreich umfasste und fast mit Gewalt in das Zimmer zurückdrängte. James da war herbeigeeilt. Wiederholt durchlas er die drohenden Worte. Die Hand, welche diese Zeilen schrieb, erklärte er dann, ist dieselbe, von der jener Brief herrührte, der das Gegenteil von dem Eurigen enthielt, Simon. Der Mann heißt also Silfax. Ich sehe an eurer Erregtheit, dass ihr ihn kennt. Nun sprecht, wer ist dieser Silfax? Zwanzigstes Kapitel Der Büßer Dieser Name hatte für den alten Obersteiger den vollen Wert einer Offenbarung. Es war der des letzten Büßers der Grube Dotschart. Früher, vor Erfindung der Sicherheitslampe hatte Simon Ford diesen wilden Menschen gekannt, der mit Gefahr seines Lebens Tag für Tag beschränktere Explosionen der schlagenden Wetter hervorrief. Häufig sah er damals dieses sonderbare Wesen, das auf dem Grunde der Gänge dahin kroch, begleitet von einem ungeheuren Harfang, einer Art riesenhafter Nachteule, die ihn bei seinem gefährlichen Geschäfte dadurch unterstützte, dass sie einen brennenden Docht oft dahin hinauftrug, wohin Silfags Arme nicht mehr reichten. Eines Tages verschwand dieser Greis und mit ihm ein kleines Waisenmädchen, das in dem Werke geboren war und außer ihm, seinem Großvater, keine weiteren Angehörigen mehr besaß. Nell war unzweifelhaft dieses Kind. Seit 15 Jahren hatten beide nun in den finsteren Abgründen gelebt. Bis zu dem Tage, da Harry Nell daraus errettete. Ebenso von Mitleid wie von Zorn erregt, erzählte der alte Obersteiger nun dem Ingenieur und seinem Sohne, was der Anblick dieses Namens Silfags in ihm an Erinnerungen weckte. Jetzt verbreitete sich endlich Licht. Silfags war das geheimnisvolle in den tiefen Neuebber Foilies vergeblich gesuchte Wesen. Ihr habt ihn also gekannt, Simon? fragte der Ingenieur. Gewiss, erwiderte der Obersteiger. Der Mann mit dem Haarfang. Er war nicht mehr jung. Er mochte 15 bis 20 Jahre mehr gezählt haben als ich. Ein wilder menschenscheuer Charakter, der sich mit niemandem vertrog und weder Wasser noch Feuer fürchtete. Die Beschäftigung als Büßer, die er sich nicht viele unterziehen wollten, wählte eher aus Wohlgefallen daran. Die tagtägliche Gefahr schien, seine Gedanken zu verwirren. Man hielt ihn wohl für böse, während er vielleicht eben nur ein Narr war. Dabei hatte er eine ungewöhnliche Körperkraft und kannte die Grube kaum wie ein anderer, aber wenigstens so gut wie ich selbst. Man gewährte ihm stets eine gewisse Freiheit. Meiner treu, ich hätte ihn schon seit vielen Jahren tot geglaubt. Was will er aber, fuhr James da fort, mit den Worten, du hast mir die letzte Ader unserer alten Grube gestohlen sagen. Nun, seit längerer Zeit schon, antwortete Simon fort, behauptete Silfax mit dessen Gehirne es wie gesagt nicht ganz richtig war, einen Anspruch auf das alte Aberfeuli zu haben. So ward auch sein ganzes Wesen nur, desto scheuer und wilder, je mehr seine Grube dort schart, ja, seine Grube sich zu Ende neigte. Es schien, als rissen die Schläge der Heuer ihm die eigenen Eingeweide aus dem Inneren. Du erinnerst dich dessen Match, hm? Recht gut, Simon, bestätigte die alte Schottin. Alles das tritt mir wieder vor Augen, fügte Simon fort hinzu. Seitdem ich den Namen auf dieser Tür sah. Doch ich wiederhole es, den hielt ich längst für tot und kam mir gar nicht auf den Gedanken, dass jener von uns gesuchte Übeltäter der frühere Büßer der Grube Dotschart sein könnte. Jetzt erklärt sich alles, meinte James da. Ein Zufall hat Silfax das vorhanden Sein der neuen Kohlenlager enthüllt. Und in seiner wahnsinnigen Verblendung der hielt er sich zu deren Beschützer berufen. So mag er da, er in der Grube lebte und dieselbe Tag und Nacht durchstreifte, auch euer Geheimnis, Simon, und dabei die Absicht, mich eiligst nach der Cottage zu bestellen, in Erfahrung gebracht haben. Das erklärt die Absendung jenes, dem eurigen widersprechenden Briefes, das Herabwerfen jenes Steines nach Harry und mir, sowie die Zerstörung der Leitern im Yarrow Schachte. Das erklärt die Verschließung der Spalten in den Zwischen Wanden nach den neuen Lagerstätten. Unsere Einschließung und unsere Erlösung, die wir gewiß wieder Wissen und Willen des alten Silfax der Gutmütigkeit Nils verdanken. Ihre Darstellung der Tatsachen, bemerkte Simon fort, trifft gewiss das richtige Mr. James. Der alte Böse ist jetzt unzweifelhaft ganz wahnsinnig. Das ist ja ein wahres Glück, äußerte Match. Ich weiß nicht, erwiderte James da kopfschüttelnd, ob ich dem zustimmen soll. Denn sein Wahnsinn muss wohl entsetzliche Art sein. Oh, jetzt begreife ich, dass Nell nur mit Schrecken und Abscheu an ihn denken konnte und verstehe es, dass sie ihren eigenen Großvater nicht denunzieren mochte. Welch traurige Jahre mag sie in Gesellschaft dieses Kreises verlebt haben. Oh, gewiss sehr traurige, meinte Simon fort, bei diesem wilden und seinem nicht minder schrecklichen Harfeng. Ganz sicher lebt auch dieser Vogel noch, denn nur er kann es damals gewesen sein, der unsere Lampe auslöschte und später das Seil zerhackt hat, an dem Harry und Nell hingen. Und ich begreife auch, sagte Match, dass die Nachricht von der bevorstehenden Verbindung seiner Enkelin mit unserem Sohne, die er auf weiß welche Art und Weise er erhalten haben mag, den Gräuel des alten Silphax besonders erregt hat und seine Wut gegen alle noch verdoppelt hat. Eine Vermählung Nells mit dem Sohne desjenigen, den er beschuldigt ihm die letzten Schätze von Eberfeule geraubt zu haben. Es musste seine Erregung allerdings auf die Spitze treiben, bestätigte auch Simon Ford. Es wird ihm nun nichts anderes übrig bleiben, als sich mit dieser Tatsache langsam auszusöhnen, rief Harry. So entfremdet er dem gesellschaftlichen Leben auch sein mag, wird er doch sicherlich zu der Einsicht kommen müssen, dass Nells jetzige Lebensverhältnisse denen im tiefsten Abgrunde der Grube gewiss vorzuziehen sind. Ich bin fest überzeugt, Mr. Star, dass wir ihm zuletzt diese Überzeugung beibringen würden, wenn es uns nur gelänge, seiner habhaft zu werden. Mit dem Wahnsinn ist keine Verhandlung möglich, mein armer Harry, antwortete der Ingenieur. Besser ist es gewiss, seinen Feind wenigstens zu kennen, aber für uns ist damit, dass wir wissen, wer er ist, noch keineswegs alles erreicht. Wir müssen immer auf unserer Hut bleiben, meine Freunde, und jetzt mag Harry auch Nell zu befragen suchen. Er muss das tun, und sie wird auch einsehen, dass ihr Schweigen jetzt keinen Sinn mehr hätte. Im eigenen Interesse ihres Großvaters muss muss sich aussprechen. Es ist für ihn wie für uns gleichermaßen wichtig, seine unheilvollen Absichten vereiteln zu können. Ich bezweifle gar nicht, Mr. Star, erwiderte Harry, dass Nell nicht aus eigenem Antriebe ihren Fragen entgegenkommen wird. Sie wissen nun, dass sie nur infolge eines vielleicht zu zarten Pflichtgefühles bisher geschwegen hat. Jetzt wird sie gewiss aus diesem selben Beweggrunde nicht mehr zögern zu reden. Meine Mutter tat sehr wohl daran, sie in ihr Zimmer zu führen. Sie bedurfte gewiss der Sammlung, doch jetzt werde ich sie holen. Das ist nicht nötig, Harry, erklang da die sichere und helle Stimme des jungen Mädchens, das eben wieder in das Zimmer der Cottage zurückkehrte. Nell war bleich, ihre Augen verrieten, wie viel sie geweint hatte. Sie schien aber entschlossen, dem Zwange des Augenblickes Rechnung zu tragen. Nell, rief Harry und eilte auf das junge Mädchen zu. Lieber Harry, antwortete Nell mit einer abwehrenden Handbewegung gegen ihren Verlobten, jetzt müssen dein Vater und deine Mutter, jetzt musst auch du alles erfahren. Auch Mr. Star darf nicht im Unklaren darüber sein, über das Kind, welches er annahm, ohne es zu kennen, und dass Harry ach, zu deinem Unglück du dem Abgrunde entführt hast. Nell, rief Harry noch einmal, lass Nell jetzt sprechen, sagte James Star, Harry zum Schweigen mahnend. Ich bin die Enkelin des alten Silfax, fuhr Nell fort. Nie habe ich eine Mutter gekannt, als seit dem Tage, da ich hierher kam, fügte sie mit einem Blick auf Match hinzu. Dieser Tag sei gesegnet, meine Tochter, erwiderte die alte Schottin. Ich kannte niemals meinen Vater, als seit dem Tage, da ich Simon fort sah, nahm Nell wieder das Wort, nie einen Freund, als bis Harrys Hand die meinige ergriff. Fünfzehn Jahre lang habe ich mit meinem Großvater alleine in den verborgensten Schluchten dieser Grube gewohnt. Alleine mit ihm, das will viel sagen, aber auch durch ihn, das wäre richtiger. Ich bekam ihn kaum zu Gesicht, als er aus dem alten Aberfeuli verschwand, da flüchtete er in jene Tiefen, die außer ihm niemand kannte. Nach seiner Art war er gut gegen mich, und wenn ich mich auch vor ihm fürchtete, war es gut für mich. Er näherte mich mit dem, was er von oben mit brachte, doch habe ich in der dunklen Erinnerung, dass eine Ziege meine Ernährerin während der ersten Lebensjahre war, deren Verlust mich später tief berührte. Als der Großvater gewahr wurde, ersetzte er sie durch ein anderes Tier, durch einen Hund, wie er sagte. Leider war dieser Hund zu lustig, er bellte manches Mal. Großvater mochte die Fröhlichkeit nicht leiden, er erschrak vor jedem Geräusch. Mir hatte er schweigen gelernt, aber mit dem Hunde gelang es ihm nicht. Das arme Tier war plötzlich verschwunden. Großvater hatte als Gesellschafter einen großen, entsetzlichen Vogel, einen Haarfeng, der mir zuerst unmäßigen Schrecken einjagte. Trotz des Widerwillens, der mir dieser Vogel lange Zeit einflößte, ward er doch so zutraulich gegen mich, dass ich ihn endlich fast lieb gewann. Er gehorchte mir williger als seinem Herrn, und das beunruhigte mich. Großvater war eifersüchtig, der Haarfeng und ich, wir versteckten uns meist, um beisammen sein zu können. Wir wussten beide, dass das besser sei, doch ich plaudere da zu viel von mir, ich sollte viel mehr von euch sprechen. Nein, meine Tochter, unterbrach sie James da, erzähle uns alles, wie es die Erinnerung dir eingibt. Mein Großvater hatte eure Nachbarschaft in der Kohlengrube immer mit sehr schälen Augen angesehen, obwohl uns ein weiter, weiter Zwischenraum von euch trennte. Er hatte sich ja seine Schlupfwinkeln in möglichster Entfernung gesucht, aber es missfiel ihm schon, euch dort nur zu wissen. Fragte ich ihn nach den Leuten da oben, so verfinsterte sich sein Gesicht noch mehr. Er gab keine Antwort und blieb überhaupt stumm für längere Zeit. Vorzüglich aber brauste er zornig auf, wenn er zu bemerken glaubte, dass ihr euch nicht mehr mit dem alten Gebiet begnügen, sondern auch in das seinige eindringen wolltet. Er schwor hoch und teuer, es solle euer Verderben sein, wenn es euch gelänge, die neue, bis jetzt nur ihm bekannte Kohlengrube aufzuschließen. Trotz seines Alters hatte er noch eine riesige Körperkraft und seine Drohungen ließen mich ebenso für euch wie für ihn fürchten. Fahre nur fort, Nell, sagte Simon fort, liebreich zu dem jungen Mädchen, das sich, wie um die Gedanken besser zu sammeln, einen Augenblick lang unterbrochen hatte. Als ihr bei Gelegenheit des ersten Besuches nahm Nell wieder das Wort, tiefer in die erste Galerie von Neuerberfäule eindrangt, schloss mein Großvater jene kurz vorher gesprengte Öffnung und gedachte euch dadurch für immer einzukerkern. Ich selbst kannte euch nur als unbestimmte Schatten gestalten, die ich wohl manches Mal in der Grube da oder dorthin wandeln sah. Aber mir war der Gedanke zu furchtbar, dass Christen Menschen in diesen tiefen elenden Hungers sterben sollten. So unternahm ich es, auf die Gefahr hin, dabei ertappt zu werden, wiederholt etwas Brot und Wasser in Eure Nähe zu stellen. Ich wollte euch auch befreien, doch die Wachsamkeit meines Großvaters war zu schwer zu täuschen. Ihr wart dem Tode nahe. Da kam Jack Ryan mit mehreren anderen. Gott fügte es, dass ich ihnen gerade an diesem Tag begegnete. Ich lockte jene bis zu euch und bei der Rückkehr ertappte mich aber der Großvater. Seine Wut kannte keine Grenzen. Ich glaubte von seiner Hand sterben zu sollen. Seitdem ward das Leben für mich wahrhaftig unerträglich. Meines Großvaters Gedanken verwirrten sich mehr und mehr. Er erklärte sich zum König des Schattens und des Feuers. Als er eure Werkzeuge an die Kolonnaden klopfen hörte, die er für sein Eigentum hielt, ward er wütend und schlug mich unbarmherzig. Ich wollte fliehen. Unmöglich. Er wachte zu argwöhnisch über mich. Endlich, vor nun drei Monaten schleppte er mich in einem Anfalle von Wahnsinn tief in jenen Abgrund hinab, wo ihr mich gefunden habt und verschwand, nachdem er seinen treu bei mir ausharrenden Harfang vergeblich gerufen hatte. Wie lange ich dort gelegen, ich weiß es nicht. Mir ist nur erinnerlich, dass ich zu sterben wehnte als du, mein Harry, erschienst mich zu erretten. Doch das eine siehst du ein, des alten Silfax Enkelin kann nicht das Weib Harry Fortz werden. Weil es dein worden ist, weil es euer aller Leben kosten würde. Nell, rief Harry bestürzt. Nein, nein, erwiderte das junge Mädchen, ich muss mich als Opfer bringen. Nur ein Mittel gibt es, das euch drohende Verderben zu beschwören. Ich muss zu meinem Großvater zurück. Er bedroht ganz neu Aber Feuli. Er hat einen unversöhnlichen Charakter und keiner kann wissen, was der böse Geist der Rache ihm noch eingibt. Meine Pflicht liegt klar vor Augen. Ich wäre das verachtungswürdigste Geschöpf, wenn ich sie zu erfüllen zögern wollte. Lebt wohl. Ich danke euch. Ihr habt mich das Glück dieser Welt kennengelehrt. Was auch geschehen möge, glaubt immer, dass mein Herz in eurer Mitte bleibt. Simon Ford, Madge und Harry sprangen bei diesen Worten erschrocken auf. Wie, Nell, riefen sie verzweifelt. Du wolltest uns verlassen? James Starr drängte alle drei zurück. Ging gerade auf Nell zu und ergriff deren Hände. Es ist gut, mein Kind, redete er sie an. Du hast uns gesagt, was du tun müsstest. Doch nun höre erst, was wir darauf zu antworten haben. Wir werden dich niemals von hin an ziehen lassen und wenn es sein muss, mit Gewalt auch zurück halten. Hältst du uns denn für so erbärmlich, dass wir dein Selbst Silfax bedroht uns ernstlich. Nun gut, aber zuletzt ist ein Mensch eben nur ein Mensch und wir werden uns dagegen zu schützen wissen. Kannst du uns vielleicht aber im Interesse des alten Silfax selbst über seine Gewohnheiten näher unterrichten und uns mitteilen, wo er sich verbirgt? Uns leitet nur die Absicht, ihn außer Stand zu setzen, uns zu schaden und ihn vielleicht sogar wieder zur Vernunft zu bringen. Sie versuchen das Unmögliche, antwortete Neo. Mein Großvater ist überall und nirgends. Seine eigenen Schlupfwinkeln habe ich selbst niemals gekannt. Ich habe ihn noch nie schlafen gesehen. Als ich meinen Entschluss fasste, Mr. Stardar, wusste ich, das glauben sie, alles recht gut, was sie mir erwidern könnten. Und doch, es gibt nur ein Mittel, meinen Großvater zu entwaffnen, und das liegt darin, dass ich ihn wieder aufsuche. Er ist zwar immer unsichtbar, aber er selbst sieht alles. Fragen Sie sich doch, wie er stets Kenntnis haben konnte, von den geheimsten Absichten, von den an Sie, Mr. Star, gerichteten Briefe, bis zu meiner geplanten Verbindung mit Harry, wenn er nicht die unerklärliche Eigenschaft besäße, eben alles zu wissen. Mein Großvater ist nach meinem Urteile selbst in seinem Wahnsinn ein geistesbegabter Mann. Ehedem kam es wohl vor, dass er mir von so mancherlei sprach. Er lehrte mich Gott erkennen und hat mich nur darin getäuscht, dass er, um meinen Hass gegen die ganze Menschheit zu wecken, mir alle Menschen als schlecht und treulos darstellte. Als Harry mich nach der Cottage brachte, habt ihr mich für zuerst völlig unwissend gehalten. Oh, weit mehr! Ich war von Schrecken ergriffen. Ich glaubte mich, aber verzeiht meinen Argwohn der ersten Tage in der Gewalt böser Menschen und wollte euch entfliehen. Sie, Match, haben mich auf andere Gedanken gebracht, weniger durch ihre Worte als durch den Anblick ihres ganzen Lebens und durch die Achtung und Liebe, welche ihr Mann und ihr Sohn ihnen entgegen brachten. Später, als ich diese zufriedenen Arbeiter Mr. Star verehren sah, für dessen Sklaven ich sie hielt, und als ich Augenzeuge war, wie die ganze Bevölkerung Neuerber Feulis nach der Kapelle zusammenströmte, dort kniend Gott die Gebete darbrachte und ihm für seine unendliche Liebe und Güte dankte, da habe ich mir gesagt, der Großvater hat dich getäuscht. Jetzt aber, wo ich so vieles von euch gelernt und erfahren habe, glaube ich, der Ärmste hatte sich selbst getäuscht. Lasst mich also die verborgenen Wege wieder aufsuchen, auf denen ich ihn sonst begleitete. Ich werde ihn rufen, er wird mich hören, und wer weiß, ob es mir durch eine freiwillige Rückkehr nicht gelingt, seine Verblendung zu besiegen. Alle hatten das junge Mädchen reden lassen. Jeder fühlte, wie notwendig es ihr sei, ihr ganzes Herz vor den Freunden jetzt auszuschütten, wo sie in ihrer edelmütigen Selbsttäuschung sie für immer verlassen zu müssen glaubte. Als sie aber erschöpft und mit schweren Tränen an den Wimpern schwieg, da wandte sich Harry an Match und sagte, Meine Mutter, was würdest du von einem Manne denken, der eine so edeldenkende Tochter, wie du sie erwartest, aufgeben und verlassen könnte? Einen solchen Mann würde ich für einen Elenden halten, erwiderte Match, und wäre es mein Sohn, ich würde ihn verleugnen, und ich müsste ihn fluchen. Du hörst die Worte unserer Mutter, Nell, fuhr Harry fort, wohin du auch gehst, ich folge dir, willst du ohne Wiederrede fort? Gut, so gehen wir zusammen. Harry, Harry, schluchzte das junge Mädchen, doch die Erregung übermannte sie, ihre Lippen entfärbten sich und bewusstlos sank sie in Matches Arme, welche den Ingenieur Simon und Harry bat, sie mit der Armen allein zu lassen. 21. Kapitel Nells Vermählung Man trennte sich, aber unter dem Versprechen, mehr als je vorsichtig und aufmerksam zu sein. Des alten Silfax Drohung war zu deutlich, um ihr Nichtrechnung zu tragen. Es fragte sich, ob der frühere Büßer nicht irgendein furchtbares Mittel besaß, ganz Aberfeuli zu vernichten. An den verschiedenen Ausgängen der Grube wurden also bewaffnete Wächter aufgestellt, welche Tag und Nacht daselbst verblieben. Jeder Fremde sollte James da vorgeführt werden, um sich über seine Person auszuweisen. Jetzt scheute man sich auch nicht, die Bewohner von Cole City über die der unterirdischen Kolonie drohenden Gefahren zu unterrichten. Da Silfax hier mit niemandem im heimlichen Einverständnis sein konnte, war ja auch keine Verräterei zu befürchten. Auch Nell teilte man die ergriffenen Sicherheitsmaßregeln mit, welche diese, wenn auch nicht vollständig, doch einigermaßen beruhigten. Vor allem aber war es die zuverlässige Versicherung Harrys, ihr überall hin zu folgen, was ihr das Versprechen abrang, keine Fluchtversuche zu machen. Während wenn wenn auch alle Vorsichtsmaßregeln streng aufrechterhalten wurden, allmählich von dem Schrecken, der den ganzen Betrieb infrage zu stellen drohte. James Star ließ inzwischen nicht nach, den alten Silfax auszuspähen. Da der rachegierige Greis versichert hatte, dass Nell niemals Harrys Gattin werden sollte, musste man annehmen, dass er vor keinem Mittel zurückschrecken werde, diese Verbindung unmöglich zu machen. Am besten erschien es, sich unter Schonung des Lebens seiner Person zu versichern. Man durchsuchte alle Gänge bis zu den oberen Etagen, welche in der Nähe von Irwin bei den Ruinen von Dundonald Castle ausliefen, mit größter Sorgfalt. Da man gewiss mit Recht annahm, dass Silfax auf diesem Wege durch dieses verfallene Schloss nach der Oberwelt gelangte, um entweder durch Einkauf oder Bettelei die nötigen Bedürfnisse für seine elende Existenz zu gewinnen. Bezüglich der Feuerhexen war James Darn nun überzeugt, dass der alte Silfax dann und wann ausströmende Wettergase, welche sich in jenem Teile der Grube entwickelten, anzündete und hierdurch jene öfters beobachtete Erscheinung hervorgerufen habe. Er irrte hiermit nicht. Leider blieben aber alle Nachforschungen erfolglos. James Darn fühlte sich während dieses unausgesetzten Kampfes gegen ein scheinbar ungreifbares Wesen höchst unglücklich, obwohl er das nach Kräften verbarg. Je näher der Hochzeitstag aber heranrückte, desto mehr wuchs seine Besorgnis, welche er ausnahmsweise dem alten Obersteiger mitteilen zu müssen glaubte. Auch an diesem nagte übrigens eine begreifliche Unruhe. Endlich kam der bestimmte Tag. Silfax hatte kein weiteres Lebenszeichen von sich gegeben. Vom frühen Morgen ab war die gesamte Bewohnerschaft Cole Cities auf den Füßen. Die Arbeit in Neuerber Feuli wurde zeitweilig eingestellt. Steiger, Werkführer und Arbeiter ließen es sich nicht nehmen, dem alten Obersteiger und dessem Sohne ihre Anhänglichkeit und Ehrerbietung zu beweisen. Sie zahlten damit ja nur von jener Schuld zurück, zu welcher sie sich gegen die beiden Männer, deren kühnem Ausharrenmann die erneute Blüte von Neuerber Feuli verdankte, verpflichtet fühlten. Um elf Uhr sollte die Feierlichkeit in der Kapelle St. Gills am Ufer des Melkermsees vor sich gehen. Zur festgesetzten Stunde sah man Harry, der seine Mutter führte, und Simon Ford mit Nell am Arme aus der Cottage treten. Ihnen folgte, scheinbar ruhig, aber doch scharf auf alles achtend, der Ingenieur James Starr und diesem Jack Ryan, der sich in seinem Festkleide als Piper ganz Schmuck ausnahm. Weiter schlossen sich die übrigen Techniker des Werkes, die Notablen aus Cole City, die Steiger und anderen Freunde des alten Obersteigers an, ebenso wie alle Mitglieder dieser großen Bergmannsfamilie, welche die eigentliche Bevölkerung Neu-Eberfoilies bildete. Draußen glühte einer jener sengenden Augusttage, welche vorzüglich in nördlichen Ländern so lästig sind. Eine gewitterschwüle Luft drang selbst bis in die Tiefe der Grube, wo die Temperatur eine ganz außergewöhnlich hohe war. Die Atmosphäre sättigte sich mit Elektrizität durch die Wetterschächte und den großen Malcolm-Tunnel. Man hätte, eine ungemein seltene Erscheinung, in Cole City heute ein auffallend tief fallendes Barometer beobachten können, sodass in der Tat die Frage nahe lag, ob sich wohl ein Gewitter unter der Schieferwölbung der Himmelsdecke jener gewaltigen Höhle entladen solle. In Wahrheit freilich beunruhigte sich da unten keine Seele wegen des drohenden atmosphärischen Aufruhrs an der Oberwelt. Selbstverständlich trug jedermann seine besten Feierkleider. Match schmückte ein Anzug, der lebhaft an die alten Zeiten erinnerte. Ihr Haar zierte ein Toy, wie ihn bejahtere Frauen lieben, und von den Schultern fiel ihr ein Rokalei, eine Art viereckige Mantille, welche die Schottinnen nicht ohne Grazie zu tragen verstehen. Nell hatte sich gelobt, die Bewegungen ihres Inneren zu bekämpfen. Sie verbot ihrem Herzen, ungestüm zu schlagen, ihren Angstgefühlen sie zu verraten, und so gelang es dem mutigen Kinde, ruhig und gefasst zu erscheinen. Sie erschien nur sehr einfach gekleidet, aber diese Einfachheit, welche sie jedem reicheren Schmucke vorgezogen hatte, verlieh ihr nur noch einen neuen Reiz. Ihr einziger Haarputz bestand aus einem Snoot, einem buntfarbigen Bande, mit dem sich die jungen Kaledonierinnen gerne schmücken. Simon Ford trug einen Anzug, den Walter Scotts würdiger Landfreund Michael Jarvie nicht verachtet hätte. Die ganze zahlreiche Gesellschaft strebte der prächtig geschmückten Kapelle Sehnt Gills zu. Am Himmel von Coal City glänzten gleich Sonnen, die heute von mächtigeren elektrischen Strömern ernährten Strahlenbündeln. Ein Meer von Licht ergoss sich durch Neu-Eberfeuli. Auch in der Kapelle verbreiteten die elektrischen Lampen eine außergewöhnliche Helligkeit, bei der die bunten Fensterscheiben wie feurige Kaleidoskope schimmerten. Der ehrwürdige Pfarrer William Hobson sollte die Trauung vornehmen. Er wartete an der Türe der Kapelle der Ankunft der Brautleute. Der Zug nahmte sich, nachdem er in feierlichem Schritte dem Ufer des Malcolmsees gefolgt war. In diesem Augenblicke ertönte die Orgel, und die beiden Paare begaben sich vom ehrwürdigen Hobson geführt, nach dem Hochaltar von St. Gills. Erst erflehte der Priester den Segen des Himmels über die ganze Versammlung. Dann blieben Harry und Nell alleine stehen, vor dem Diener des Herrn, der die Heilige Schrift in der Hand hielt. Harry fort, begann der Geistliche. Wollen Sie Nell zu Ihrem Weibe nehmen, und schwören Sie, ihr Ich schwöre es, vor Gott dem Allmächtigen, antwortete der junge Mann mit fester Stimme. Und Sie, Nell, fuhr der Seelsorger fort, wollen auch Sie, Harry Fort, zum Gatten erwählen, und Die Formel war noch nicht zu Ende, als sich draußen ein furchtbares Getöse vernehmen ließ. Einer der gewaltigen, auf den See überhängenden Felsen, etwa hundert Schritt von der Kapelle entfernt, hatte plötzlich, ohne jede Explosion losgelöst, als sei dessen Fall schon vorher vorbereitet gewesen. Unter demselben stürzte sich das Wasser in einen tiefen Abgrund, dessen Vorhandensein bis jetzt niemand gekannt hatte. Gleich darauf tauchte zwischen dem Steingeröll ein Boot auf, das eine kräftige Hand über das Wasser hintrieb. Aufrecht in dem Fahrzeug stehend ein Greis in dunkler Mönchskutte. Mit struppigem Haare und langem, auf die Brust niederweilendem weißen Barte. In der Hand hielt er eine Dave'sche Lampe, in welcher eine durch das umgebene Drahtgeflecht isolierte Flamme brannte. Gleichzeitig rief der Greis mit lauter Stimme. Die Wetterluft, die Wetterluft, tot, allen und verderben! jetzt verbreitete sich auch der eigentümliche Geruch des Kohlenstoff Monokarbonates in der Luft. Es rührte das daher, dass durch den Felssturz eine ungeheure, in sogenannte Windtaschen angesommelte Menge jenes explosiven Gases entwichen war. Früher hatte das überlagernde Gestein jene hermetisch abgeschlossen. Jetzt strömte das gefährliche Gas unter einem Drucke von vier bis fünf Atmosphären nach der Wölbung der Höhle. Der Greis kannte jene Windtaschen und hatte sie plötzlich geöffnet, um die Atmosphäre der Krypte in eine explodierbare Gemischung zu verwandeln. James Darr und einige andere verließen inzwischen die Kapelle und stürzten nach dem Seeufer. Fort aus der Grube um Gottes Willen Fort rief der Ingenieur, der, als er die drohende Gefahr durchschaute, diesen Warnungsruf durch die Türe der Kapelle sandte. Die schlagenden Wetter, die bösen Wetter, wiederholte der Greis und trieb sein Boot weiter über den See. Harry drängte seine Braut, seinen Vater und seine Mutter aus der kleinen Kirche. Fort aus der Grube, schnell, schnell, fort, mahnte der Ingenieur noch einmal. Es war zu spät zur Flucht. Der alte Silfax war da, bereit, seine letzte Drohung zu erfüllen und die Verbindung Nels und Harrys dadurch zu verhindern, dass er sämtliche Einwohner Cold Cities unter den Trümmern des Kohlenwerkes begrub. Ihm zu Häupten flatterte sein riesiger Harfang mit weißlich schwarz geflecktem Gefieder. Da stürzte sich mutig ein Mann in den See, der mit kräftigen Armen auf das Boot zuschwamm. Jack Ryan war es. Er mühte sich, den Wahnsinnigen zu erreichen, bevor dieser sein teuflisches Vorhaben ausgeführt hatte. Silfax sah ihn näher kommen. Er zerbrach das Glas der Lampe und riss aus derselben den brennenden Docht und hielt diesen in die Luft hinaus. Das Schweigen des Todes lag auf der entsetzten Versammlung. James Starr hatte sich in das Unvermeidliche ergeben und verwunderte sich nur, dass die zerstörende Explosion so lange auf sich warten ließ. Silfax verzerrte Züge verrieten, wie der Zorn in ihm aufschäumte, als er bemerkte, dass das zu leichte Gas, statt sich in den unteren Luftschichten zu verbreiten, nach der Höhe der Deckenwölbung geströmt sei. Da erfasste auf einen Wink von Silfax der Harfang den todbringenden Docht mit der Kralle und schwang sich, wie er es früher in der Grube Dotschart gewöhnt war, nach der Höhe auf, wohin der Greis ihn mit der Hand wies. Noch wenige Sekunden und Neuerberfeule war vernichtet. Da entwand sich Nell Harrys Armen. Ruhig und ihres Zweckes bewusst eilte sie nach dem Ufer dicht bis an das Wasser. Harfang, Harfang, rief sie mit heller Stimme, hierher, komm zu mir. Erstaunt zögerte der treue Vogel erst einen Augenblick. Doch plötzlich, als er Nells Stimme wieder erkannte, ließ er den brennenden Docht in das Wasser des Sees fallen, beschrieb suchend einen weiten Bogen und setzte sich zu Füßen des jungen Mädchens nieder. Die höheren explosiven Schichten, in welchen das Wettergas mit der Luft vermischt war, hatte er noch nicht erreicht gehabt. Da gelte ein entsetzlicher Schrei durch den weiten Raum. Es war der letzte Laut von des alten Silfax Stimme. Eben 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 Ryan die Hand an die Bordwand des Fahrzeuges legte, stürzte sich der Greis, der seinen Racheplan gescheitert sah, in die Fluten des Sees. Rettet ihn, rettet ihn, rief Nell mit flehender Stimme. Harry hörte ihre Bitte. Jetzt sprang auch er in das Wasser, erreichte Jack Ryan sehr bald und tauchte wiederholt unter. Vergebens. Die Fluten des Malcolm gaben ihre Beute nicht wieder frei. Sie hatten sich für immer über dem alten Silfax geschlossen. 22. Kapitel Die Legende vom alten Silfax Sechs Monate nach diesem Ereignisse ward die so entsetzlich unterbrochene Vermählung Nells und Harry Falls in der Kapelle St. Gills gefeiert. Nachdem der ehrwürdige Pfarrer Hobson den Segen über sie gesprochen, kehrten die jungen Eheleute, welche noch Trauerkleider trugen, nach der Cottage zurück. James Starr und Simon Ford leiteten jetzt jeder Sorge bar die der Trauung folgenden Festlichkeiten, welche sich bis zum anderen Tage ausdehnten. Dabei fand er wieder einmal in seinem Kostüm als Piper auftrat, Gelegenheit unter den Beifallsbezeigungen der ganzen Versammlung, zu spielen, zu singen und zu tanzen. Am nächsten Tage begannen dann, unter der Leitung des Ingenieur James Starrs, die gewohnten Grubenarbeiten wieder. Es scheint fast überflüssig, besonders zu bemerken, dass Harry und Nell sehr glücklich wurden. Diese beiden, durch so außergewöhnliche Prüfungen gestehlten Herzen, gewährten sich gegenseitig die vollste Befriedigung. Simon Ford, der Ehrenobersteiger von Neuebber Foyley, rechnete darauf, mit seiner Match auch noch die goldene Hochzeit zu feiern, was auch der Letzteren einziger Wunsch für dieses Leben war. »Und warum denn nicht auch noch die zweite goldene Hochzeit?«, fragte Jack Ryan. »Zweimal fünfzig Jahre, das wäre für Sie doch auch nicht zu viel, Mr. Ford.« »Du hast recht, mein Sohn«, erwiderte ruhig der alte Obersteiger. »Wäre es denn ein Wunder in diesem unübertrefflichen Klima von Neuebber Foyley, dem die Witterungsunbild der Außenwelt fremd ist, etwa zweihundert Jahre alt zu werden?« Sollten die Bewohner von Cole City wirklich die noch nie dagewesene Feier eines hundertjährigen Ehejubiläums erleben, das wird die Zukunft lehren. Jedenfalls zeigte sich, dass ein Vogel, der Harfang des alten Silphax, hier ein ungewöhnliches Alter erreichte. Er kreiste fortwährend in dem dunklen Gebiete umher. Nach dem Tode des Kreises entfloh er, obwohl Nell ihn zurückzuhalten versuchte, auf einige Tage. Außer dass ihm, ebenso wie seinem früheren Herrn, die Gesellschaft der Menschen nicht besonders zusagte, schien es auch, als bewahre er Harry gegenüber, fortwährend eine gewisse Gehässigkeit, und als sähe und verabscheue dieser eifersüchtige Vogel in ihm immer noch den Entführer Nells, dem er diese, während der Auffahrt durch den Schlund, vergeblich abzustreiten gesucht hatte. Später sah ihn Nell nur mehr von Zeit zu Zeit wieder, wenn er über den Malcolmsee schweigend seine Kreise zog. Wollte er seine Freundin aus früherer Zeit wiedersehen, suchte sein scharfer Blick zu den ungemessenen Tiefen zu drängen, in welche der alte Silphax versunken war. Beide Anschauungen fanden ihre Anhänger, denn der Harfang lebte in den Legenden fort und gab Jack Ryan Stoff zu mancher fantastischen Erzählung. Dank diesem lebensfrohen Burschen singt man auch heute noch in den Tälern Schottlands die Legende von dem Vogel des alten Silphax, des früheren Büssers der Kohlenwerke von Ebberfeuli.